So, sind schon ein paar Zuschauer da, mal gucken. Ist Matze da? Können wir nicht den Moderator Matze nennen. Co-Moderator bei der Weihnachtsfeier scheint da zu sein. Technik-Check. Ja, Marcel ist auch da. Scheint zu passen, alles gut. Sind die beiden auch ordentlich angezogen? Was trägt Matze denn heute? Brille hat er auf. Ja, ordentlich frisiert, alles okay. Mensch, der hat seine Zipfelmütze noch nicht aufgezogen, unglaublich. Ja, wie bringe ich das den Zuschauern bei? Eine Weihnachtsfeier ohne Matze mit Zipfelmütze? Da muss er nochmal, da werde ich im Nachhinein mit ihm mal Tacheles reden. Marcel sieht okay aus. Ja, komm, gut. Blühende Jugend, der sieht top aus. Und im Chat, viele Leute da? Oh ja, meine Güte. Oh weia, ich sollte langsam anfangen. Okay. So, wo ist der Button zum Ein- und Ausmachen vom Mikro? Ups. Oha. Oh. Peinlich. Peinlich, peinlich. Ja, wunderschönen guten Sonntag, langen Sonntag, normalerweise immer hier von 16 Uhr bis 22 Uhr oder bis 23 Uhr. Ganz oft spielen wir Civilization 6. Heute ist mal ein ganz besonderer Tag. Heute ist Weihnachtsfeier. Mit anderen Worten, unser Jahreshighlight. Heute, heute mit euch zusammen. Schön, dass ihr jetzt schon so zahlreich da seid. Das freut uns alle sehr. Viel Arbeit ist reingeflossen in die Vorbereitungsevents. Ich habe es relativ klug angestellt. Da habt ihr die Arbeit nicht selber gemacht, sondern habt ihr weiterdelegiert an andere. Ist ein Tipp für euch auch im Alltag. Wenn ihr glaubt, irgendwas ist anstrengend und schwer, holt euch ein Team, holt euch Coole und Tafel-Community-Moderatoren. Die stemmen das für euch. Die kriegen das alles hin. Was wir heute für euch haben, unter anderem, das ist natürlich jede Menge Civ-Sex im Multiplayer. Im Community-Multiplayer. Wir haben einige Leute, die schon mit den Hufen scharren und diegleich in einem Multiplayer-Match aufeinander losgelassen werden. Und, 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 und. Ganz, ganz viele Go-Hays. Viele, viele Geschenke. Unter anderem verlosen wir gleich im Laufe der Weihnachtsfeier dreimal. Soll ich die wirklich dreimal verlosen? Oder vielleicht nur zweimal? Und die sacke ich ein für mich selber. Ja, das könnte sein. Ich glaube, ich starte den Stream nochmal neu. Und dann kündige ich nicht drei, sondern zwei Verlosungen an. Davon halt. Im Hintergrund höre ich, ich muss ihn doch mal im Bild mit dazunehmen, Matsumen. Matsumen klappert im Hintergrund schon mit den Tastaturen. Und damit er sieht, dass nicht ich das bin, muss ich ihn jetzt mal mit dazunehmen, ins Bild reinpacken. Und der Eventur sieht dann dann auf einen Blick auch Marcel. Unsere beiden Community-Moderatoren, die so viel Arbeit reingesteckt haben in das heutige Event. Das sind die beiden Herren. Drei, zwei, eins und Scheinwerfer jetzt an. Hallo. Ihr seid im Internet. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Viele Grüße. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Moin. Schön, dritten Advent haben wir, glaube ich, inzwischen, oder? Habe ich richtig gezählt? Ich glaube, heute ist tatsächlich dritter Advent. Und ein Event gleichzeitig mit unserer Weihnachtsfeier. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch allen. Ich würde mich eigentlich auch normalerweise freuen, dass du da bist. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich dich so betrachte, irgendwas fehlt da noch. So richtig Weihnachtsstimmung kommt nicht auf. Ja, okay, okay. Wisst ihr was? Ich wollte es eigentlich dieses Jahr nicht machen. Ich habe echt hin und her überlegt, auch mich beraten lassen, Modi-Designer angerufen, gefragt, Mensch, kann man das den Leuten zumuten? Und ich fürchte, ich muss die hier gleich einmal aufsetzen. Holla. Und werde das natürlich auch sofort für euch tun, liebe Leute. Zauberhaft, großartig. Jetzt habe ich dich erst wiedererkannt, meinst du. Da fehlte echt. Allerliebst, Begeistungssturme im Chat. Man wünscht sich, du bist unbenannt gerade in Mützoman. Ja, also, zu Recht, würde ich sagen. Zurecht. Manchen Leuten stehen ja Hüte und Mützen so gar nicht. Ich glaube, bei mir ist das so lala. Ich kann noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich bin zufrieden. Auf jeden Fall ist es ein neun Spitznamen. Jetzt bist du nicht nur Mazoman oder Mazomanik, sondern auch Mützoman. Mit dabei auch Community-Moderator Marcel. Hi, Marcel. Ich grüße euch. Schön, dass wir es heute mal zu dritt schaffen. Das ist auch ein seltenes Privileg. Ja. Marcel ist der Technik-Guru hinter unserem heutigen Event. Unfassbar viel Arbeit, was im Vorfeld geleistet worden ist. Vielleicht machen wir zwischendurch einen Quatsch. Also nicht jetzt, sondern irgendwann später. Und schauen wir uns mal an. Gemeinsam war alles an technischer Vorbereitung geleistet. Werden musste, damit das Event heute steigt. Und ich hoffe, es funktioniert auch. Mazoman, wir haben zwei Leute, zwei weitere Community-Moderatoren noch mit dabei. Und die beiden sind Team-Kapitänin gleich von unserem 6-Match. Erstmal Urgestein in unserer Community. Einer der Leute, die am längsten überhaupt in der WB-Community mit dabei sind. Und jemand, mit dem ich ganz, ganz oft gemeinsam schon die Gamescom unsicher gemacht habe. Hier ein anderer Mensch aus Köln. Hier ist unser Oliver. Grüße an Teppich. Oliver ist noch gar nicht da. Ich hole ihn mal kurz. Kleinen Augenblick. Mach das. Wunderbar. Vielen Dank, Matsumen. Das, was du... Also, so viel zum Thema Live ist Live. Danke. Immerhin meldet sich jetzt Teppich gleich. Und nicht Mickey Maus. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber ich sage mal, kein Live-Event ohne Tandy-Probleme. Da ist Mickey Maus. Hi, Oliver. Oliver? Schönen, schönen dritten Athlet. Ja, dir ebenfalls. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Du warst auch im letzten Jahr mit dabei. Matsumen, du kannst gerne unaufällig im Hintergrund schon mal den anderen Team-Kapitän dazu bitten. Letztes Mal warst du auch schon dabei. Und du bist ja einer der absoluten ZIP-Veteranen, auch der Forums-Veteranen. Wir haben ein großes Community-Forum. Du bist eines der aller, 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 allerersten Mitglieder dort gewesen und bist heute dort aktiv und machst regelmäßig freitags. Triffst du dich mit anderen Leuten dort zu, Punkt, Punkt, Punkt? Wir haben da schon sechs. Ja. Ja, schon seit, ja, ich weiß nicht. Tatsächlich, ich bin mit dem Forum dabei. Da waren wir noch einstellig in der Nummer. Jetzt ist ja schon vierstellig, oder was? Mhm. Und jeden Freitag treffen wir uns für den Stammtisch für Ziv 6. Und da kann man mal reingucken, Leute kennenlernen. Auch wenn man an dem Freitag dann nicht spielen kann, kann man einfach die Leute auch so kennenlernen. Und Eistrache ist da auch mit meinem, ja, Moderationspartner. Das ist ein perfekter Pass mit am Ball hier in einer Doppelpass-Staffette. Entschuldigt, ich wollte heute eigentlich nicht über die Fußball-WM reden. Und das ist hoffentlich auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Mit dabei ist Eistrache, Community-Moderator Eistrache. Hallo, Pierre. Einen wunderschönen guten Abend zu sein. Prima, dass du auch dabei bist. Auch beim letzten Mal, Teamkapitän. Ähm, sag mal, Eistrache, was habt ihr... Ich muss dich da korrigieren. Im letzten Jahr waren Oliver und ich nicht da. Wir waren das Jahr davor dabei. Nein, im letzten Jahr waren das René, glaube ich. Und? Genau. Und wer war das, der Zweite noch mal? Teppich. Also ich meine, dass es auch Teppich letztes Jahr gewesen wäre. Doch, Teppich. Teppich und René waren es. Ja, es riecht nicht. Doch, Teppich und René. Alles klar. Ja gut, dann habe ich ja nur halb die Unwahrheit gesagt. Und der Rest stimmte wenigstens. Eistrache, normalerweise ganz so oft Kartenbauer bei uns. Erzähl doch mal, bevor wir uns hier das Setting hier erläutern, von einem anderen großen Projekt, das du bei uns im Forum betreust, nämlich dem Spiel des Monats. Worum geht es da? Ja, Spiel des Monats. Da versuche ich mir jeden Monat, neue interessante Aufgabenstellungen herauszufinden, um Ziv auf einem anderen Blickwinkel mal zu entdecken, um ein anderes Ziel mal zu erspielen. Das kann von simpler Gebäude bauen, über irgendwelche Ressourcen anhäufend sein. Und das natürlich immer auf einer von mir selbst gebauten Karte, die ich hoffe, immer wieder aufs Gröbste hinaus zu testen, dass keine Fehler passieren, sodass sie damit Spaß haben. Das läuft, ach, wir zeichnen ja gerade live auf Twitch auf. Ich habe noch kein Wort zu den YouTube-Leuten gesagt. Erstmal liebe Grüßen an alle, die auf Twitch dabei sind an diesem Sonntag. Schon über 700 Ziv-Fans oder andere Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit Ziv am Hut haben, aber die sagen, heute wollen wir ein paar Geschenke einsacken oder zumindest im Kreis von netten Leuten eine schöne Weihnachtsfeier erleben. Wir zeichnen auch für YouTube. Grüße an die Leute da drüben auch. Die Geschenke bekommt er gerade leider nicht. Die sind alle schon jetzt, die werden jetzt live auf Twitch verteilt. Aber ich hatte euch ja vorgewarnt, vielleicht seid ihr auch nur dabei, weil ihr euch für Siv begeistert hier. Gleich stellen wir die Mitspieler noch vor. Liebe Grüße nochmal in den Twitch-Chat. Vielen Dank an Will Xeyer, fünf Abos verschenkt. An TheRealErichZan, danke dir fürs 15. Abo. An Stinkbär fürs erste Blumen für ein neues Community-Mitglied. Bitte, bitte, bitte. An Sangji Saika, danke fürs vierte Abo. An Christoph, hi. Schön, dass du zum 21. Mal hier mitmachst und dabei bist. Danke an Geraum, Blumen auch für dich, bitte. Auch hier haben wir noch ein neues Community-Mitglied. Und eben hat TheXeyer schon wieder 10 Abos in Summe 15 schon verschenkt. Die Geschenke kommen eigentlich von uns. Wir haben Publisher an Land gezogen. THK Nordic und 2K Games und Ubisoft. Und haben viele, viele Spiele-Keys vorbereitet von denen. Wir wollen 14 Spiele heute verlosen. Also sieben Spiele und jeweils zwei Keys von denen. Aber im Augenblick werde ich beschenkt. Vielen Dank für weitere Abos und Schierei. Nochmal Riesen-Dank an dich. Lieben Dank an WXeyer. Halbtrohn im Hintergrund. Sifuski, danke fürs 14. Abtropfgewicht. Es ist mir nicht entgangen. Danke auch an Pixack fürs Abo. Fürs 8. ebenfalls schon. Und am Nachmittag war Derex hier. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen das Konzept vorstellen. Wir müssen auch gleich losen. Und wir haben so einen langen Terminblock. Unfassbar. Das Ganze läuft bis 22 Uhr. Ich habe schon erzählt, unter anderem was wir verlosen. Also diese In-Ears hier halt. Die liegen unter dem virtuellen Weihnachtsbaum. Drei Stück. Ich habe schon wieder drei gesagt. Drei Stück von Asus AOG. Da ist schon wieder keins, das ich für mich abzweigen kann. Das ist echt bitter und traurig. Dann die Spiele-Keys von Spielen wie Anno 1800, von The Valiant, von Expeditions Rom, von Knights of Honor 2, Marvel's Midnight Suns ist mit dabei. Civ 6 Anthology Version ebenfalls auch. Und dann noch We Are Football. Teilweise in Bundlen diese Spiele. Also Grundspiele und Add-ons. Insofern jede Menge. Und ein Rucksack im Marvel's Midnight Suns Design. Den verlosen wir heute Abend. Den Mina von 2K Games noch vollpackt mit ein bisschen kleines Extra-Merch. Und euch dann irgendwann mal zuschickt. All die Sachen verlosen wir heute. Liegen unter dem Weihnachtsbaum. Ja. Insofern einiges zu erleben. Aber jetzt soll ich erstmal anfangen mit Civ. Aber die erste Frage in die Runde. Seid ihr ein weihnachtlicher Stimmung? Ich gebe die Frage, bevor ihr jetzt schreibt. Also was gehört zu euch bei euch dazu, einer Weihnachtsstimmung, bei einer WB-Weihnachtsfeier? Schaut euch an. Was tragt ihr? Was trinkt ihr? Was esst ihr? Welche Lieder stimmt ihr zwischendurch in den Pausen an? Und was gehört zu euch zum echten Feeling einer Writing Bull Community Feier? Gleiche Frage geht auch an Marcel und an Matsumen. Matsumen hat schon gezeigt eigentlich optisch und modisch, was dazu gehört. Vielleicht auch sonst noch das ein oder andere Accessoire. Also von meiner Seite auf jeden Fall Gebäck gehört mit zur Weihnachtszeit. Dann habe ich hier etwas weiter weg, nicht im Bild für euch zu sehen, ein Adventskranz natürlich aufgestellt. Und ja, meine Schwester hat auch übernommen, meine Wohnung ein bisschen zu dekorieren. Kann ich euch leider nicht zeigen, müsst ihr mir jetzt glauben. Aber es hängen hier tatsächlich schon die ein oder andere Lichterkette parat, beziehungsweise auch ein bisschen, ja, Baum, wie nennt man das so? So Baumschmuck so ein bisschen. Also schon ein bisschen festlich eingerechnet bei mir. Wie ist es denn bei dir, Marcel? Ja, ich habe, wenn ich hier rechts aus dem Fenster gucke, ist mein Garten. Und da hängt halt so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung hinter mir. Hier hinter dem Greenscreen, den ihr natürlich gerade nicht sehen könnt. Und da hängt auch noch ein Adventskalender. Und das Wichtigste natürlich, also für mich wäre heute nicht Weihnachten gewesen oder der Weihnachtsspring gewesen, wenn du wirklich die Mütze nicht aufgehabt hättest. Also die musste sein. Ja, da habe ich letzte Nacht von geträumt. Matsumen mit Mütze bekleidet, fällt mir gerade ein, nur mit Mütze, also mit Mütze halt bekleidet durch den Schnee stapfend. Das sind so meine Träume des Nachts. Lass uns nicht weiter darüber reden, Mats, das Thema wird mir gerade peinlich. Liebe Grüße an André, 19 Abos verschenkt. Riesendickes Dankeschön, André war heute vorgemerkt als Spieler bei Civ6, musste kurzfristig passen. Das wäre nicht nötig gewesen, aber Riesendank dafür, ja. Und vielleicht, ich hoffe sehr, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich weiß gar nicht, worum es geht. Gute Besserung oder was auch immer halt. Danke auch an Mipato. Mipato hängt sich dran, verschenkt ebenfalls 10 Abos. Vielen Dank, lieben Dank auch an dich, Mipato. Das ist ganz, ganz zauberhaft, zauberhaft. 9er Community, Glühschwein, hängt sein erstes Abo noch rein. Lognata ebenfalls, zwar neu bei uns. Havok verschenkt, Anglo Offinders und Marbo zum achten Mal abonniert. Elben Maid, wie immer ein zauberhafter Nicknehmen. Danke fürs 32. Abo. Und an Schneefuchs und an den Basti auch ein dickes Dankeschön. Und an André. The X-Hire Fiction, wieder 5 Abos. Ja Leute, so kann man nie zum Civ spielen. Wir wollen doch Civ hier. Vielen lieben Dank an The X-Hire. Und lieben Dank an unseren Macht, den Anvidoge-Mystery. Doppelter Jubel für euch beide. Aber jetzt wollen wir auch ein bisschen zippen. Ich unterbreche das Ganze mal und sage nicht, nicht Dankeschön an Maid für das 27. Abo. Ich kurze das hier mal ab. Sondern sage einfach mal Matsumen, worum geht's? Was ist das Setting bei unserer Civ 6 Multiplayer-Party hier? Wir haben zwei Teams, die werden gegeneinander antreten. Ein Team wird von Teppik angeführt. Ein Team wird von Eistrache angeführt. Und da brauchen wir natürlich ein paar Mitspieler. Ihr seht hier im Hintergrund bei unserem WB bereits eingeblendet, dass wir vier weitere Mitspieler hier schon in der Lobby haben. Die werden nicht den ganzen Abend da überbleiben. Wir haben drei Blöcke, wo die Mitspieler zusätzlich zu Eistrache und zu Teppik ausgewechselt werden. Da gibt es neue Teamkollegen. Was gleich bleibt, sind die Teamkapitäne, aber auch die Zivilisationen, aus denen sich gleich Teppik und Eistrache ein bisschen was aussuchen können. Wir haben ein paar Civs in den Pott gepackt. Und am Ende des Spiels geht es natürlich darum, wer gewinnt hier den großen WB-Weihnachts-Special-Preis Ruhm und Ehre für welches Team. Dafür haben wir uns ein Punktesystem überlegt. Das zeigen euch WB und ich gleich noch. Und ja, also wir werden einen schönen, interessanten und sehr, wie soll ich sagen, unterhaltsamen hoffentlich auch für euch, liebe Zuschauer. Abend und Nachmittag hier heute haben wir mit Civ 6. Genau, so sieht's aus. Das zeige ich euch mal kurz im Bild. Das sind die Quests, die wir im Laufe der Zeit benutzen. Und die anderen Möglichkeiten, wie wir Siegpunkte vergeben. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein Sieger gleich gekürt bei den beiden Teams, die gegeneinander antreten. Und es gibt einen großen, großen Pool von Zivilisationen. Das sind diese hier, die ihr im Hintergrund seht. Das sind die, die wir gleich vergeben. Dankeschön an Joruli für die drei Abos. Danke an Jodude für die fünf Abos. Danke an Maeva für deins. Lieben Dank aber ausdrücklich auch nochmal an Jodude und an Joruli. Es ist sehr freundlich von euch. Und wir beginnen erstmal jetzt mit der feierlichen Auslosung, die relativ schnell ist. Wir verlosen jetzt. Teppich, startklar für die Verlosung? Startklar. Eistrache, startklar für die Verlosung? Aber sicher doch. Es ist, im Prinzip geht es ganz schnell. Wir losen einfach nur, wer von euch beiden als Erster in diesen Topf reingreifen darf von Zivs und sich einen rausnimmt. Der danach nimmt sich die Zivs zwei und drei. Der danach wieder zwei Zivs. Und ans am Schluss holt sich einer nur noch eine. Und dann ist das verteilt. Drei Zivs auf jeder Seite. Und danach holen wir die weiteren Spieler dazu, die in der ersten Runde mitmachen. Und das machen wir halt dreimal. Also wir verlosen nicht die Teamkapitäne. Die haben ihre Zivs bis zum Ende durch. Aber die Spieler selber, die wechseln nachher durch. Erklären wir euch dann nachher. Also, das machen wir relativ simpel. Ich halte mal. Wer ist der ältere von euch beiden als Drache und Teppich? Ich weiß es, aber ich muss in den Rückspiegel gucken. Ich glaube, du bist es, ne? Jetzt mal unter uns. Also du bist nicht so ein alter Sack wie ich, aber du bist auch schon knapp über den 25, oder? Ja, ich habe die 40 gerissen, ja? Ja, Glückwunsch nachträglich von uns allen. Und einer von euch beiden, also ich lasse dich mal los. Und schau mal hier, das sind zwei Fäuste. Und zwar machen wir das von deiner Seite aus. Das heißt, von deiner Seite aus ist das hier die rechte Faust. Das hier ist die linke Faust. Und in einer der beiden ist etwas drin. Und wenn du das bekommst, dann darfst du als erster in den Topf reingreifen. Ich hätte gerne meine linke, deine rechte. Das hier also. Du meinst, hier ist etwas drin? Hier könnte etwas drin sein. Ja, zumindest Luft. Ja, drei, zwei, eins und... Ein seltsamer, bizarrer, schwarzer Gegenstand. Das ist die Klappe, die normalerweise immer auf meiner Kamera drauf ist. Es sei denn, ich beginne zu streamen. Das ist die. Ja, du hast es geschafft. Teppich. Die sechs... Pardon, den Pool von... Wie viel sind es? Neun, ne? Neun verschiedenen Ziffs. Alle von Matsomen nach dem Kriterium ausgesucht, dass es möglich ist, die möglichst einsteigerfreundlich sind. Damit du es nicht so schwer hast, Teppich, als Noob, als Sif-Noob. Nein, im Ernst. Pack dir was raus. Ja, dann nehme ich direkt den ersten, Rom. Rom. Matsomen wird live reintippen und wird dahinter eintragen, wer was hat, damit wir immer alles auf einen Blick haben. Und ihr seht, MW heißt auf gut Deutsch, Matsomen, MW. Okay, danke an Dragoon, an Teepunkt. Liebe Grüße an dich und danke für die fünf Abos auch an dich. Ja, lieben Dank dafür. Jetzt ist unser Eisdrache dran. Lieber Eisdrache, wie sieht es aus? Welche beiden Ziffs nimmst du? Ich nehme einmal den Kyros von Persien und Kleoprata. Ja, magst du sagen warum oder ist das Geheimnis? Ja, Kleoprata im Team zu haben, macht immer mehr Geld. Aber mit den Handelswegen im Team und Kyros kann auch mal, wenn man isoliert gestartet ist, trotzdem Geld machen. Und du hattest dich für Trajan entschieden, Eisdrache, weil, vermutlich wegen der Straßen, oder? Oder den Gratisgebäuden? Ich hatte mich für Trajan entschieden, weil der hat immer einen guten Start, die Straßen sind hilfreich. Das ist immer gut für den im Team zu haben. Für jeden, ja. Ah, okay. Die stand auch oben und da habe ich gedacht, oh komm, nehmen wir das dann. Richtige Einstellung. Du willst auch am Schluss ganz oben stehen auf der Siegertreppe. Jetzt bist du dran. Zwei weitere Ziff packt sich Oliver Teppich raus und es sind... Einmal Arabien. Saladin. Und... Welcher Saladin? Entschuldige, ich hinterbreche dich mal kurz. Matsumen. Welcher Saladin denn? Der neue oder der alte? Es gibt ja mittlerweile zwei. Ja, tatsächlich ist das der alte in diesem Fall. Ja. Ja, passt. Der neue, der kam ja durch das LIDAR, wie heißt das, LIDAR Pack? LIDAR Pass, genau. LIDAR Pass, genau. Jetzt dazu, den haben wir jetzt noch nicht reingenommen. Ja. Der Schlagerausweis, der LIDAR Pass für Civ VI kam kürzlich. Ist kürzlich erschienen, haben alle Besitzer der Anthology-Version für LAU. Drinnen enthalten sind solche Anführer wie Saladin, auch Helene Fischer unter anderem. Kann ich nur sehr empfehlen. Hört sich ganz toll an. Jetzt bist du dran, Teppich, mit der nächsten Civ. Ja, und da nehme ich noch Gilgamesch. Gilgamesch, eine mythische Gestalt. Gibt es ihn wirklich, den Gottkönig der Sumerer oder ist erst nur eine Märchengestalt? Teppich wird es uns erzählen. Jetzt ist Eisdrachen dran und nimmt... Ja, da ich mir schon gedacht habe, dass Oliver wieder Gilgamesch nimmt, so wie beim letzten Aufeinandertreffen. Ich aber diesmal nicht wieder den Counterpart, wie das vor zwei Jahren nehmen möchte. Da hatte ich nämlich Gorgo gewählt. Dementsprechend würde ich dieses Mal einfach anfangen, die Skütchen, Tumyris, mit reinzunehmen. Tumyris und ihres skütischen Reitereinvolk, das oder eine Volksgruppe angesiedelt, nördlich des Schwarzen Meeres, die Griechen haben uns früher immer gesagt, die Sküten. Und meinten damit, also der Begriff Sküten kommt eigentlich von den Griechen her. Entschuldige ich, dass ich mal kurz noch ein bisschen was zwischendurch rein texte. Die Griechen haben damals unterschieden zwischen den Kelten und den Sküten. Ohne Scheiß. Alles, was links vom Rhein war, waren die Kelten. Alles, was rechts vom Rhein war, waren die Sküten. Irgendwann haben die dann angefangen, komplexer zu denken und haben gesagt, alles, was von links vom Rhein ist, sind die Kelten. Alles, was rechts ist vom Rhein, sind die Römer. Und alles, was sind die Germanen. Und alles, was ganz weit rechts sind, sind die Sküten. Und heute weiß keiner mehr so ganz genau, wie die Sküten eigentlich waren oder nicht. Haben auch keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Nur bla bla bla. So, und die nächsten Teams. Jetzt ist wieder Eisdrache dran. Jetzt wieder Teppich dran, Entschuldigung. Wir haben doch drei. Nee, also jetzt muss Eisdrache noch seine zweite. Entschuldige bitte. Pierre. Ich habe, ja. Wie, ich, wir haben jetzt gleich die Wahl von mehr als drei. Wir sind doch nur drei gegen drei. Oh, du hast recht, wir sind fertig. Da habe ich so viel hier erzählt von irgendwelchen dubiosen geschichtlichen Sachen. Danke, dass ihr mich so charmant unterbrochen habt und nicht gesagt habt, was ihr von mir haltet. Sehr freundlich. Vielen Dank. Wir sind fertig. Alle sechs sind da. Und jetzt kommt Schritt Nummer zwei mal zum Ende. Jetzt holen wir die Spieler noch mit dazu. Die Spieler der ersten Runde. Das sind deren vier. Und die dürfen, und da losen wir, in welchem Team die landen. Und danach in aller Ruhe treffen sich die beiden Teams, stecken ihre Köpfchen zusammen und die Teamkapitale bestimmen im Einklang mit ihren Mitspielern, wer welche Züft dann auch tatsächlich in der ersten Runde hat. Die Mitspieler in der ersten Runde sind, ich fange mal an mit Louis. Liebe Grüße an Lepfra. Hi, Lepfra. Hallo. Schön, dass du mitmachst. Magst du mal in zwei, drei Sätzchen dich vorstellen? Ja, also mein Name ist Louis. Ich komme aus Österreich, aus Wien. Ich bin seit, ich glaube man kann das jetzt, seit gut einem Monat schaue ich dich jetzt. Ich kenne dich schon länger, aber seitdem schaue ich dich aktiv. Ich bin auch beim Stammtisch jetzt kürzlich dabei und ich dachte mir, ja, Weihnachtsfeier. Ich habe 200 Stunden im Spiel. Ich bin eigentlich der perfekte Kandidat dafür. Ja. Ja, prima. Willkommen. Freue mich auch sehr. Und mit dabei ist außerdem noch Draco Mochtem. Grüße an dich. Hi. Hallo, guten Tag. Na, magst du dich auch mal kurz vorstellen? Ja, ich komme aus dem schönen Weimar in Thüringen und ich bin mittlerweile seit ungefähr etwas mehr als zwei Jahren im Forum angemeldet und auch seitdem sehr regelmäßig beim Stammtisch dabei freitags. Und ja, da haben wir uns immer so eine schöne kleine Runde aufgebaut mit den üblichen Leuten und das macht sehr viel Spaß. Klingt cool. Das heißt, ihr beide kennt euch schon relativ gut aus mit Civ. Das Forum, über das die Rede war, hatten wir eingangs schon vorgestellt. Es ist community.writingbull.de oder auch civilization.writingbull.de mit einer großen Untersektion für Civ und dann noch weiteren Unterforum zu vielen, vielen anderen Spielen und dieser Multiplayer-Runde, die immer Freitagabend stattfindet und vielen Threads mit Tipps und Tricks und Info-Austausch. Mit dabei ist außerdem noch Toffel King. Hi, Toffel. Ja, hallo. Na, erzähl du mal, wie du hier zustößt und wo du herkommst und was du so machst. Also ich komme aus der Schweiz. Also ich habe dich auch durch Civilization 6 eigentlich das erste Mal geschaut und ja, seitdem verfolge ich dich eigentlich so immer halt. Also ich schaue deine Streams und ja, ich spiele jetzt eigentlich immer noch aktiv Civilization 6. Sehr gut. Wunderbar, hör mal, wie bunte, das finde ich cool, dass ihr aus so unterschiedlichen Teilen kommt. Jetzt haben wir das von Deutschland und Umgebung. Jetzt hat man also schon jemand dabei in der ersten Runde aus Österreich, aus der Schweiz, aus Thüringen, beziehungsweise aus Weimar. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Grotgerig oder Groff über sich erzählen mag. Hi, Groff. Moin. Äh, ich komme aus Sachsen. Oh, okay. Also nochmal eine andere Richtung. Okay. Und, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon auf deinem Channel bin. Also ich bin auch schon ein paar Jahre bei, auch halt über die ZIF, über das ZIF, äh, dem Stammtisch. Ja, und da zocke ich eigentlich auch normalerweise regelmäßig, wenn ich gerade keine Pause habe. Wunderbar, bunt gemischtes Team. Jetzt geht es darum, wer kommt zu welchem Teamkapitän. Wir machen das mal auf die Weise, dass ich, ähm, dieses, dieses schwarze Teil, das ihr ja schon kennt, das verbinde ich jetzt ab jetzt immer mit, mit Oliver. Das ist, weil der hat das eben auch bekommen bei der ersten Verlosung. Und jetzt frage ich mal Louis. Eine Mähne müsste, die eine Hand, die andere, und dann halte ich die mal beide hoch und nimm dir eine Faust. Von dir aus gesehen, hättest du gerne die rechte oder die linke Faust. Wenn du das schwarze Teil hast, bist du bei Teppich. Die rechte. Von dir aus oder von mir aus? Von dir aus, ne? Von dir aus. Ja, von dir aus. Von mir aus. Ja. Von dir aus die rechte, also die, wo nichts drin ist, willst du haben. Okay, dann bist du bei Eisdrache. Glückwunsch, du bist bei Eisdrache. Einmal rüber zur Eisdrache. Jetzt sind dann zwei Plätze bei Teppich frei und einer war Eisdrache. Wir verlosen erneut. Und diesmal sagte Drago Morten, bitte. Wo möchtest du hieben? Welche Faust nimmst du? Von dir aus gesehen, die rechte oder die linke? Das ist die rechte, das ist die linke. Eisdrache ist... Ich nehme von mir aus die rechte. Hier, dann bist du bei... Eisdrache. Ne, pardon, bei Teppich. Bei Teppich. Das war immer Teppich. Du Entschuldigung, Mist. Du bist bei Teppich, du bist bei Oliver. So, jetzt sind wir die Teams 1 zu 1, ne? Das heißt, jetzt bestimmt der Letzte. Dann nehmen wir jetzt mal 12 King wieder. Einmal bitte verlosen. Das schwarze Teil wäre mit... Und nochmal in die Kamera halten. Von dir aus gesehen, wenn du das Teil bekommst, bist du bei Teppich. Wenn du es nicht bekommst, bist du bei Eisdrache. Rechte Faust von meiner Seite. Linke von meiner Seite. Das ist die rechte von dir und umgekehrt. Von dir aus gesehen, die rechte oder die linke? Von mir aus gesehen, die rechte. Diese hier. Dann bist du bei Teppich. Bist bei Oliver gelandet. Und Groff, ab zu Eisdrache, zu Pierre. Viel Vergnügen euch gleich. Ihr könnt euch kurz im Team zurückziehen. Und wir lassen euch in aller Ruhe die Zips noch zuweisen. Und jetzt sind wir... Überlegt euch, meldet euch bitte, wenn ihr fertig seid. Und da sind wir nochmal kurz unter uns. Nämlich Marcel und Matsumen und ich. Und mal ganz kurz, bevor wir loslegen. Im Blick gemeinsam Matsumen nochmal auf dieses Punktesystem hier vorne. Was uns da aus überlegt haben. Und magst du den Leuten mal erklären, wie das Prozedere ist, wie wir uns überlegt haben, wie man an einen Sieg kommen kann um 22 Uhr? Ja, also insgesamt haben wir 100 Punkte an diesem Abend zu vergeben. Und der Abend wird sich ja in drei Blöcke unterteilen. Im ersten Block kann man 25 Punkte bekommen. Dann fünf Punkte mehr. Ne, zehn Punkte mehr sind es tatsächlich, wenn ich jetzt meine mathematischen Fähigkeiten hier einmal nutze. 35 Punkte im zweiten Block und dann ganze 40 Punkte im dritten Block. Und was auf jeden Fall immer von Anfang an dabei sein wird, ist, dass wir beide, lieber WB, zu beginnender Partie uns einen Ort irgendwo in der Kartenmitte aussuchen werden, den es zu halten gibt. Wenn die Leute das schaffen, diesen Ort für sich zu reklamieren mit einer Einheit, dann ist es so, dass sie dann Punkte bekommen dafür. Wenn keiner das schafft, gibt es halt keine Punkte dafür. Und da gewinnt natürlich das Team, das die meisten Runden dann auch innerhalb dieses Aufnahme-Blocks dann den Ort hält. Ansonsten haben wir für euch, liebe Leute im Chat, noch Zuschauer-Votings, die wir vorbereitet haben. Da haben wir einen Pool an Ideen, wo wir euch mal zwischendurch fragen werden, Mensch, das oder das? Und ihr könnt dann eure Meinung abgeben und der Gewinner wird dann von euch gekürt. Die bekommen dann jeweils fünf Punkte. Und es wird noch von uns ein paar Überraschungs-Quests geben. Da sind kleine, aber auch gemeine Aufgaben dabei, die die Spieler, die die Teams erfüllen müssen. Und wer das schneller, besser macht, der bekommt dann auch fünf Punkte für diese Aufgabe. Ihr seht, im ersten Block gibt es nur ein Zuschauer-Voting und ein Überraschungs-Quest. Dann ab dem zweiten Block entsprechend von beiden Typen jeweils zwei Punkte zu vergeben. Das ist das System, mit dem wir hier antreten werden. Jetzt mal unter uns gefachsimpelt, Marcel und Matze, du meintest gerade, die Kleinen sind immer die Gemeinsten. Habe ich das richtig verstanden oder irgendwas völlig missverstanden? Ja, also Napoleon-Komplex. Also ich kenne das so, dass kleine, aber feine, gemeine Leute könnten es durchaus geben. Und die sind immer gemein. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Ich weiß auch nicht, ob sie das wirklich nur auf die Körpergröße bezieht oder auf ein kleines Reich. Und dabei kann man sich ja gerne um Kopf und Kragen reden, weshalb ich dir mal an Marcel übergeben werde. Und ich mal frage, wie stehst du dazu, Marcel? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, also früher hätte ich dir dazu gestunden. Aber mittlerweile denke ich, das ist so ein Klischee, dass die kleinen Leute wirklich immer die Bösen sind und die Fiesen. Also das trifft, glaube ich, jeden gleich. Ja, wir fragen mal die Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat. Ihr seid sicher vollkommen unabhängig bei der Beantwortung dieser Frage, weil es ja weder große noch kleine Menschen bei euch gibt. Ihr seid ja alle mittelgroß vermutlich. Schreibt gerne mal kurz in den Chat rein, sind die Kleinen die Gemeinen oder sind die Großen die Fiesen? Das ist eine beinahe schon philosophische Frage, mit der wir heute beginnen. Na zum Ende, wir können beinahe schon loslegen, ne? Ja, einer muss sich noch zuweisen. Hm, genau. Aber wir sehen auf jeden Fall... Ja, ich höre dir zu. Ja, wir sehen hier live tatsächlich, wie sich die beiden Gruppen das aufteilen. Und insbesondere finde ich natürlich immer spannend, was die Kapitäne machen. Also Teppik zum Beispiel wird hier permanent für den ganzen Abend über der Gilgamesh sein, während sich Eistrache als die Königin der Reiter verschrieben hat und uns hoffentlich viel Freude bereiten wird mit einer großen Kavallerie. Ich bin mich mal sehr gespannt, was sie machen werden. Jetzt muss noch ein Teammitglied sich zuweisen und dann sind wir tatsächlich auch gleich bereit und können in den Countdown gehen. Wunderbar, dann starten wir. Auf geht's mit Civ 6. Ich bin auch bereit. Wir sind im Spectator, im Beobachter-Modus. Wir zwei beide. Alle anderen machen sich auch startklar. Sie müssen nur noch auf bereit klicken. Die hören uns im Augenblick übrigens nicht, die Spieler. Die sind in verschiedenen Audio-Räumen. Jedes Team in einem. Und wir können nachher auch mal bei dem anderen oder bei dem einen oder anderen Team reingehen und dann Schwätze mit ihnen halten und gucken, worum es geht. Im Hintergrund läuft nicht die Spielmusik, sondern der WB-Soundtrack. Meine Originalabmischung, die ich mir zusammengebastelt habe mal für Civ. Beinahe alle sind da. Marcel wird wahrscheinlich gleich im Hintergrund einer Technik rumwirbeln. Schon mal vielen Dank für die erste tolle Vorbereitung bis nachher. Ja, sehr gerne. Hoffen wir, dass es auch weiter so gut läuft mit der Technik. Bislang passt. Die Typen liegen da ja oft im Detail. Ja. So, alles startklar, Matzer? Ja, noch nicht ganz. Wir müssen tatsächlich noch einmal kurz schauen. Bei Team Nummer 2, bei dem Team von Eisdrache gibt es da. Jetzt ist Kyros zugewiesen. Es sieht gut aus, Leute. Gleich werden sich hier alle auf bereit geklickt haben. Und dann wird der 10-sekündige Countdown starten und dann geht das Spiel los. Also Draco ist Saladin. Toffel ist Trajan. Lephre, beziehungsweise Louis ist B3-Mate, ne? Der ist Kyros. Genau. Und der Countdown läuft auch. Und Grof-Gerek ist Kleopatra. Ich bin nicht mal gespannt. So, und jetzt muss mir noch kurz auf die Sprünge helfen, weil ich es mir eben nicht notiert hatte. Wer war nochmal in welchem Team von den Vieren? Von den ersten. Ich hatte es mir auch nicht notiert. Das kriegen wir aber gleich gemeinsam raus. Ich kann es kurz aufdrösen, weil ich kann ja auch... Da steht es, lieber Daniel. Für uns alle. Sofgerig, Eisdrache und B3-Mate in Team 2 und Teppig, Toffler und Draco in Team 1. Da haben wir es extra nochmal für uns. Und ich bin zu frei. Ich mache mir meinen Screenshot davon. Dann kann ich das gleich auch wieder rezitieren, falls du mich nochmal so überraschenderweise fragen solltest. Die erste Runde ist da. Prima. Wir sehen die Kartenwelt. Die erste Runde, wir spielen ja mit einem dynamischen Rundentimer. Für euch, liebe Leute, das bedeutet, dass die Leute hier etwas unter Druck gesetzt werden, weil man in der Regel zu Beginn noch ein bisschen Zeit hat. Später im Laufe der Partie kann man nicht mehr so ganz drüber nachdenken, was man hier alles machen muss. Die erste Runde ist unbegrenzt. Da kann man sich erstmal eingrooven. Die Leute können sich auch innerhalb der Teams hier austauschen per Audio. Und werden jetzt natürlich erstmal versuchen, einen geeigneten Standort für ihre Siedlung zu finden. Wir klicken uns gleich einmal durch, wer wo ist. Teamkapitän Eisdrache ist. Wo gelandet? Oh, ich kann im Augenblick... Doch, das ist Eisdrache. Das ist der Siedler von Eisdrache. Da ist ein Krieger. Eine recht passable Startposition mit Bergen rechts daneben. Mit einer Luxusressource Tee. Wasser ist auch da. Trinkwasser ist nicht... Süßwasser ist nicht da, aber eine gute, angenehme Küstenlage. Damit kann man arbeiten. Gute Nahrungsfelder und auch Produktion. Das sieht sauber aus. Mit dabei ist außerdem Grot-Gerek und seine Ägypter. Das hier sind... Das ist Grot-Gerek. Auch eine gute Startposition. Wir spielen allerdings auch mit einer extra Einstellung. Die, denen beim Start hilft, Matze. Ja, absolut. Also für euch, liebe Leute. Ich glaube, wir haben ja noch gar nicht erwähnt. Das ist eine fraktale Karte. Also es ist wirklich total abstruse und ganz coole geografische Gegebenheiten, die wir haben können. Sehr zufällig angeordnet. Und um das ein bisschen auszugleichen, haben wir gesagt, okay, es wird legendäre Startpunkte geben. Das heißt also, dass dort, wo wir sehen, dass die Einheiten spawnen, sind ein paar mehr Luxusressourcen, ein paar mehr Bonusressourcen oder es wird auf die Erträge allgemein geschaut, damit wir auch einen zügigen Start hier in die Partie haben werden. Also das hier vorne ist der Startsiedler von Gros, von Grot-Gerek. Das sind seine Ägypter. Und die Dritten im Team hier vorne, das ist Louis. Und Louis müsste dann hier unten sein. Und der hat es nicht ganz so gut erwischt wie seine Teamkollegen. Wüstenlager, auch keine Flüsse, kein Trinkwasser, das ist die Siedlerlinse. Doch Trinkwasser gibt es über die Oase hier. Eine Wüste kann man oft später im Spiel vernünftig nutzen, durch entsprechend, was weiß ich, Panthörn oder irgendwelche anderen Geschichten. Ist aber keine sehr einfach zu spielende Situation. Hier unten auch Tundra, das ist echt, da hat das Team schwer erwischt. Das ist kein optimaler Standort hier. Auch wenn es hier gleich zwei Luxusressourcen gibt, Tee und Marmor. Tee hatten wir allerdings oben schon beim Teamkapitän. Das ist ein Mauerstart, da kämen die Perlen noch dazu. Wir können die strategischen Ressourcen im Augenblick noch nicht sehen, aber das ist so ein kleines erstes Handicap. Jetzt gucken wir uns die beiden anderen an. Teamkapitän Teppich ist wo? Teppich ist gelandet. Hier vorne, das ist Teppich mit seinen Römern. Ganz und vielleicht magst du das mal kommentieren, Matze, wie das bei ihm aussieht. Ja, also die Römer auch an der Küste. Das ist immer vorteilhaft, wenn man dann tatsächlich auch über die See die Karte erkunden kann. Ich finde von den Ertragsmöglichkeiten im ersten Ring sieht das eher mau aus für den armen Römer. Wir haben im vierten Ring zwar ein relativ cooles Feld, entschuldigt mit dem zweiten Ring, wollte ich sagen. Aber ich sehe auch gar keine Luxus- oder Bonusressourcen für ihn hier, die unmittelbar erreichbar sind. Also er wird vielleicht doch sehr schnell wandern müssen. Auch eine wirklich herausfordernde Situation, nicht viel Produktion, nicht viel Nahrung zuerst zu erreichen. Also da bin ich gespannt, wie die Römer da das Beste draus machen wollen. Aber sag mal, was ist denn... Oh, das war doof. Bei mir funktioniert die... Ich kann die Ressourcen-Icons nicht mehr anzeigen lassen. Ja, wahrscheinlich ist der Shortcut irgendwie gebunden, glaube ich. Die Q ist ja normalerweise der Shortcut dafür. Das ist anscheinend gebunden an die Sachen oben. Ich versuche mal das wieder anzumachen. So ist es, sind sie wieder da. So klappt das wieder. Und das hier oben sind doch Luxus-Ressourcen. Das sind Silber-Vorkommen ganz oben. Und jetzt sehen wir sogar schon die strategischen Ressourcen, die irgendwann kommen werden. Ich habe mal den gesamten Fog-A-Hor gelüftet. Und wir müssen uns nachher auch einen Punkt überlegen in der Kartenmitte, den alle erreichen sollen. Das hier sind vorne also die Römer. Hier kommen dann doch Flüsse und ein paar Sachen dazu. Dann schauen wir uns das einmal an bei seinem Teamkollegen bei Draco Mortem und bei den Arabern. Gerade, perfektes Timing. Gerade die Start gegründet. Und das ist, finde ich, ein guter Startpunkt, weil auf schneller Spielgeschwindigkeit Multiplayer und Rundentheimer, da machen wir doch mit Dschungelfeldern an Flüssen nichts falsch, Madze. Nein, gar nicht. Also diese Dschungelfelder ist recht, wenn da noch ein Hügel drunter ist. Die geben von Beginn an sehr viel Nahrung und Produktion, die man zu Beginn der Partie natürlich gut nutzen kann, um sich weiter auszubreiten. Und ich sehe auch Bonus-Ressourcen durchaus in erreichbarer Nähe, sodass hier die Araber sich ganz ruhig durchschlagen sollten in den ersten Runden. Und dann haben wir als letztes noch dabei, das waren die Araber Draco Mortem. Nee, das waren die. Und Toffler hat die. Genau. Ach, Teppich hatte. Ich dachte, Teppich hatte die Römer. Nee, Teppich hatte Gilgamesch. Ich habe das eben falsch erklärt. Der hat Gilgamesch, genau. Wir waren hier oben bei den Römer, genau. Und Teppich ist dann hier ganz links irgendwo, ne? Teppich ist dann, wo ist der? Der hat schon Stadt aufgedeckt. Hier vorne ist, glaube ich, Teppich. Das ist Gilgamesch und das sind die Sumerer. Auch hier später wird er viele tolle strategische Ressourcen entdecken. Süßwasser und Meer, eine geschützte Bucht. Ein Dschungelfelder drumherum. Ein tolles Bananenfeld. Sensationell, das er sofort nutzen kann für viel Wachstum und viel Produktion. Hier unten noch, Mensch, der hat Schwein ohne Ende. Die Pferde wird er früh aufgedeckt haben durch die entsprechende Tierzuchtforschung. Auch die Steine, auch das Eisen wird er früh haben. Luxusressourcen, alle Himmelsrichtungen. Boah, das ist tatsächlich gut. Die Berge sind cool für Campusbezirken, Vulkane gibt es noch in der Nähe, die das noch weiter anreichern werden. Also das ist echt für mich, wie ich finde, ein Traumstart. Pustet gerne mal im Chat, wie ihr denn so die Startpositionen findet, liebe Leute. Oder wenn ihr, wo ihr sagen würdet, an welcher Position möchtet ihr am liebsten starten von den Texten, die wir euch gezeigt haben. Hör mal, lieben Dank an Wutzup, an Bornslippi, an Krawalpascal für die vielen Abos, an Tom aus Berlin, an Trivitie und so weiter und so fort. Danke an euch alle. Und jetzt suchen wir uns noch, Matze, das müssen wir machen, ein Punkthaus in der Kartenmitte, von dem wir sagen, der ist so zentral und das ist der Punkt, ich zeige nochmal kurz, worum es geht. Das ist die Übersicht hier, wie hier Punkte verteilt werden und unter anderem in der ersten Runde schon, wer im ersten Block, also bis über den Daumen, sagen wir mal so bis 18 Uhr, aber den Daumen, diesen Ort am längsten hält, bekommt dann Punkte. Der wird am Anfang aber schwer zu halten sein, weil die müssen wir erstmal hinfinden. Vielleicht suchen wir uns zwei Spieler, die relativ dicht nebeneinander liegen, sodass sie eine realistische Chance haben, diesen Punkt überhaupt zu erwischen, Matze. Was könnte das für ein Punkt sein? Was fällt dir ein? Also was ich ganz spannend finde, ist, dass sowohl Pokowka als auch Uruk, also das sind die beiden Startstädte für unsere Teamkapitäne, relativ zentral gelegen sind und die könnten sich durchaus schnell finden. Die haben dann zwei Stadtstädte dazwischen in der Mitte der Karte mit Nazca und Granada. Wir müssen einfach sagen, darf ich den Vorschlag laut äußern? Wir sagen denen einfach, hört mal, sobald ihr Nazca gefunden habt in Stadtstaaten, geht es darum, möglichst viele Runden lang mindestens eine Einheit innerhalb der Stadtgrenzen von Nazca stehen zu haben. Und die Fraktion, die beim Rundenwechsel mehr Einheiten innerhalb der Grenzen stehen hat, liegt vorne und bekommt einen Punkt. Wenn die gleich viele Einheiten dort stehen haben, beide 0, beide 1 oder so, gibt es keine Punkte. Muss halt mindestens eine Einheit mehr als die anderen innerhalb der Grenzen stehen haben. Da kriegt man für jeden Rundenwechsel einen Punkt. Also die Schwierigkeit ist, dass irgendwann ja die Grenzen geschlossen werden. Das heißt, man müsste dann auch sozeren sein, um überhaupt eine Einheit da reinstellen zu können. Oder die Stadtgrenzen von dem Stadtstaat. Eine Tiefe wäre zu sagen, an den Grenzen drumherum. Also innerhalb der Grenzen oder in einem Feld, Umgebung oder direkt neben den Grenzen. Das können wir auch sagen. In der Stadt oder ein Feld daneben. Können wir die irgendwie, wie die beiden Betroffenen, wir können die beiden Betroffenen auch nehmen. Das ist Uruk, sagt es du, Team Kapitän. Also Teppich und das ist die, und die Sküten mit unserem Eisdrafen. Was schlägst du vor, wie wir denen die Botschaft übermitteln sollten? Ich gehe einmal ganz kurz zu den beiden. Waren die vor? Hol die mir beide zu uns. Ja, mach das bitte. Und dann sagen wir denen das. Prima, so machen wir das. Ja, Jim Rainer, das geht auch. Das, was du gerade ansprichst. Noch kurz zum Prozedere, damit ihr wisst, wie der Ablauf hier ist. Später im Laufe der Partie werden wir noch zweimal die Teams durchwechseln an alle, die später gekommen sind. Eisdrahe und Teppich sind gesetzt, die sind fix. Es gibt weitere Mitspieler, die kommen im Laufe der Zeit dazu. Zweimal machen wir Wechsel durch die Teams. Und dann bekommen die beiden Teamkapitäne jeweils zwei neue Teammitglieder neben sich. Und genau, so sieht es aus. So, jetzt sollten eigentlich alle bei uns sein, Matze, die Teamkapitäne. So sieht es aus. Genau. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallöchen. Pierre und Eisdrahe, beziehungsweise Teppich und Pierre und Eisdrahe auf der einen Seite und Teppich und Oliver auf der anderen Seite. Das sind Eisdrahe und Teppich. Ihr als Teamkapitäne, wir spoilern euch mal. Und zwar bei jedem von euch in der Nähe, bei euch beiden in der Nähe, liegt ein Stadtstaat. Der Stadtstaat heißt Nazca. Religiöser Stadtstaat, ihr seid Ziffer-Rateran, das sagt euch das was. In welcher Richtung der zu euch liegt, sagen wir nicht. Aber wenn ihr den Stadtstaat findet, bekommt ihr Punkte. Und zwar dadurch für jeden Rundenwechsel, bei dem ihr mehr von euren Einheiten entweder innerhalb der Grenzen von Nazca stehen habt oder ein Gelände fällt neben deren Stadtgrenzen, bekommt ihr einen Siegpunkt. Nee, stimmt nicht. Ihr bekommt am Ende der Partie 15, wenn 15 Siegpunkte verteilt, am Ende des Blocks an diejenigen von euch beiden, der halt auf diese Weise mehr, ich habe meine Einheiten dort positioniert, Punkte bekommen hat. Habe ich ihn verständlich ausgedrückt oder habe ich gestammelt? Nee, ist verstanden. Alles klar. Stadtstaat finden, Siegpunkte kriegen. Ja, wunderbar. Zusammengefasst, du solltest moderieren. Viel Glück, bis später. Danke. Bis später jetzt, weil ich schiebe euch mal wieder zurück, ja? Ja. Danke. Ich bin noch nicht in Topform, ich muss mir noch mehr Kaffee reinpfeifen. Oder irgendwie Kuwalda, unser Maskottchen, mir organisierend ist in meiner BB-Tage. Ich will nicht nur unappetitliche Details gehen. Stammzuschauer wissen, worüber ich rede, der Rest kann glücklich sein, dass ihr nicht wisst, worum es geht. Hier werden die Punkte verteilt. Matsumen, weil meinst du, die laufen jetzt wirklich rum und versuchen, das zu entdecken? Oder die scouten ja ohnehin, ne? Also die scouten auf jeden Fall ohnehin. Aber zum Glück läuft ja auch der Stadtstaat ein bisschen drum. Ich bin gespannt. Also wenn ich mir angucke, die Sumerer mit dem Streitwagen sind schon ein bisschen auf dem Weg zu Nazca. Auf der anderen Seite ist auch Eisdrache mit dem Speer im Westen schon gar nicht so weit weg. Also das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, wird zuerst den Stadtstaat entdeckt. Und dann, möglicherweise werden ja die Spieler nicht nur ihre eigenen Einheiten dahin stellen, sondern auch sagen, ich werde so zerrennen, ich hebe die Einheiten aus. Dann habe ich ja auch quasi meine Einheiten direkt dort vor Ort. Das kann also auf vielerlei Weise jetzt echt spannend werden. Vielleicht bekriegen sie sich auch dort untereinander, je nachdem, was sie machen wollen, um ihnen diese 15 Punkte am Ende zu bekommen. Dann gehen wir noch da rein nochmal durch, wie die ersten Stadtgründungen sich entwickelt haben. Wir spielen auf Online-Geschwindigkeit, also rasant. Und mit dem offiziellen Rundentimer von Civ 6, also nicht mit einer Mod, sondern einem Rundentimer, mit dem man Gas hat im Spiel, mit dem es schnell geht. Aber nicht so schnell, dass man hier völlig überfordert wäre. Das ist Uruk, das sind die Sumerer, das ist die Zipfe, die sich Teppich genommen hat, der Anführer von dem einen Team. Ein Siedler gerade schon erzeugt, er will gleich weiter siedeln. Hier läuft sein Kriegswagen Richtung Westen. Und die Position ist wirklich lecker, die ist total top. Dann gehen wir ein Stückchen mal nach im Nordosten hier, Stadtstaat Samarkand, der G, daneben gelegen. Nochmal rüber zu Rom und Rom sind die, ist ein Teamkapitän von Teppich, das ist Toffel, Toffel King hier vorne, den hatten wir eben. Und er zieht auch schon mit einem zweiten Siedler hier gerade los. Zieht Richtung Westen, etliche Speer sind unterwegs hier an Barbarencamp, viele Stadtstaaten. Die strategischen Ressourcen sehen wir. Ein unbewachter Siedler. Ja, in der Tat. Der scoutet mit Siedlern, das ist ein echtes Mitglied unserer WB-Communität. Oder? Also absolut. Also wer das nicht macht, der kann nicht von sich behaupten, ein echtes Mitglied der WB-Communität zu sein. Alle an euch. Wenn ihr scoutet, unbedingt ohne Bewachung los schicken. Ansonsten ist der Nervenkitzel ja auch nicht da. Und, aber man muss sagen, ich weiß nicht, wer es macht. Zeitweilig, er hat ja so eine Tarnvorrichtung. Zeitweilig sieht man seinen Siedler nicht. Zumindest ich nicht. Dann zieht er sich so eine Tarnkappe über. Und das ist schon, also das ist das Veteran-Niveau vom Allerfeinsten. Siedler tarnen zu können, das ist Respekt, kann man nur sagen. Das ist wirklich vom Allerfeinsten. Ein Stück weiter Richtung Süden. Kairo, das ist Saladin. Ebenfalls, das ist das dritte Teammitglied von Teppich. Das ist Draco Mochtem hier unten. Uran. Wenn der wüsste, dass da Uran schon ist. Es strahlt in Kairo. Hat auch ein Siedlererzeug gerade, Matze. Ja, Hammer. Also, ausbreiten tun sich unsere Leute tatsächlich schnell. Das ist ja auch erstmal ganz wichtig bei so einem Voreckspiel, dass man möglichst viel Platz für sich einnehmen kann, um ganz viele coole Ressourcen abzugreifen. Und dann hoffentlich, ich bin schon sehr gespannt, dann bald die ersten Militäreinheiten auszubilden und zu gucken, wo ist der Gegner und wem kann ich mit meiner Keule auf den Kopf hauen. Das mache ich ja persönlich immer ganz gerne. Ja, das sind die Perser, angeführt von Kyros bzw. von Lefrem, einem der Teammitglieder des Teams Eisdrache, also hier dem Team links. Das ist das andere Team von Teppich. Da hatten wir ja gesagt, Stadtposition geht so, geht nicht ganz so gut, mit viel Tundra im Süden, mit viel Wüste im Norden und alles ein bisschen schwierig. Auch hier ein Siedler in der Produktion. Was ich erstaunlich finde, dass der anscheinend wirklich dahin geht, Passagade, die Hauptstadt, da erstmal viele Bürger zu generieren, also den Siedler später zu erzeugen, als die anderen das machen, obwohl die Stadtposition so mau ist. Also ich hätte da persönlich eher den Reflex, möglichst schnell die Stadt hier aufgeben. Wohnraumprämie gibt es ja auch. Also es gibt ja auch kein Trinkwasser hier. Möglichst schnell eine zweite Stadt gründen, oder? Ja, ja. Also der Siedler ist im Bau, aber ja, also es sieht halt auch nicht so toll aus, ne, von den möglichen Siedlerplätzen. Also du hast uns gerade die Siedlerlinse angezeigt. Es ist halt auch viel schon vergeben drumherum und Wüste, Tundra, beides nicht so attraktiv. Ich persönlich würde ja zusehen, dass ich vielleicht etwas in den Norden käme, an dieses Schwemmland, wo dann durchaus auch noch ein paar andere Geländefelder, Bonusressourcen, Luxusressourcen sind. Aber ansonsten hat er gar nicht so viele coole Felder, wo er sich hin ausbreiten kann. Einmal rüber zum nächsten. Hier vorne, das ist Raketet, Kleopatra, diese Nase. Kleopatra und ihre Ägypter sind hier vorne. Groff, beziehungsweise Grot-Gerek, anderes Teammitglied von Eisdrache, ist hier untergebracht. Und ja, im Vergleich zur Konkurrenz ist er eigentlich okay. Männer, ich würde hier Richtung Süden eigentlich expandieren und das macht er auch. Hat schon hier einen Siedler runtergeschickt, steht auf einem Schokoladenvorkommen. Ahnt nicht, dass jenseits der Berge jede Menge Barbaren darauf warten, ihn abzuschlachten. Eisen, ob er Eisen schon sieht, weiß ich im Augenblick nicht. Ich glaube eher nicht. Wir klicken ihn mal an. Er erforscht gerade den Bergbau. Nee, das kommt viel zu früh. Wir können uns bei allen anzeigen lassen, hier in der Mod auch, was sie schon erforscht haben, oder? Genau. Also wir müssen dann einmal auf die Person anklicken, die wir sehen wollen und danach dann den Tag-Bildschirm öffnen. Dann können wir das Ganze teilen. Aber dann würde er laut dieser Ansicht ja gar nichts aufgedeckt haben. Was mache ich gerade falsch? Tierzug läuft, er hat noch gar keine Forschung. Das kann doch nicht sein, wir sind in Runde 15. Hier stimmt irgendwas nicht. Dann stimmt da was mit der Anzeige tatsächlich nicht. Tierzug läuft gerade. Ich werde gerade gebeten, lieber Daniel, ob du vielleicht ein paar der Soundeffekte, insbesondere mit dem runden Timer, der da ja dann immer so rein donnert, vielleicht etwas leiser machen könntest in deinen Einstellungen. Wieder rein. Das kann ich sehr gerne machen. Also hier vorne, da wird sicher gleich eine Stadt gegründet und dann haben wir hier hinten noch Pokrovka. Das sind die Sküten, das ist Eisdrache mit Tumyrus. Das ist die letzte Zift, die wir uns, glaube ich, jetzt im zweiten Durchlauf anschauen. Am Kaspischen Meer gelegen, nach ihm benannt. Auch Dschungel in der Nähe, finde ich echt hilfreich. Und Berge, auch gut geeignet hier für Bezirke, für heilige Städte, für Campusdistrikte. Ein Siedler, der Richtung Osten zieht, das ist okay. Was hier oben ist, ich gehe mal hier raus, in den beobachten Modus, dann sehen wir das besser. Im Norden jede Menge Berge. Verfolgst du eigentlich, ob die schon Nazca aufgedeckt haben, Matze? Ja, das kann man sich nicht so hundertprozentig anzeigen lassen. Man kann sich natürlich nur ein bisschen die Sichtbarkeit angucken. Und ich würde behaupten, dass Eisdrache auf jeden Fall Nazca entdeckt hat. Da ist nämlich mit dem Siedler, mit dem Speer quasi fast daneben. Und jetzt gucke ich mal kurz bei Teppik mit rein. Teppik ist auch mit seinem Kriegswagen daneben. Also sie sind jetzt tatsächlich so langsam in diesem Bereich da. Steht aber noch nicht an den Kulturgrenzen dran. Nee, aber wie entzückend das ist. Beide wissen, sie müssen Nazca finden. Und haben doch vermutlich den Stadtschat. Ja, beide haben den Stadtschat auch aufgedeckt. Das ist die Sicht von Teppik. Und das ist die Sicht von Eisdrache. Die wissen, hier werden die Punkte verteilt. Aber stehen nebeneinander. Und jetzt überlegen die sich, wer bringt wen um. Und ich glaube, Teppik hat mit seinem Kriegswagen hier die etwas besseren Krachten beim mörderischen Spiel, oder? Ja, da würde ich auch sagen, dass er etwas überlegen ist. Und ich bin gespannt, ob wir gleich schon die erste Kriegserklärung am heutigen Abend sehen werden. Oder ob dort erstmal Kontenanz gewahrt wird und ein Abwarten stattfindet. Aber wäre nicht Teppik jetzt mal unter uns? Hätte der nicht, entschuldigen, dass ich das mit Blick auf den Kriegswagen auch so formuliere, hätte der nicht ein Rad ab, wenn er nicht den Krieg erklärenden Speer, und er ihm unterlegen ist, ausmerzen würde, um in aller Ruhe hier in Nazca Punkte zu haben, dadurch, dass er den Kriegswagen hier parkt. Ja, also das würde ich auch ihm dringend nahelegen. Aber vielleicht weiß er auch nicht, ob da noch andere Einheiten jetzt da sind oder nicht da sind. Vielleicht ist er zurückhaltend. Wir müssten ihn mal fragen, was er da denkt. Er scheint offensichtlich nicht gegen ihn vorgehen zu wollen. Mich irritiert das massiv. Guck mal, jetzt lässt er den abhauen. Und er parkt hier. Ja, er spekuliert wahrscheinlich drauf, dass er jetzt stiften geht, weil er Schiss hat und nicht hier vorne parken möchte und dass er einfach hier nur kurz stehen bleiben muss. Er muss ja auch nur eine Runde länger dastehen an den Grenzen als die andere Fraktion. Und schon sagt er am Ende, ich zeige es gerne nochmal kurz im Bildschirm, die vollen 15 Siegpunkte ab oben zu sehen, dafür, dass er hier in Nazca die von uns gestellte Herausforderung gepackt hat. Insofern, dumm ist das nicht. Und im Augenblick? Das stimmt. Also dafür gibt es jetzt auf jeden Fall dann einen Punkt. Genau. Bevor wir jetzt rübergehen und mit ihm ein Schwätzchen halten, wir machen noch eine ganz andere Sache. Wir kommen zum ersten Zuschauer-Voting. Ja. Ja, und wir fangen damit an. Hier, Punkte. Punkte könnt ihr vergeben. Deshalb machen wir uns auch keine Voraussagen hier heute, weil das wird ja beeinflussen, wie ihr eure Punkte verteilt. Und die heutige, die Zuschauer-Frage, über die fünf Siegpunkte im ersten Block vergeben werden, ist folgendes, ich bestimme das gerade spontan einfach, ist die Frage, welches der beiden Teams, wir reden gleich mit, nee, bring mich da mal bitte mit meinem Chat, mit den beiden Teamkapitänen zusammen, Matze. Ja, ich bereite das mal kurz vor, Kleiner. Und ihr könnt gleich die ersten fünf Siegpunkte vergeben. Ich hoffe fair und unparteiisch. Überlegt es euch gut. Matze redet im Hintergrund mit den beiden, holt sie gleich zu uns. Und die beiden sind jetzt auch schon bei uns. Hallo ihr zwei. Hallo Eistrach, hallo. Teppich. Hallöchen. Wir sind in Runde 19. Ihr habt bis Ende Runde 20 Zeit, euch wieder mit uns zu treffen und uns den Namen eures Teams zu nennen. Wir werden gleich die Zuschauer bitten, den cooleren Teamnamen mit einem Preis zu belobigen, der euch fünf Siegpunkte bringt. Bis Ende Runde 20 habt ihr Zeit. Schnell zurück zu euren Teams. Überlegt euch einen coolen Teamnamen. Bis nachher. Ihr seid die Juroren. Ja, wir sind auch wieder unter uns. Ihr seid die Juroren. Genau. Gleich kommen die. Jetzt kommt Runde 19. Das geht jetzt ganz fix. Sie müssen uns der Zeitdruck sich mit anderen Teamnamen überlegen. Wir machen es auch bei Teamnamen ja brutal und mit Rundentimer. Und ihr könnt dann abstimmen und könnt dann hier sagen, wer soll deshalb die ersten fünf Siegpunkte bekommen. Und für dich ein bisschen stressig, weil du gleichzeitig hier beobachten musst, Matsumen, wie dicht stehen die an Nazca. Nach meiner Beobachtung, sie lehnt hier einfach eine Runde im Plus, das Teamteppich, weil da halt der Kriegswagen immer eine Runde früher geparkt hat als auf der anderen Seite der Speer. Das ist ganz simpel. Genau. Aktuell noch, weil sehen, wann die nächsten Einheiten hier auftauchen. Ja. Und jetzt reden wir mal. Nee, du bist dafür zuständig, die Teamkapitänin zurückzuholen. Wir haben Ende Runde 20. 51 Sekunde noch. Gleich muss der Teamname kommen. Danke an 1029798105 für das Abo. An Acepep ebenfalls. An Horknight. Danke an dich. An Kirin Tass. Liebe Grüße. Triple Hacks. Ebenfalls danke für die zartlosen Abos, die gerade reingekommen sind. Und Kribu. Liebe Grüße an dich. Danke dir. Born Sleepy ebenfalls. Wutzup auch. So, Runde 20. Neigt sich dem Ende. Guck mal. Guck mal hier oben. Was macht der denn? Ja. Der zieht weg. Ich glaube, der pukert. Der denkt wahrscheinlich, dass der Eisdrache abgehauen ist mit dem Speer, weil er denkt, dass er nicht gewachsen ist dem Kriegswagen. Und dann hätte er sich aber grob verpukert. Ist das nicht krass? Das finde ich jetzt auch extrem spannend. Ich meine, er hat eine Stadt in der Nähe gegründet. Also er kann aus der Stadt heraus gleich relativ schnell Einheiten darum herumstellen. Aber ich hätte ja persönlich die Einheit erstmal noch stehen gelassen. Ich auch. Um die Punkte möglicherweise abzugreifen. Jetzt zieht er wieder zurück. Also eine Runde hat er gerade verloren. Von der runden Anzahl sind die auf Gleichstand. Jetzt reden wir nicht on topic, sondern über den Teamnamen. Hol die beiden bitte dazu. Ja, das mache ich sofort. Und wir sind wieder zusammen. Habt ihr euch tolle Teamnamen überlegt? Ah, ist drachend. Jawohl, jawohl. Teppich fängt an. Euer Teamname, lieber Oliver, lieber Teppich, heißt? Die lachenden Möhren. Hast du gerade gesagt, die lachenden Möhren? Jawohl. Matze, hast du das auch verstanden? Die lachenden Möhren? Ja, also ich habe es hoffentlich richtig verstanden und habe nicht aus Krankenschlechter Krankenschlechter gemacht. Aber das ist ein anderes Universum, von dem ich gar nicht spreche. Ich habe die lachenden Möhren notiert, lieber Teppich. Nächster Teamnamen. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, jeder versteht auch die Anspielung, worauf es hinauskommt. Erklären geht nicht. Ja, doch. Darf er erklären, Matze? Erklären? Darf er erklären oder nicht? Ja, er darf ganz kurz erklären. Ja, doch. Erklär mal. Es gibt ja auch so eine Community-Aktion, die du zu Weihnachten machst und vielleicht weißt du jetzt auch schon, worum es geht. Ach, du, wegen der Charity-Aktion für die Tafel in Deutschland? Genau. Was? Oh. Ja, ich darf ja die Abstimmung im Chat nicht beeinflussen, jetzt aber versuche ich das neutralste Gesicht aufzusetzen, das ich in meinem mimischen Portfolio habe und das sieht etwas so aus. Ich zeige es mal gerne ganz kurz im Bild. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit Eistracher. Euer Teamname ist? Die farbenfrohen Bull-Athleten. Die farbenfrohen Bull-Athleten. Jetzt mal unter uns hier. Ich will den Chat wirklich nicht beeinflussen, Teppich oder unter Eistrachen, aber habt ihr ja irgendwie, ihr müsst ja einen 6-Stunden-Stream durchhalten, habt ihr irgendwelche Drogen eingepfiffen bei Start? Das bleibt das zahlige Geheimnis von euch beiden. Das hört sich jetzt sehr mysteriös an. Wir sind faire Athleten und ernähren uns heute ausschließlich von Gebäck und von dem einen oder anderen Getränk, die alle durch die Anmoderation genehmigt worden waren. Alles klar. Wir erzählen euch nachher, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Liebe Grüße an den Rest des Teams. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Bis dann. Bis gleich. So, jetzt bereitet Matzo und Mann eine Abstimmung im Chat vor. Oder hör mal, Matzo, oder willst du beobachten und hier mitzählen? Schaffst du das gleichzeitig, sonst macht das ein Chatmod mit der Abstimmung? Äh, mitbeobachten und mitzählen wird etwas schwierig, aber ich bin dabei, schon die Abstimmung mit vorzubereiten. Das ist aber auch wieder die Farbenfrohen Bull-Athleten, ich hoffe, oder die lachenden Möhren. Ja, das Problem ist, dass Twitch mich nicht den ganzen tollen Namen ausschreiben lässt. Ich schreibe mal nur die Farbenfrohen Bull-Athlet-Punkt. Also bitte nicht wundern, wie viel Zeit geben wir den Leuten zum Abstimmen, lieber Daniel? Länger. Gerne zwei Minuten oder so. Du kannst übrigens auch einfach nur Eis, Drache und Teppich reinschreiben. Finde ich auch nicht schlimm. Okay, zwei Minuten ist okay, ja? Mhm. Abstimmung läuft oben. Während Matze sich auf die Punkte hier sortiert, konzentriert, oben im Chat, Ausklappmenü, welches Team hat den cooleren Namen? Du könnt hier abstimmen, es geht um fünf Siegpunkte für das Team, das halt eurer Meinung nach den cooleren Namen hat. Wie sieht es bei den Siegpunkten aus? Ist das immer das halbe, halbe gerade derzeit? Ich glaube, ja, ne? Nein. Nee? Inzwischen ist ja ein kleines Schiffchen aufgetaucht, das sich technisch da etwas fast schon im Fog of Warver verborgen an Nazca herangeschlichen hat. Das ist natürlich sehr clever. Die kann man jetzt so schnell gar nicht da weg verscheuchen von. Das heißt, Eisdrache hat zwei Einheiten hier und Teppich hat nur einen, den Krieger, den Kriegswagen zu weit weg. Deshalb geht diese Runde und dieser Runde in den Wechsel für das in der Siegpunkte beispielsweise an Eisdrachen schon, ne? Genau. Und wer liegt insgesamt vorne? Inzwischen liegt Braun etwas vorne. Also Braun, entschuldigt, dass ich das so sage, aber die Sküten, die haben hier mehr Punkte als die Blauen. Ich bin immer sehr farborientiert bei solchen Sachen. Eisdrache, Tumyrus und seine Sküten liegen knapp vorne und nehmen im Augenblick auch Runde für Runde einen Punkt dazu, weil sie 2 zu 1 hier mit den Einheiten stehen. Das sollte eigentlich, ach, das weiß Teppich vielleicht nicht, weil da das Schiff nicht sieht. Wer ist in, gibt es in Nazca einen so zu reden? Keinen. Das heißt, die wissen auch noch nicht, die haben auch keine Sicht auf Nazca. Und er denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, die würden sich ja neutralisieren, ne? Ja, aber ich verstehe auch nicht, er hat ja da noch einen Streitwagen, den er kurz vor den Grenzen stehen lässt, aber nicht ranziehen möchte. Das verstehe ich auch nicht. Hat er irgendwo einen Siedler, den links, den er bewachen will? Jetzt stellt er sich daneben. jetzt hat er es gemacht. Jetzt ist es 2 zu 2 von den Einheiten her. Ja, ab jetzt ist es wieder ausgeglichen. Ja, ich gehe mal kurz durch die anderen Städte, du kannst gerne hier an Ortenstelle bleiben, sag Bescheid, wenn sich hier was Spannendes tut, wir gehen einmal quer durch. Wir haben hier einen Osten hier vorne, das ist Uruk, das sind die Sumera, sprich Gilgamesch-Teppich, das ist eine Hauptstadt hier vorne von Barbaren, heftig unter Druck gesetzt, Barbaren Bogenschützen und unfassbar viele Barbaren Reiter. Die sind alle hier vorne gespawnt, aus dem Dorf kommen die und die sind deshalb so viele Reiter, weil hier eine strategische Ressource Pferde in der Nähe ist und das führt dazu, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit viele Reiter kommen und das ist echt heftig für ihn und das beeinflusst vielleicht auch und dass er trotzdem von Osten aus hier so Druck ausübt, das ist schon eine stramme Leistung, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir hier oben, oh, das Team hat den cooleren Namen, die Lachen und Möhren haben gewonnen. 55% der abgehenden Stimmen für die Lachen und Möhren, 5 Siegpunkte gehen raus an Teppich. Teppich und das Team Teppich liegen vorne. Oliver hat die ersten 5 Punkte bekommen. Hier vorne sind wir bei den Römern. Die Römer spielt Toffelking unter Trajan, ebenfalls Team Teppich, heftig von Barbaren auch bedrängt, trotzdem eine weitere Stadt mittlerweile gegründet, hier vorne Kume. Automatisch sind dazwischen Straßen entstanden, weil das halt eine Eigenschaft ist von Trajan. Deshalb sollte auch in Kume bereits ein gratis Gebäude drin stehen, nämlich ein Monument sollte da drin entstanden sein. Das ist auch eine Eigenart. Das ist ein cooler Vorteil, das sollte denen auch viele Kulturpunkte geben bei der Forschung und beim Ausdehnen der Grenzen. Ebenfalls zwei Städte haben Saladin und seine Araber. Die Araber werden von Draco Mochtim gespielt, das ist ebenfalls, die gehören ebenfalls zum Team Teppich dazu hier vorne und auch massiv von Barbaren belagert. Von allen Seiten Burgenschützen, Berittene und Barbarenreiter. Für die, die SIV nicht so gut kennen, die berittenden Burgenschützen sind deshalb schlimm, weil die schnell sind und deshalb auch Siedler und Handwerker fangen können, aber mäßig kampfstark. Die können nämlich nur ein Geländefeld weit ausfeuern, deshalb kann man die in der Regel ganz gut austricksen, aber die Barbarenreiter sind schon ein bisschen fieser und ihr seht ja auch viele Kämpfe, die hier vorne ausgetragen werden. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter hier unten hin, da ist das die nächste Fraktion, das sind die Perser, Persagarde, die Perser, angeführt von Lefrem, von Louis aus Österreich, Kyros und die Perser. entsteht ein weiterer Siedler, eine Stadt hier gegründet mit Sparda und Persagarde, keine gute Startposition, für uns beide wahrscheinlich, Matsu und ich gleichermaßen überraschend, dass hier nicht Richtung Norden gezogen worden ist, weil hier gibt es viel, viel mehr Ressourcen, hier vorne zu sehen, die werden leider nicht immer angezeigt, hier das ist ein kleiner Anzeigefehler hier, hier vorne sind Weiden potenziell möglich, viel Nahrung, viel Produktion, viel Dschungel, wir gucken uns mal aus der Perspektive der Perser an, woran das liegen könnte, ob die das oben nicht aufgedeckt haben, doch die haben das aufgedeckt, komisch, also ich finde es persönlich überraschend, dass sie da nicht hingezogen ist. Ich glaube, also ich stelle meine Hypothese auf, lieber Daniel, ich glaube, sie möchten gerne diesem Auge von Afrika etwas näher sein und dort dann, wenn sich die Kulturgrenzen ausgebreitet haben, dann schnell Produktion und Wissenschaft generieren, weshalb sie wahrscheinlich in diese Richtung ist auch für eine Region für heilige Städten ein cooles Unterfangen. Dann gehen wir ein Stückchen nach links wieder rüber, auf die andere Seite des Kontinents und landen hier vorne Memphis und Shedet, das heißt Ägypten, angeführt von Kleopatra, von Groth, Grothgerik, Team Eisdrache, mittlerweile sogar drei Städte hier, die auch ordentlich Bevölkerung ziehen, ein heiliges Städtengebet, da geht jemand massiv auf Religion. Wir checken mal, wo wir beim Thema Religion sind, an Pantheon, Niemand hat bislang eine Religion gegründet. Große Persönlichkeiten Check, die Ägypter liegen am weitesten vorne, da waren wir gerade vor Ort, wir sehen sofort, wie sich das auszahlt, wir spielen auf Online-Geschwindigkeit, man braucht relativ wenig von diesen Punkten, um vorne zu landen, das heißt, wir sollten damit rechnen, die erste Religion wird mutmaßlich von den Ägyptern gegründet. Ich finde es ganz interessant, weil Ägypten jetzt nicht unbedingt die natürliche Zivilisation ist, um in Richtung Religion zu gehen, aber vielleicht können wir uns das nochmal genauer anschauen, warum oder wie sie das machen wollen und wir sehen es ja auch im Bild, also sie haben da eine heilige Städte offensichtlich früh gründen können und waren wahrscheinlich die ersten, die fertiggestellt haben und deshalb einfach am meisten Punkte schon gemacht haben und jetzt immer weiter mit den Gebeten Punkte erzeugen in der zweiten Stadt, die sie gegründet haben. Die heilige Städte liegt neben zwei Bergen, dadurch gibt es einen Achbarschaftsbonus von zwei, also zwei Glaubenspunkte und gibt halt die Möglichkeit, diese Stadtprojekte einzustellen, das laufend Glaubenspunkte generiert. Das machen viele Einsteiger nicht, die kennen das nicht so richtig, dass man damit Religionen boosten kann, aber das geht halt. So und dann müssen wir noch eine weitere Fraktion vorstellen, das sind die hier vorne, das sind wieder die Sküten, Tumyrus, hier landen wir dann wieder bei Eisdrache, eine Fraktion habe ich glaube ich gerade geschlabbert, ne, ich habe alle vier vorgestellt, die vier hier rechts, das ist die letzte, das sind Tumyrus, das ist Eisdrache hier vorne, mit den farbenfrohen frohen Bullathleten, auch hier ein heilige Städtengebet, auch hier eine heilige Städte, auch hier der Versuch auf einen großen Propheten zu gehen und die Sküten sind gleich dahinter und jetzt wird glaube ich die erste Religion gegründet, ne Matze? Ja, also das wird jetzt demnächst der Fall sein, deshalb wird natürlich auch der Rundentimer den Leuten etwas mehr Zeit geben, damit sie sich dann auch in Ruhe ihre Vorteile aussuchen können, die man ja bekommt mit einer Religion, bin ich gespannt, welche es sein wird, welcher Religionsname es sein wird und vor allem auch natürlich welche Perks sie dann haben. In Chat wird gefragt, ob Matsumen heute Lippenstift trägt, nein, Matsumen war eben eher, ja, ich will nicht sagen, eine graue Maus, aber er war nicht sehr farbenfroh, da habe ich mir persönlich gedacht, weil ich nun der Mann an der Kamera bin und deshalb auch der Master of Special Effects, dass ich mir einfach einen digitalen Make-Up-Artisten verpasse, ihr habt noch Glück, dass ich ihm das, die roten Farben nur auf die Lippen aufgetragen habe und nicht auf die Wangen und das sah ja noch ein bisschen heftiger aus. Matsumen, hättest du gerne weniger Farbe? Ach ja, wenn du mir den Lippenstift etwas wegnehmen magst, glaube ich, führt das zu weniger Irritation bei euch im Chat. WB war auch deshalb da etwas irritiert, weil ihr wisst ja, dass ich vielleicht also neben Community-Moderation hier noch einen zweiten Job mache und ich bin hier als Vampir aktiv und ihr wisst, dass es dazu gehört zur Rolle eines Vampires, dass man nicht zu viel Tint hat, nicht so dunkelpigmentierte Hautstellen hat, sondern eher so ein bisschen bleich aussieht und ansonsten glaubt man, dass ich tatsächlich ein Vampir bin und deshalb war WB heute Nachmittag etwas irritiert, als er mich gesehen hatte und als ich gerade aus meiner Kruft ausgestiegen bin, tut mir leid, aber ich fürchte, es geht nicht anders. Pino, vielen Dank. Lieben Grüße an Michaela, danke für die beiden Abos, die du verschenkt hast. Grüße auch an Ben Matt, danke für das sechste, Hades, liebe Grüße und an alle anderen, die ja Abos geben. Gleich machen wir auch noch was anderes, gleich geben wir euch was, nämlich viele Geschenke, dazu später mehr in der ersten Pause, aber hier im Augenblick noch nicht. In Nazca, Matsumen, werden Punkte vergeben, Max noch mal erklären, worum es geht und wie es hier gerade steht. Ja, also wir haben gesagt, wir vergeben Punkte, wenn es die Spieler schaffen, Einheiten in oder um die Geländefelder der Stadt zu platzieren und jetzt ist es tatsächlich passiert, dass unser Eistrache, der die Sküten spielt, schon die dritte Einheit nebenan stehen hat. Das heißt also, dieser bekommt jetzt seit Runde 28 immer wieder einen Punkt mehr auf seine Liste und führt auch unterm Strich mit seinem Team, dass er hier die Punkte bekommen wird. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Teppich müsste inzwischen gesehen haben, dass es dort ein Schiffchen gibt von Pierre, gegen das er nichts tun kann und ich muss jetzt zusehen, wie er andere Einheiten dazu bekommt, aber sie wollen immer noch keinen Krieg haben. Das ist die Kartenpestruktive von Teppich. Ihr seht, wie er das Schiff sieht. Das Schiff ist verdammt cool dort geparkt. Da kommt man nicht hin, man kann auch nicht mit einem Schleunerschutz irgendwie drauf ballern, das ist schwierig. Er könnte eigene Schiffe natürlich bauen. Die Frage ist, kann er das eventuell nicht Schiffe bauen? Er kommt hier von Osten mit seinen Städten. Die sind beide, er kommt da nicht mit Schiffen hin. In Nippur müsste er einen Hafen bauen, nur eine Stadt kann auch dann Schiffe bauen, wenn sie nicht an der Küste liegt, aber dann braucht sie einen Hafen. Und er hat hier halt, klar, Uruk, da kann man einen Hafen bauen, aber nicht Richtung Süden hin. Das heißt, er schafft es nicht, ein Schiff hinzuziehen. Und das hatte, ich wechsle mal in die Perspektive von Eisdrache halt besser lösen können. Ja, Pokrovka, vor Ort Schiff gebaut, einmal rübergezogen. Wird clever ausgespielt, muss man ihm lassen. Ja, absolut. Inzwischen übrigens wieder ausgeglichen. Teppik ist mit seinem zweiten Krieger jetzt angezogen. Das heißt also, jetzt wird wieder kein Team Punkte bekommen. Es bleibt also spannend, aber Teppik muss ein bisschen hinterher ziehen, wenn er das in diesem Abschnitt noch zu seinem Gunsten entscheiden möchte. Würdest du an Teppichstelle vielleicht versuchen, den Speyer von Eisdrache, ach komm, wir gehen nochmal rüber ins Team Teppich mit uns. Ja, kleinen Augenblick. Das erste Mal, dass wir wechseln in einen Audio-Kanal eines der Teams. Wir gehen rüber zum Team Teppich, also zu den lachenden Möhren und machen mit Ihnen ein kleines Schwätzchen her. Den lachenden Möhren. Hi, ihr Lieber. Wir sind da, lieber Daniel. Hi. Sehr schön. Wir spoilern euch nicht, wie die Situation rund um Nazca aussieht. Wir haben gerade mit dem Chat intensiv drüber gesprochen. Teppich Max mal schildern, welche Taktik du hier verfolgst. Also, meine Taktik ist, dass ich möglichst viel drumherum stehe und eigentlich hatte ich vorgehabt, auch den Stadtstaat einzunehmen. Ist allerdings jetzt, oh, jetzt hat sich gerade die Gelegenheit geboten, weil die Bogenschützen rausgegangen sind. Ja, das ist jetzt die Frage, wenn man das jetzt macht. An dieser Stelle hast du auch unter anderem wahrscheinlich keinen Krieg erklärt gegenüber Eistra, weil du gesagt hast, du willst lieber den Krieg erklären gegenüber Nazca. Genau. Und es hat ja auch große Nachteile, wenn man den Krieg einem Spieler erklärt, im Vergleich zu, ja, im Vergleich zu dem, was es halt für Vorurte und Nachteile gibt, wenn man einen Stadtstaat einnimmt. Also, man kriegt halt Kriegsmüdigkeit, wenn man einem Spieler den Krieg erklärt und Eistrache ist jemand, der sitzt, sowas einfach, die ganze Partie ist einfach aus und deswegen einen Krieg erklären ist nicht unbedingt immer so eine gute Angelegenheit. Das heißt, du würdest im Laufe der Zeit Kriegsverdrossenheit bekommen, weil Eistrache sich weigern würde, dann mit dir wieder Frieden zu schließen. Das ist so ein bisschen, Matze, sowas wie, der Erste, der zuckt, sprich, den Krieg erklärt, der verliert. Man guckt sich in die Augen, der Erste, der sagt, ja, okay, ich semmel dir jetzt eine, der hat dann im Prinzip schon verloren, oder? Die Frage ist, ob es darauf wirklich hinausläuft, ne, also, manchmal ist Angriff die beste Verteidigung oder Verteidigung der beste Angriff, also, zu lange da abwarten und schauen, ähm, ja, das weiß ich nicht, ob das lange gut geht, die Plätze sind ja auch begrenzt um den Stadtstatt herum, also, irgendwann wird es bestimmt ein bisschen Action geben müssen. Es sind sogar Dreibogenschützen, das ist ja noch schlimmer geworden. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du uns deine Gedanken geteilt hast. Wir wechseln einmal rüber ins andere Team. Matze, ähm, warnt die anderen einmal vor, aber kurz auch nochmal die Frage an deine beiden Teamkollegen. Fühlt ihr euch wohl in der Partie? Kommt ihr gut mit? Wie läuft es mit dem Rundentimer? Alles okay? Vor Spielgefühl? Ist jetzt sehr gut. Wir sind bei dem Team Pierre mit Eisdrache dabei. Hallo ihr alle. Na? Hallo. 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 Eisdrache, magst du mal deine Strategie oder deine Taktik rund um Nazca, den Stadtstaat und die Punkteverteilung da erläutern? Naja, wir haben überlegt mit Einheiten, Landeinheiten, der Oliver war genauso schnell da wie ich. Also, wir haben relativ zeitgleich den Stadtstaat entdeckt und ich habe gesehen, Land ist, äh, schwierig, aber was vor allen Dingen vielleicht das Zünger in der Wahl, äh, Lage sein könnte, sind Schiffseinheiten und deswegen habe ich relativ zeitnah eine Schiffseinheit gebaut, die nächste kommt, das da auch mitsteht und dann kommen jetzt auch noch Landeinheiten dank der Fähigkeit in meinem Doppelpack, ähm, sodass das Ganze vielleicht, äh, von Erfolg sein wird. Mhm. Ja, und wir haben eben auch darüber uns Gedanken gemacht mit dem Chat, wieso ihr so friedlich miteinander auskommt, dass keiner dem einen anderen den Krieg erklärt und die Einheiten versucht, militärisch zu vertreiben. Was denkst du dir dazu? Naja, das ist gerade ganz einfach, ich habe die schwächeren Einheiten an jeder Position bis auf auf dem Wasser gerade. äh, der Kriegswagen ist gegenüber meinem Krieger stärker, der, ähm, die Speer gegen die Krieger schwächer, äh, das ändert sich jetzt gleich erst, wenn ich, ähm, ja, wenn ich da mit Reiterei quasi ankomme, dann könnte gegebenenfalls was passieren, aber da müssen wir auch gucken, wird es gerade notwendig, ähm, das Ganze zu machen. Das heißt ja nur, wer mehr Einheiten hat. Die, wir müssen das den Ziff Einsteiger mal ganz kurz erklären, du spielst, du spielst, du spielst, du spielst die Sküten, äh, Matsumen und das kann in dieser Phase des Spiels, wo man relativ wenig Einheiten hat und eine schnelle, leichte Kavalerie billig bauen kann, ein ganz cooler Vorteil sein, oder? Absolut, also, wir sehen es doch gerade, in Gylunos wird ja gerade ein Reiter gebaut und wenn der fertiggestellt wird, wird unser Eistrache dafür sorgen, dass nicht nur ein Reiter fertiggestellt wird, sondern es passiert folgendes, es kommt noch eine zweite Einheit gleichzeitig dazu hinzu, sodass dann jede Einheit quasi, die man baut, ähm, gleichzeitig eine weitere Einheit erzeugt und damit kann man natürlich schnell eine Übermacht erzeugen. Das ist der Bonus der Sküten, beziehungsweise von Tymurus, ein leichter Reiter, da zack, ist der nächste hinterher, gilt bis zum Ende der Partie und nicht für die schweren Reiter, nur für die leichten. Wäre das für dich eventuell, ein Eistrache, auch ein Zeitfenster für dich und dein Team, dann in die Offensive zu gehen und doch einen Krieg zu starten, nicht nur mit dem Ziel, die Punkte zu bekommen, rund um Nazca, sondern auch um Geländegewinne zu erreichen? Äh, in der Online-Geschwindigkeit ist das leider kein Vorteil. Das Problem auf Online-Geschwindigkeit, dass die Technologien so schnell durchkommen, das heißt, bevor meine Armee in ausreichender Zahl verfügbar ist, kann der Kontrahent in dieser Entfernung, wie wir auseinander liegen, leider technologisch in zwei Einheiten hochpushen, sodass dann der Vorteil, den ich dann mit den klassischen Einheiten, der leichten Kavalerie hätte, dann sehr schnell dagegen laufe. Vor allem dem Thema Stadtmauern. Da habe ich ja keinen Bonus mit meinen Reitereien, die sind ja schwach dagegen. Dementsprechend, ähm, wenn Stadtmauern gebaut sind, habe ich keine Chance mehr, da müsste ich dann Rahmenwerke und Nahkampfeinheiten, und das ist mein Bonus leider nicht. Deswegen Raumgewinne auf der Entfernung auf Online-Geschwindigkeit sehr schwierig. Okay. Ähm, du hast zwei Teammitglieder an deiner Seite, das sind Louis und das ist Groff. Frage an euch, wie wohl fühlt er euch mit der Spielsituation, mit dem Rundentimer? Klappt das gut, ähm, Groff, oder fühlt er euch so ein bisschen unter Druck gesetzt? Wie ist das bei dir? Ich bin allgemein schneller, das ist nicht ganz so schlimm. Und aktuell läuft Super. Erste Religion, wunderbar, äh, erst Wunder, äh, sehr starke, äh, Modernisierung von Cleopatra. Also alles perfekt. Wir zeigen. Wirtschaftlich sieht es auch gut aus, ich kann sogar meine Teammitglieder unterstützen. Das heißt, die bekomme hin und wieder Geldgeschenke von dir. Wahrscheinlich. Wir zeigen eine deiner Modernisierung gerade im Bild den Zuschauern der Sphinx zum Axima erklären, warum du die so cool findest. Ähm, generell finde ich die gar nicht so stark, aber in dem Fall habe ich halt jetzt ein Naturwunder, äh, nicht ein Naturwunder, ein Weltwunder gebaut und auf Schwemmland. Und die kriegen halt ein extra Kultur, glaube ich, auf Schwemmland und zwei Glauben, wenn neben Wunder oder so ungefähr, also die kriegen Kultur und Glauben für, äh, wenn es neben Wundern auf Schwemmland sind. Und das mit dem großen Wadenkombination. Da könnte ja auch nicht geplündert werden, wenn das, äh, mal überschwemmt, weil die Überschwemmungen durch das Bad geschützt sind. Das sieht wirklich ganz gut aus. Also wunderschöne Kombi. Mhm. Und die erste Religion? Äh, du denkst an deinen Krieger mit hochzuziehen. Ja, ja. Und du hast da auch die Religion gegründet, die erste im Spiel, glaube ich, und zwar, also hast du den Atheismus gegründet? Da dreht sich Kleopatra in ihrem Sarkophage um. Ja, ich dachte mir, also, Bullismus gründen, das wäre Ketzerei, weil ich bin ja nicht du, also nehme ich das Zweitbeste. Und, ja. Der Atheismus wurde gegründet als größte Feierliche. Wen beten die Atheisten denn an? Kleopatra selber oder jemand anderem? Naja, ich glaube, die Leute hier im Stream, die, äh, die Atheisten, die werden dann wahrscheinlich dich angehen. Ach, das glaube ich nicht. Also, wir haben im Team ja sowohl den, den Bullismus gegründet für alle Anhänger und für alle, die nicht singen, die müssen ja dem Atheismus dann tatsächlich angehen. Sag mal, ihr habt, ihr seid tatsächlich hingegangen und habt gleich zwei Religionen gegründet. Was ist denn davon der Vorteil, ähm, Eisdrache, wenn man zwei Religionen hat? ist immer der Vorteil, eine Religion mehr wie der Gegner zu haben, weil, ähm, Religionen bieten immer einen Mehrwert. Ähm, das heißt, entweder extra Erträge oder, ähm, andere Möglichkeiten, die das Ganze tatsächlich, ähm, erweitern, wie, was ich umstärke, in offensiv, defensiven Sachen. Also, Religion immer viel mehr. Vor allem Ding im goldenen Zeitalter, wie es, äh, Gross und ich geschafft haben, die hätten wir mit Glauben Handwerker und quasi bekommen, um unsere Städte zu modernisieren. Ähm, und Glauben generiert man am Anfang deutlich schneller wie Gold und die Einheiten kostet halb so viel mit Glauben. Mhm. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, kann man da deutlich sinniger, ähm, sein Reich am Anfang pushen und vielleicht dadurch einen kleinen Wittscher-Vortrag gegenüber den anderen Herrn muss spielen. Ich würde, ich wechsle einmal kurz rüber zu Louis, zu Leffre. Du spielst die Perse und spielst Kyros und hast keine so gute Startposition erwischt. Hast du, mittlerweile, ähm, bist du unterwegs bei der Gründung deiner dritten Stadt hier mittlerweile. Wird gleich der Fall sein, dass du auch eine Tourbohne entdeckt. Magst du uns mal deine lokale Strategie und wie du die, die Lage so einschätzt selber mal schildern? Ja, gerne. Ähm, also bei mir ist es so, ich hatte ein kleines Problem mit Barbaren. Ich hatte drei Camps in meiner unmittelbaren Nähe, die musste ich erstmal loswerden. Aber ich habe jetzt hier mit dem, äh, Naturwunder und mit dem Pantheon für die Wüstenfelder habe ich sehr gute heilige Städte-Distrikte, also den, die mich hier auf plus zehn. Äh, da sehe ich, also durchaus meinen Vorteil, auch wenn die Religionen jetzt schon weg sind. Ich versuche mich jetzt erstmal auszubreiten, mich ein bisschen aufzubauen und das Beste draus zu machen. Und in der Nähe qualmt es ein bisschen, die eine oder andere Modernisierung ist in Brand gesetzt, dritte Stadt ist jetzt allerdings da. Kannst du uns nochmal kurz erläutern, welches Pantheon du bekommen hast? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir das hier sehen können in der Perspektive. Ähm, also ich habe das, ähm, ich habe das Spiel auf Englisch, das Pantheon heißt Desert Folklore und gibt, äh, einen Glauben, äh, Nachbarschaftsbonus pro Wüstenfeld. Ich habe hier, äh, durchaus, äh, recht viel Wüste in meiner Nähe, kann ich gut nutzen. Und besonders in der, in, in, in Sparda, durch das Weltwunder habe ich hier ein sehr, sehr starkes, eine sehr, sehr starke heilige Städte mit 10, weil das Weltwunder und Wüstenfelder drumherum einfach das, ähm, ja, sehr, sehr stark hoch. Das ist, genau. Schon beeindruckend. Echt krass. Wüstenfolklore, wir zeigen gerade hier in der Nähe vom Auge von Afrika deine heilige Städte, die dort entsteht, die einen gigantischen Nachbarschaftsbonus hat. Und das kann ja später nochmal vielen Dollar werden mit einer Politikkarte, die den Bonus verdoppelt. Die gibt es ja bald dann auch. Und das ist schon eine gute Grundlage. So. Ja, vielen Dank. Und nicht zu vergessen, fürs Midgame im Regierungsplatzgebäude, wenn man die Großkapelle kauft, dann, oder errichtet, dann kann man ja Einheiten mit Glauben kaufen. Deswegen ist das ein sehr, sehr guter Glaubenpool für ganz, ganz viele Optionen. Vielen Dank für eure Auskünfte. Wir lassen euch mal weiterspielen und bis später dann. Bis später. So, wir sind wieder unter uns. Und bei Nazca hat sich tatsächlich das Kräfteverhältnis jetzt doch deutlich geändert in der Zwischenzeit. Team Teppik hat dort nur noch zwei Einheiten an den Staatsgrenzen angrenzend, während die Tumyris und die Sküten, die dort 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten tatsächlich drumherum haben jetzt seit der Runde 36. Gehen also jetzt wieder Punkte auf das Konto von Pierre und seinem Team. Was Sie uns noch überlegen müssen, Matze, waren wir ursprünglich davon ausgegangen, dass wir einen Punkt in der Kartenmitte nennen halt für diese Auseinandersetzung und immer diesen Punkt auch bis zum Ende der Partie haben. Jetzt stellt sich für uns die Frage, wollen wir das wirklich machen oder wollen wir nachher so ein bisschen die Situation auflockern? Man könnte auch negativ formulieren und sagen, Chaos stiften unter einem anderen Punkt benennen. Aber die Frage, Entschuldigung, noch einen Satz, aber so wie die Karte aussieht, diese Fraktalkarte, scheint mir das aber der einzige Punkt zu sein hier unten, wo die überhaupt aufeinandertreffen können. Ich sehe gar keine alternative Position. Ja, also alternative Positionen wären schwer. Außer wir würden etwas sagen, wo man dann übers Meer hinkommt, aber das dauert dann auch wieder sehr lange. Ich würde bei Nazca tatsächlich bleiben, aber möglicherweise nicht mehr pro Runde zählen, sondern dass wir sagen, zum Ende der Partie, also zum Ende des Aufzeichnungsblockes, dass wir dann sagen, wer hat dann zu dem Zeitpunkt mehr Einheiten dort platziert, sodass es auch ein bisschen gepoker werden wird und vielleicht die ein oder andere Einheit vernichtet wird im Laufe der Zeit. Aber am Ende zählt halt wirklich nur das, was am Ende bei rauskommt. Was hältst du denn davon? Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Das kann man dann im nächsten Block machen. Okay, überzeugt mich. Liebe Grüße an Kaius Julus. Hi, schön, dass du vorbeikommst. Liebe Grüße an dich. Wir spielen, machen die Weihnachtsfeier hier in Civilization 6 Stream. Der läuft bis 22 Uhr, Community Multiplayer Match, verlosen jede Menge Giveaways. Wenn ihr Infos haben wollt zum Event, schreibt in den Chat rein, Ausrufezeichen Event. Wer hätte das gedacht? Schön, dass ihr da seid. Grüße an dich und danke an den Matze. Liebe Grüße an Jamie. 20-fache Grüße an Jamie. Hast du viel auszurichten. Danke für die 20 Abos, Matze. Lieben Dank. Sehr freundlich. Magst du uns vielleicht, lieber Daniel, nochmal bei den Punkteübersicht vielleicht das wieder anschalten? Momentan haben wir ja die Tags eingeloggt, dass ihr alle sehen könnt, was gerade so erforscht wird. Aber vielleicht können wir das einmal aufheben, sodass wir dort statt der Text. anderen Punkte. Ich entschuldige. Entschuldige bitte die Ertragspunkte. Dass wir das einmal sehen, wie der Punktestand zwischen den beiden quasi ist im Spiel. Ja. Schau es dir doch mal an und kommentiere mal spontan drüber. Wie sitzt es? Also die Punkteliste kann man einblenden lassen. Immer über das Interface. Das sind die Spielpunkte hier oben. Das sind drunter die Zeit. Das sind die Militärpunkte. Dann die Forschung, naturwissenschaftlich, kulturell, das Geld, das man auf der hohen Kante hat. Die Glaubenspunkte, die man auf der hohen Kante hat. Und ganz unten ist die Gunst Bilanz. Also nicht, dass man gesammelt hat, sondern das, was man pro Runde erzeugt, glaube ich. Ja. Wie siehst du das, Matze? Also, ich sehe ganz eindeutig, haben wir hier Zeispiele, die sich etwas stärker auf Militär konzentrieren. Das sind überraschenderweise Eis, Drache und Teppik, die ja nun hier wirklich stark konkurrieren um den Stadtstaat, wobei Teppik da ist ein bisschen abgeschlossen ist. Also wird jetzt kein Krieg erklärt, werden jetzt die Punkte noch sehr deutlich nach aktuellen Sicht in Richtung Sküten fallen. Die anderen scheinen jetzt eher so eine Supportfunktion einzunehmen und zum Beispiel viel Glauben beziehungsweise Gold zu scheffeln, dass sie dann zumindest hinsichtlich des Goldes dann an ihre Kollegen weitergeben können. So scheint sich das für mich gerade heraus zu kristallisieren. Dadurch, dass sich sowohl Eisdrache als auch Teppik etwas mehr auf dieses Militär fokussieren, sind sie natürlich dann bei der wissenschaftlichen, kulturellen Forschung etwas zurück im Vergleich. Und was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass Eisdrache mit seinem Team durchaus etwas kultivierter zu sein scheinen. Mit den Weltwundern, die dort gebaut wurden, beziehungsweise mit den Kulturerträgen, sind die bisweilen doppelt so hoch oder sogar dreifach so hoch als das, was ich bei Teppik sehe. Während das bei der wissenschaftlichen Forschung ja nicht wirklich einen klaren Sieger gibt. Ich würde schon sagen, ein bisschen mehr wieder bei Teppik, aber nur ein leichter Vorsprung. Ich finde das echt, das könnte verdammt spannend werden, dass wir die Aufgabe genommen haben, ausgerechnet den Teamcompeten hier diesen Stadtstaat zu präsentieren, weil die werden jetzt von beiden Seiten voll gepumpt, du hast es gerade erwähnt, wahrscheinlich mit Gold. Eben wurde das auch von von der Pharaonen Cleopatra, wurde uns das eben ja auch berichtet. Und wenn die hier, das könnte, das geht ja auf Dauer nicht gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der beiden Seiten wird hier unterlegen sein bei der Anzahl von Truppen, die hier stehen. Und damit gehen die Siegpunkte weg. Und diese Seite ist dann total unter Druck, irgendwann den Sieg, den Krieg zu erklären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier dauerhaft aber bleibt, dass sie einfach nur Einheiten dorthin puzzeln und sich nicht an die Gurgel gehen. Und ich weiß nicht, wie ihr das im Chat seht, wenn sich die Spieler aus unserer Community an die Gurgel gehen und gut bewaffnet sich aufeinander zu stürzen, das Blut fließt und nachher die Tränen über die Wangen kullern. Ich persönlich finde das großartig. Genauso muss es sein in einem Civ VI Match. Das heißt, wenn wir als Kriegstreiber, Matze und du, äh Matze, du und ich hier erfolgreich wären, alles gut. Ja, als Ziel erreicht. Guck mal, was gerade passiert ist. Naskar? Nein, wie clever ist das denn? Teppich hat zugeschlagen. Der hatte eben noch mit uns darüber diskutiert, ob der eventuell Naskar angreift. Er hat sich für genau die gegenteilige Strategie entschieden. Er ist so zerrenn geworden und hat die Truppen ausgehoben. Und jetzt... Ja, und damit hat er nicht nur mehr Truppen, sondern kann seine Einheiten natürlich auch in die Gelände verhältert werden. Ist Krieg da? Hat er den Krieg erklärt gerade? Also ich sehe zumindest rechts eine Kriegserklärung bei den Symbolen. Vielleicht können wir da mal draufgehen, was da... Ja, ja, ja. Teppich hat der Eisrache den Krieg erklärt. So schnell kann's gehen. Spektakel, Leute. Fühlt euch willkommen. Blickt runter ins Kolosseum. Unten bringen sich die Gladiatoren gegenseitig um. Bislang waren es unsere Freunde. Es sind wirklich die Mitglieder unserer Community. Und auch schöner ist es doch eigentlich als Gaffer daneben zu stehen, runter zu blicken in die Arena und zu gucken, wie alle sich gehen. Wunderbar. Ich bin total begeistert. Unser gemeiner Plan mit dem Punktesystem ist auf diabolische Weise aufgegangen, Matze. Ich klopf dir auf die Schulter. Ja. Ja, danke. Oh, nicht so doll. Danke auf jeden Fall dafür. Aber ich finde es jetzt auch echt spannend, weil sie haben Krieg erklärt. Sie haben auch Nazca den Krieg erklärt. Und Teppik ist jetzt ja mit seinen Eigenheiten durchaus in der Lage, auch einzunehmen, den Stadtstaat. Sowohl mit dem Streitwagen als auch mit dem Krieger wird er dort reinziehen können, wenn da nur kaputt genug ist. Aber auch Eistrache kann das Ganze machen. Und ich bin gespannt. Nein. Ja, an wen das jetzt fällt. Nazca ist gefallen. Eingenommen von den Sküten und von Eistrache. Eistrache hat zugeschlagen. Und jetzt wird beschäftigt er natürlich ja wahrscheinlich eher Punkt um Punkt, weil er mehr ein hat. Ja, komm, ein Hauen und Stechen hier. Schaut selber zu. Das ist ein Hauen und Stechen. Hammer. Jetzt kommt natürlich Oliver hinterher, damit sich das nicht auf sich sitzen lassen möchte. Und versucht hier noch vielleicht Nazca sogar zurück zu erobern. Also das Team Teppich, die Sumerer, die kommen halt vom Osten. Und die Sküten wiederum, wir hatten eben darüber gesprochen, die haben den Vorteil mit den leichten Reitern hier. Ein leichter Reiter entsteht, ein zweites Point automatisch. Es stand noch keine Stadtmauer in Nazca. Jetzt wird eine Stadtmauer gebaut. Von den Sküten selber, paradoxerweise, die Stadtmauer, die Eistrache eben befürchtet hatte, baut er jetzt selber. Die braucht allerdings lange, weil die Stadt gerade besetzt worden ist. Gründerbalken ist runter zu einem roten. Garnison, Befestigungsstärke gibt es ja noch nicht. Keine Stadtmauer. Die Stadt kann auch schnell wieder fallen, aber die Einheiten für Teppich sind nicht da. Und jetzt schickt er ein Missionar rüber. In dieser Stunde denkt Teppich nur an das eine, das Wort Gottes zu verbreiten hier vorne. Das ist wirklich eine fromme Tat. Ja, und ich habe kurz überlegt, warum macht er das? Hat er sich etwa einen Glaubenssatz geschnappt, dass er diese Stadt besser halten oder einnehmen kann? Aber dem ist tatsächlich nicht so. Also bei dem Ackerland, bei der von Teppich gegründeten Religion, geht es offensichtlich um Chorele, wo man Kultur bekommt und um Pilgerschaften, wo man für Städte mit dieser Religion einen fixen Glaubensbetrag bekommt. Aber militärisch wird uns das nicht so viel bringen, das missioniert zu haben. Ich würde gerne, Marcel hört glaube ich auch mit. Wenn ja, dann zwinkert bitte kurz zu, Marcel. Oder wink mal kurz rüber. Ich nehme dich mal kurz bei Kamera mit dazu und blende dich wieder ein. Also unser Marcel, du hast dir gerade Sorgen gemacht im Chat, dass Matze überhaupt ja sauber mitzählen kann bei diesem Spektakel. Ja, das waren gerade so viele Einheiten-Flips innerhalb von kurzer Zeit und ich weiß jetzt nicht, ob der Matze mir ausreichend viele Augen hat, um das alles sauber mitzutracken. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, aber ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe hier tatsächlich mir so eine Art Strichliste gemacht, Runde für Runde, an wen das geht. Also jetzt zu Beginn der Partie geht das noch. Aber es bleibt eine Herausforderung. Jetzt ist es ja auch wieder ein bisschen entspannter. Also wir sehen, dass die Blauen, die Sumere, haben hier nur zwei Einheiten und Eistrache ist dort mit ein paar mehr Einheiten in der Stadt oder um der Stadt herum. Das heißt also, jetzt ist es wieder an die Sküten zu gehen. Die Sküten hat ja auch einen richtigen Vorsprung. Also noch habe ich da keine Probleme und ab dem nächsten Block, den wir haben werden, werden wir dann das System etwas umstellen. Und die haben tatsächlich... Ich wollte nur sagen, apropos nächster Block, wir müssen ja auch noch eine Überraschungsquest machen, lieber WB. Ach, die haben wir noch nicht gemacht. Zuschauerwotungen, die Überraschungsquest... Ach, stimmt. Die müssen wir auch noch machen. Moderieren wir mal kurz weiter. Ich gucke mal im Pool unserer... Wir haben ja so einen geheimen Notiz-Zettel. Ich gucke da mal rein, ohne den im Bild zu zeigen, was eine coole Überraschungsquest wäre. Also Naskar sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob sich dort Eisdrache dort drin verschanzen würde. Er wird jetzt gleich mit seinen Einheiten reinziehen können. Teppik ist jetzt nur noch mit einem Missionar und mit einem Krieger überhaupt in Reichweite. Die ziehen zwar aus dem Osten heran noch ein paar weitere Einheiten, aber ich fürchte, dass auch gerade Teppik jetzt gerade noch mit seiner... mit seinen Reitern nicht nur eine Überzahl hat, durch das Feature, was er ja bekommt, für jede leichte Kavallerie gleichkostenfrei ins Zweite hinzu. Aber die Reiter sind ja auch noch deutlich schneller von den Bewegungspunkten her. Und das wird jetzt für Teppik, Team Teppik, eine Herausforderung sein, denke ich mir, in den nächsten Runden versuchen, dort militärisch die Oberhand zu gewinnen. Ja, meine Bitte, bitte unmittelbar vor Ende des Rundentimers, die Partie zu pausieren. Du darfst das als Host und dann die Teamkapitäne, die Teams komplett, uns mit allen Teams zusammenzuführen. Und dann verkünde ich die Überraschungsquest für die erste Runde, die gleich nochmal fünf Siegpunkte rausbringt und die die Teams hassen werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, Leute. Also wenn ihr euch fragt, hey, dieser freundlich wirkende ältere Herr, der euch bisweilen zuwinkt und gute Laune verbreitet, kann der auch anders? Ja, es geht auch anders. Es geht auch anders. Das werdet ihr gleich erleben. Ich habe mal, wir haben einen Pool von verschiedenen Dingen und da eine Sache ist. Ich habe zu wenig, zu nicht schnell genug gedrückt, aber es sollte jetzt trotzdem klappen. Ja, es sollte jetzt gestoppt sein. Bei dir auch, hoffe ich. Bei mir ist er auch gestoppt. Jetzt bitte alle mal zusammen in einen Audiokanal. Kleiner Augenblick. So, jetzt sind alle in einem Audiokanal, dank der tatkräftigen Hilfe. Auch danke nochmal an dich da, Marcel, von dir. Das ist sehr lieb. Sollten jetzt alle da sein. Könnt ihr uns hören? Ist jemand da? Hallo? Hallo? Hallo. Ja, hallo. So, und unsere Quest, wir müssen noch fünf Siegpunkte vergeben. Bitte an Matsumen, bitte an Marcel, addiere mal bitte die militärstarke Punkte beider Teams, sodass wir einen militärstarke Wert haben auf jeder Seite. Also die zweite Zeile, da alle militärstarke Punkte bitte addieren von jedem Team und dann den Wert mal kurz notieren. Und ich sage euch jetzt schon mal die Quest. Die Quest ist diejenige, das Team von euch, das am Ende der nächsten Runde, also Ende der Runde 44, die meisten der eigenen militärischen Punkte reduziert hat, entweder durch Selbstmordereinheiten oder durch selbstmörderische Angriffe auf die Feinde oder wodurch auch immer. Ihr könnt eure Truppen reduzieren, wie ihr wollt. Das Team, das von seinen Siegpunkten am meisten runtergegangen ist, von seinen Militärpunkten runtergegangen ist, bekommt fünf Siegpunkte. Ja? Und wir addieren, wir schauen uns das an, beim Rundenwechsel von Runde 44 auf 45. Ihr könnt das in der letzten Sekunde machen. Ja, euch werden die Punkte auch eingeblendet. Ihr könnt pokern. Das liegt allein in eurem Armessen. Rundenwechsel 44 auf 45. Habt ihr das verstanden? Jawohl. Ja. Alles klar. Marcel, hast du alle Punkte notiert? Ich krieg grad die letzten, die ich noch nicht lesen konnte, per Chat, aber jetzt hab ich, glaub ich, alles zusammen. Okay. Genau. Ja. Und die Frage für euch ist natürlich, wollt ihr auf diese Weise Siegpunkte generieren? Oder sagt ihr euch, nee, mir ist wichtiger, dass wir die Punkte behalten? Das ist eure Frage halt. Okay. Und raus. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Diskutiert drüber, aber wir spielen sofort weiter. Danke an euch. Bis nachher. Bis später. So, wir sind wieder unter uns. Sehr schön. Darf ich die Pause schon wieder rausgeben oder wollen wir dir noch ein, zwei Sekunden geben? Wir geben ihnen mal zehn Sekunden. Im Chat wird darüber nachgedacht, ob das mehr als böse sei. Danke für das schöne Kompliment. Oder ob das zu einfach wäre für Eisdrachen. Ich finde nicht, weil Eisdrach hat sich hier einen tollen Vorteil erwirtschaftet. Für ihn, die Frage, will er den aufgeben für läppische fünf Siegpunkte? Oder sagt er sich, die fünf Siegpunkte sind mehr wert? Die will ich auf jeden Fall haben. Diese Entscheidung sollte unter Zeitdruck gefällt werden. Raus mit der Pause, Matze. Weiter geht es. Weiter geht es hier. Widmungsbonus, eine Pochenwechsel. Runde 44 auf 45. Marcel anstoppt. Du stoppst bitte unmittelbar zu Beginn der Runde 45, Matze. Sofort dann, damit Marcel in aller Runde die Punkte aufwaltieren kann. Und danach war es das dann auch mit dem ersten Block hier. Dann machen wir eine kleine Pause. Dann holen wir die nächsten Spieler schon mal rein zu Beginn. Und dann verlosen wir ein paar Sachen. Und dann geht es 20, 15, 20 Minuten später dann weiter mit dem zweiten Drittel unserer Partie her. Könnt ihr schon beobachten, ob die Punkte reduzieren? Oder meint ihr, die überlassen die machen das erst in der nächsten Runde? Also doch sehe ich da tatsächlich keine große Reduktion. Wir gehen einmal im Schnelldurchlauf durch alle Fraktionen durch, damit ihr seht, wie die anderen sich entwickelt haben. Das hier vorne sind die Ägypter unter Rakadet. Das ist also Kleopatra und Grofgerik. Das ist das Team Eisdrache. Drei Städte eben gegründet, noch kein weiteres dazugekommen. Keine unmittelbare Bedrohung drumherum. Dann haben wir eins weiter hier vorne hin. Das ist ein Team Kapitän. Das sind die Sküten. Das ist Eisdrache. Eins, zwei, drei Städte. Die vierte gerade erobert und die Fraktion mit den meisten Militärpunkten. Ein Stück weiter Richtung Osten. Das gegnerische Team. Das Team Teppich mit dem Team Kapitän selber. Gilgamesch. Die lachenden Möhren. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Drei Städte. Die vierte war erobert und ist wieder aufgegeben. Und die spannende Frage, will er wirklich auf Truppen verzichten oder hofft er darauf, dass Eisdrache seine Truppen umbringt und er dann hier wieder vormarschieren kann? Ein vierter Siedler ist gerade unterwegs. Dann haben wir im Osten hier vorne. Das ist Rom. Das ist Trajan. Das ist das Team Teppich. Das ist Toffelking aus der Schweiz. Drei Städte hier oben gegründet. Massive Barbarenbedrohung war im Norden da. Die hat er ganz gut zurückgetreiben können. Dann ein Stückchen Richtung die Ostküste weiter Richtung Süden. Nur zwei Städte im Augenblick für die Arba unter Saladin. Das ist das Team Teppich. Das ist Draco Mortem aus Weimar. Zwei Städte hat er. Zwei Siedler sind allerdings unterwegs. Das heißt, die Stadtanzahl könnte sich gleich verdoppeln. Und als letztes, das sind die Perser. Hier vorne zu sehen, das ist Louis aus Österreich. Leffre, Kyros und seine Leute halt. Drei Städte sind da. Weitere Siedler im Augenblick nicht. Gerade ist, glaube ich, ein Siedler entstanden. Bin mir nicht ganz sicher. Und wir gehen nochmal zurück zum Stadtstaat hier vorne hin. Wie ist die Lage hier? Ja, also tatsächlich ist die Lage insgesamt nicht ganz so verändert zu vorher. Es scheint sich so eine kleine Front zu bilden hier entlang von Nazca zwischen Blau und zwischen entsprechend Eistrach und Teppich. Teppich hat jetzt natürlich hier strategisch, wie ich finde, die deutlich bessere Ausgangslage. Er hat die Stadt, die nur sehr schlecht eingenommen werden kann. Dadurch, dass dieses sehr, sehr coole übrigens Naturwunder auch noch da direkt angrenzt, das unpassierbar ist. Die Geländeerträge drumherum sind sehr mächtig. Wir sehen kleinere Gemetzel, aber noch keine allzu großen Punkte Veränderungen bisher. Marcel, hast du denn vom zusammengerechneten Stand her, was waren denn so die Punkte, die wir dort zu Beginn hatten? Also ich habe bei Team Eistrache, da hatte ich 412 und beim Team Teppich 292. Dann haben wir schon, wenn ich das richtig hier mal überschlage, tatsächlich so kleine Veränderungen gehabt, aber noch nichts wirklich Entscheidendes. Also noch keine Suizidaktion zum Beispiel, die wir jetzt schon beobachten könnten. Also Draco Moctem und seine Arba, der hat nur noch 10 Militärpunkte. Ich weiß nicht, wie viele sie eben waren, aber es kann sein, dass er sich gerade fürs Team geopfert hat, oder? Ja, ich meine, dass er, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwas mit 42 oder 43 hatte. Er scheint jetzt tatsächlich runter zu gehen. Seine Siedler laufen solo rum, völlig unbewacht. Er opfert selbst die Bodyguards für seine Siedler, dafür, dass die 5 Siegpunkte reinkommen. Auch bei Eistrache, der hatte vorher 326, ist jetzt schon bei 242. Das ist heftig. Die nehmen die Challenge an. Sehr gut, das wollen wir doch. Wir wollen doch das ein bisschen, also im Chat wurde ich gerade als diabolisch bezeichnet. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Sehr schübsches Wort. Ich würde versuchen, mir das mal zu behalten. Ja, danke euch. Nettes Kompliment, sehr freundlich. Wie sind sonst die Veränderungen hier? Ansonsten keine allzu großen Veränderungen, würde ich sagen. Also die Militärstärken gehen jetzt tatsächlich deutlich nach unten, wie ich finde. Aber von der Lage her, von der militärischen Lage... Jetzt pokern die. Jetzt hätte ich die ersten Mauern. 14 Sekunden noch. Die pokern, die beobachten vielleicht die anderen. Wer wird unmittelbar vor einem runden Wechsel noch Truppen reduzieren durch Selbstmord? Wo gehen die Werte noch runter? 5 Sekunden, 4. Jeder Ping zählt. 3, 2, 1. Wer entfernt noch Truppen? Keiner mehr auf den letzten Sekunden. Keiner pokert mehr. Und nach dem Rundenwechsel, das ist der Stoppe durch Matsumen. Und jetzt alle Teams mal zusammen. Bitte holen Matsumen. Marcel rechnet alle Punkte zusammen. Und dann machen wir auch den Wechsel danach schon in die zweite Runde. Das heißt, die Spieler wechseln gleich einmal durch. Zwischendurch ein kleiner Verlosungsblock von uns. Matsumen holt alle zusammen. Marcel wiederum spitzt den Stift. Ich bräuchte noch bitte... Ihr seid alle wieder da. Schöne hören. Um aktuelle Zahlen zu kriegen, den Rundenwechsel noch durchlassen. Sonst muss Marcel alle Einheiten auf der Karte zählen. Ich kann gerne einmal den Rundenwechsel durchlaufen lassen. Darin soll es nicht scheitern. Aber ich sehe auch keine Veränderungen hier oben. Das war der Rundenwechsel. Jetzt ist pausiert. Noch nicht durch. Noch nicht durch. Jetzt. Jetzt ist durch. Marcel notiert die Werte. Und rechnet ein bisschen. Wir lassen ihn dabei in aller Ruhe. Ich frage mal euch. Wir benutzen das übrigens auch, ihr Lieben, als Cut hier. Das heißt, das war euer erster Block. Und wir wechseln die Teams jetzt gleich durch. Sind halbwegs sogar im Zeitplan drin. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Wenn ich in den Spiegel blicke, hätte ich hier einen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch Vieren, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Louis. Schön, dass du dabei warst, Lephra. Danke auch. Ganz liebe Grüße an Draco Mochtem und seine Arba. Du hast gerade viele Einheiten geopfert, oder? Ich konnte leider nur eine Einheit opfern, weil die bei voller Gesundheit waren. Alle anderen waren angeschlagen. Da kann man die nicht opfern. Ja, stimmt. Ja, das Problem habe ich auch. Ah, verstehe. Okay. Und vielen Dank fürs Mitmachen an Topfelking und an Trajan und deine Römer. Schön, dass du dabei warst. Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Grot-Gerek, Groff. Schön, dass du dabei warst. Und deine Nase. Also, das ist die von Cleopatra. Ganz, ganz zauberhaft. Vielen, vielen Dank. So, das Ergebnis ist, glaube ich, da. Marcel runzelt im Augenblick die Stirne, sobald sie sich entspannt hat. Ich versuche mal, aufgrund von Marcells Mimik zu deuten, ob er die Punkte schon addiert hat. Von Team Teppich habe ich sie. Die andere, da fehlte mir gerade noch eine Zahl, die der Matze mir aber netterweise in den Chat geschrieben hat. Okay. Ich jetzt noch kurz addiere, gib mir drei Sekunden, dann... Gleich werden die Siegpunkte rausgegeben. Eben ist viele eben auch schon. Liebe Teammitglieder, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir hatten ein Zuschauer-Voting ja durchgeführt. Welches Team hat den cooleren Namen? Eis Draches Team, die farbenfrohen Bull-Athleten versus Teppichs Team, die lachenden Möhren und die Zuschauer waren der Meinung, der etwas coolere Name sei. Was für ein Mann? Die lachenden Möhren haben mit 55% gewonnen. Oh, jawoll. Glückwunsch an euch. Fünf Siegpunkte für euch. Und jetzt ist die Frage, jetzt lösen wir die restlichen Siegpunkte vom ersten Drittel da auf. Das hatten wir noch, das ist die Überraschungs-Quest, die wir genannt haben. Wer schafft es hier am, ganz am Ende hier halt, die meisten Punkte zu reduzieren? Welches Team? Und Marcel kennt mittlerweile die Auflösung. Genau, wir hatten vorher bei Team Teppich 292 Einheiten und ja, nachher 144, heißt da wurden 148 geschlachtet. Bei Team Eisdrache waren es vorher 412 und nachher 341, heißt da wurden 71 Einheiten geschnitzelt. Das heißt, Teppich war selbstmörderischer und bekommt die Punkte? Genauso. Unfassbar. Teppich. Erneut, auch in der zweiten Solo, in der zweiten Sonderquest, bekommt ihr die volle Punktzahl. Fünf weitere Punkte für dein Team, Glückwunsch. Hör mal, habt ihr da strittig drüber diskutiert oder war das klar? Wir opfern unsere Leute, wir schlachten unsere Liebsten ab, Hauptsache es ist für den guten Zweck Ruhm und Ehre. Ja, also zum einen war uns schon ziemlich klar, dass das eigentlich ein Geschenk für uns war, weil die Einheiten werden gegen Eisdraches Reiter sowieso verloren gewesen. Und ja, die, die ja noch sind, sind ja auch nicht, das wird eine ziemlich einseitige Sache. Ich habe mich da ziemlich verkalkuliert, was da die Sache bei Nazca anging und naja, so ist es dann eben. Da muss man das mitnehmen, was man halt in dem Moment mitnehmen kann. Eisdrache? Das stimmt. Ja, ich bin da auf die Rechnung von Marcel ganz schön gespannt, weil ich habe drei Galeren, drei volle Reiter und noch ein Reiter-Bogenschütze quasi annulliert. Und das macht bei mir 228 Punkte, die ich da weniger habe. Also ich hatte bei dir aufgeschrieben vorher 326 und jetzt in Summe hast du gerade 201. Wir können ja nur die Werte nehmen, die vom Spieler angezeigt werden. Ja, es ist dann dann unglücklich gewesen, dass in der letzten Runde, wo Matsumen pausiert hat, dann anscheinend die Einheiten, die in der Runde gespawnt worden sind, die drin gezählt haben. Das ist sehr ärgerlich. Dann hätte ich mir das auch sparen. Weiß man sowas fürs Nächste. Einheiten, die gespawnt sind, das musst du uns bitte nochmal erklären. Naja, die Anzeige oben, die wird ja immer am Anfang der Runde aktualisiert. Aber anscheinend aktualisiert ja die nur, die zu Beginn der Runde da waren und nicht die in der Runde erscheinen. Weil bei dir beim Rundenwechsel noch Truppen entstanden sind in deinen Städten und die sind dann mit reingerechnet worden. Und die waren bei der Zählung noch nicht quasi mit drinnen. Und weil 228 Reduzierung gegenüber 71, was bei rumgekommen ist, ist ein gehöriger Unterschied. Ja gut, also ich muss jetzt ab zum Einhaken. Ich habe auch sämtliche Produktion von Einheiten abgebrochen. Das hat unser Team, glaube ich, auch so gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns schon gedacht, dass das dann nachher auf die Militärpunkte dazugeht und dass das in der Sache quasi mit drin ist. Naja, es waren die Einheiten, die vor dem letzten Pausenstart quasi, die da gespawnt waren, die waren nicht mit drin, Oliver. Jaja, ist mir schon klar, dass die da nicht drin waren. Ich meine nur, das ist doch klar, wenn du neue Einheiten baust. Ich habe keine Einheiten seit der Quest gebaut. Ich habe keine einzige Einheit seit dem Quest gebaut. Aha. Die sind vor der letzten Pause entstanden, die waren aber nicht in der Anzeige oben drin. Ich fürchte, ihr zwei werdet innerhalb dieser Partie keine besten Freunde mehr werden, oder? Nein, haben wir das geschafft? Ich finde es eigentlich noch schöner. Ihr wart vorher beste Freunde und wir haben es geschafft, uns auseinander zu treiben. Das ist die große Überschrift. So finden Leute in unserer Civilization Community zusammen. Aus Unbekannten werden Freunde und am Ende einer Weihnachtsfeier, der es beschaulich und besündlich zugeht, werden daraus wieder Feinde. Alles optimal gelaufen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir können nur mit den Zahlen arbeiten, die dort oben stehen. Ist halt so. Anderes geht es nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Wir wollen euch beiden jetzt, wir machen jetzt noch den Verlosungsblock und so weiter und dann geht es weiter mit dem zweiten Drittel der Partie. Wir wollen euch beiden, Eistrache und Teppich, jetzt eure neuen Mitspieler schon mal geben. Lieben Dank nochmal an Louis, an Draco Mortem, an Toffelking und an Groff. Euch vier entlasse ich mal in die beiden des Chats und die Bitte an Matsumen, dann die neuen vier Teammitglieder reinzuholen und an Eistrache und an Teppich zu verteilen. Eine Sache müssen wir vorher noch aufklären, Matsumen, das ist die Sache mit den Punkten, ein Halten des Ortes in der Mitte. Magst du uns das mal sagen, wer da die 15 Punkte abgegriffen hat, die wir vergeben haben, im ersten Drittel? So sieht es hier oben aus. Da hat tatsächlich das Team Eistrache mit einem doch deutlichen Vorsprung gewonnen. Also ihr habt in der Runde 18, hat tatsächlich Teppich als erster angefangen, eine Einheit drüber hinzustellen. Du warst eine Runde später dran, dann ging es immer mal so ein bisschen hin und her, teilweise ausgeglichen. Du hast viel gut tricksen können, in Anführungsstrichen, lieber Pierre, mit deinen Booten, mit deinen Galerien, die du dort hingestellt hast. Wir haben viele Runden, wie gesagt, ausgeglichen, aber gerade jetzt natürlich auch mit dem Krieg, den ihr dort hattet. Hier ist unterm Strich unser Team Eistrache, das Farbenfroh-Bull-Athleten-Team vorne und bekommt jetzt 15 Punkte. Ja, Glückwunsch. Ja. Fünf Punkte vorne liegt das Team Eistrache jetzt, aber es wären viel mehr gewesen, hätten Teppich und sein Team die lachenden Möhre nicht die beiden Sonderquests abgeräumt. Alles ist offen, die meisten Punkte werden auch verteilt im zweiten und im dritten Block. Je weiter der Stream und die Partie voranschreitet, ist nur mehr Punkte, werden verteilt mit anderen Worten. Es ist alles noch offen und ihr habt vielleicht sogar noch die Chance, euch nachher doch noch, zwar blutüberströmend, aber doch harmonisch, wieder in den Armen zu liegen, ihr beiden. Wir gehen wieder, jetzt gucken, holen wir bitte, Matsumen, die neuen Teammitglieder dazu, die die beiden bekommen. Das sind Kuskino, Fela, Normoni, Lora und Widersnidir. Jetzt wird wieder gelost, wer gleich hier wieder mitmacht. Bin mal sehr gespannt. Wir sind wieder rein. Hallo zusammen. Hi, Jofia. Hallo. Na? Hallo. Möchtet ihr euch mal kurz vorstellen, ich fange mal an mit Kuskino. Spreche ich dich richtig aus? Ja, Kuskino kannst du sagen. Kuskino. Dann erzähl doch mal. Das ist mein Nickname, ja. Ja, ich komme ursprünglich aus Erlangen, bei Nürnberg. Wohne jetzt aber in Utrecht, in den Niederlanden. Ja, arbeite hier ganz normal in Amsterdam und bin normalerweise ruhiger Lörker bei dir im Chat. Bin nicht sehr aktiv im Chat. Aber ich genieße seine Streams sehr. Also, deswegen habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal mitmachen. Also, ich sehr, sehr gerne. Marcel, denkst du dran? Bisschen leiser gerade, ne? Das wäre ganz zauberhaft. Prima. Dann geht es weiter mit Födernor. Liebe Grüße auch an dich. Magst du auch was über dich erzählen? Hallo. Ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Schwabenland und bin inzwischen nach Hamburg umgezogen und bin, was hat, vier Monaten oder sowas in deiner Community irgendwo unterwegs und bin relativ neu im Civ-Spielen. Das heißt, ich bin dann wahrscheinlich die Herausforderung heute für alle Team-Captains. Nein, du bist dann wahrscheinlich eher so eine Art Talisman. Also, gerade die Jüngsten, also ich will es nicht sagen, die Kinder geben einem das meiste Glück, aber als Civ-Kind, wahrscheinlich wird dein Team-Kapitän, wer immer es sein wird, dich immer an der Hand halten und wird stolz wie Oskar darauf sein, auf alle Leistungen, die du bringst und du wirst einen Motivationsschub deinem Team bringen. Da bin ich mir absolut sicher. Was ist denn das Schwabe in Hamburg? Es ist okay. Also, ich wohne noch nicht so lange hier und durch Corona kriegt man natürlich auch nicht so viel mit insgesamt. Ja, bisher geht es ganz gut. Mit dabei außerdem Huni Lohra. Liebe Grüße auch an dich. Hallo. Juhu, magst du dich auch mal kurz vorstellen? Ja, ich komme aus dem Niederrhein und bin jetzt seit sieben, acht Monaten Zuschauer. Linker oder rechter Niederrhein? Die richtige Seite, links. Ja, da komme ich auch her. Wunderbar. Ich bin ja gebürtiger Mönchengladbacher. Sind wir wahrscheinlich nahezu schon Nachbarn gewesen bei der Geburt. Freut mich sehr. Und dann wechseln wir noch einmal rüber Richtung Wielersnedir. Hallo David, Chatmod. Hallo. Und, magst du dich auch mal? Ich bin David. Ja. Ja, klar. Ja, ich wollte mich gerade vorstellen. Also, ich bin David. Chatmod. Aktuell weniger im Chat wegen der Weihnachtssachen, wegen der Arbeit. Aber ansonsten bin ich eigentlich fast jeden Abend dabei. Und ja, ich spiele jetzt öfters auch freitags mit der TÜV-Runde. Ja, im Chat wird das Thema angesprochen. Wir haben leider keine Mitspielerinnen heute beim Stream. Es liegt definitiv nicht an uns. Ich finde es auch super, super schade. Es war bei den früheren Events, bei den Weihnachtsfeiern, bei den Community-Multiplayer-Matches immer anders. Und ich finde das persönlich echt schade. Aber ich kann es nicht erzwingen. Ich kann ja nur, es liegt nicht daran, dass wir die Spielerinnen aussortiert hätten. Es hat sich einfach keiner angemeldet. Und wir können ja auch nicht mehr machen, als immer wieder solche Angebote machen. Und ein freundliches Umfeld hier zu schaffen. Und darauf zu achten, dass hier alle vernünftig behandelt werden. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Insofern, ich finde es jahmer schade, aber ich kann es leider nicht erzwingen. Es tut mir echt leid. Mit euch vieren starten wir jetzt rein ins zweite Drittel. Und jetzt ist wieder die Frage, bei welchem Team landet ihr? Das hier, ich habe einen kleinen Talisman wieder in einer meiner beiden Fäuste. Fangen wir mal an mit Cuskino. Falls du das Teil ziehst, das ich in einer meiner beiden Fäuste habe, landest du im Team Teppich. Von dir aus gesehen ist das die rechte Faust und das ist die linke. Okay, ich nehme von dir aus die linke. Von mir aus die linke. Also von dir aus gesehen die rechte. Die, die ich gerade schüttel und mit Elch hin und her wackele und der tatsächlich der kleine Talisman drin ist, der dich ins Team Teppich hinein katapultiert. Du bist bei Oliver. Cool. Weiter mit Fenerlo. Mal gucken, wo du landest jetzt. Kleinen Moment, ich notiere mir das mal kurz. Und auch bei dir. Moment, diesmal war es anders. Diesmal packe ich das Teil, glaube ich, in meine dritte Hand. Das sind nicht die Hände von eben. Also falls ihr euch denkt, WB macht immer denselben Trick mit den Händen und man weiß dann immer, wo es sein wird. Das sind andere. Also die eine Hand ist noch so eine wie eben. Das andere ist meine Aushilfshand, die ich bisweilen benutze. Frage an dich. Von dir aus gesehen die rechte Faust oder die linke Faust, da wo das Teil drin ist, da ist Teppich auch. Was hättest du gerne? Ich nehme links, von mir aus gesehen. Von dir aus gesehen links ist also da, wo ich gerade schüttle. Ich mache die Faust mal auf und das ist drin. Oh, gar nichts drin. Unfassbar. Du bist im Team Eisdracher. Alles klar. Ja, das wäre die Gelegenheit gewesen für dich zu sagen, ja, Eisdrache, super cool. Aber ihr nehmt es sportlich. Man muss es euch lassen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Nächsten. Moni Lorrain. Nochmal liebe Grüße an den linken Niederrein. Und noch einmal losen, bitte. Und diesmal habe ich die beiden Hände vom ersten Mal wieder. Also die dritte Hand habe ich gerade wieder aussortiert, weil die ist nicht so cool wie die anderen Hände im Prinzip. Das ist nur eine Aushilfshand. Von dir aus gesehen, hättest du gerne die von dir aus gesehen rechte, Faust oder die von dir aus gesehene linke Faust? Meine rechte, also deine linke. Hier vorne. Mal gucken, was drin ist. Team Eisdrache. Ei! Nein, Spaß. So, wie das denn dir? Ich habe keine Lust bei dir zu losen. Ich schicke dich einfach ohne losen ins Team Teppich rein. Musst du durch. Ich habe keine Lust, das hier nochmal zu machen. Alles ist klar. Dann wissen wir Bescheid. Geht rüber an eure Teams und lasst euch, steckt mit eurem Teamkapitän die Köpfe zusammen, wer welche Fraktion übernimmt und bis nachher dann. Wir hinken im Zeitplan ein bisschen hinterher. Wir müssen jetzt ganz schnell Gas geben bei ein paar Verlosungen. Kriegen wir das hin? Ich werde in der Zwischenzeit das Spiel neu aufsetzen, lieber Daniel. Oh, erzähl. Für dich, weil dann bei dir das auch gleich alles beendet wird. Soll ich ins Hauptmenü? Ja, bitte geh einmal zurück ins Hauptmenü. Und du bekommst auch als erster gleich die Einladung von mir, dass du dem Spiel wieder beitreten kannst. Das wäre cool, wenn du das gleich noch ganz schnell machen magst. Ja. Damit dann die Leute sich auch schon mal angucken können. Okay. In der Zwischenzeit, wo das Spiel ist. Ich schicke dir jetzt. Nabi hat Angst, dass es neu losgeht. Nein, wir haben gerade abgespeichert und damit geht es jetzt weiter ins zweite Dritte. Ja. Simfinity nie da. Liebe Grüße. Danke fürs zweite Abo. Ja, danke an Alexander ebenfalls. An Sludrik und den E-Blog-Hocker hier. Danke an euch. Für Abos und so. Ich starte einmal neu. Civ6. Oder soll man ein bisschen Abwechslungs-Quest reinbringen, Matsumenn und die beiden Teams im zweiten Drittel vielleicht mit dem Ponyhof-Simulator spielen lassen? Das Self-Game da importieren? Das wäre natürlich super cool mit dem Ponyhof-Simulator. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie jeder sieht. Ich fürchte, Eistra hätte da ein bisschen Vorteile, der ja doch relativ viel jetzt mit Pferden auch hantiert hat. Ja, das stimmt. Das wäre, glaube ich, zu unfair. Nein, das geht nicht. Tu Myros und Seine Sküten, das gibt nur Ärger. Ärger ohne Ende. Können wir nicht machen. Okay. Obwohl im Chat jetzt schon die großen begeisterten Rufe kommen. Ja, Ponyhof, Ponyhof, Ponyhof. Ich könnte ja, oder wir könnten einen von, oder ich könnte mir live einen Pony schneiden lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich trage die Haare im Augenblick ja lang und lockig. Das wäre die Alternative. Und dass ich mal kurz mir die Haare live stutzen lasse. Wollte ich sowieso. Ist dringend überfällig. Ist sehr aus wie ein Hippie. Das geht ja so nicht weiter hier. Also vielleicht magst du bei der Gelegenheit schon mal auf bereit klicken, lieber WB. Und ich werde dann mit den Leuten jetzt die nach und nach dazuholen. Mach das. Alles klar. Und mich in der Zeit aber hier für euch einmal kurz ausklicken, weil ich das mit den Leuten vorbereite. Sehr gut. Und wir machen eine kleine Verlosung. Das heißt, wir machen folgendes. Wir haben. Aber wir fangen mal einfach mit einer der coolsten Sachen schon mal an. Ich zeige euch mal. Schaut mal das hier im Bild. Also gleich geht es weiter. Wir verlosen ein paar Sachen. Wir verlosen unter anderem heute dreimal das hier. Schaut euch das mal an. ROG. Das ist mal Ausrüstung. Public of Gamers von Asus. Da steht drauf, was es ist. Nämlich Cetra True Wireless. Das sind Bluetooth-Headsets. Und falls ihr wissen möchtet, was das ist und warum ihr eventuell auf euch jetzt freuen könntet, einmal so einen Teil zu verlosen. Ein paar Losungen zu bekommen. Verlosung zu bekommen. Da hört man doch mal kurz rein. Marcel hat mir nämlich mal aufgesprochen und eingespielt, warum er die ziemlich cool findet. Asus steht für hochwertige und langlebige Produkte. So auch bei den ROG. Tetra True Wireless In-Ear Kopfhörern. Das sind In-Ears, die ihr sowohl für Gaming als auch Multimedia verwenden könnt. Die werden ja gekoppelt per Bluetooth 5.0 an zum Beispiel einen PC, einen Mac, eine Playstation, Nintendo Switch, iOS-Gerät oder Android-Telefon. Wenn wir uns die mal von innen anschauen. Wir haben speziell abgeschirmte 10mm Asus Essence-Treiber. Die machen dann ja eine Auflösung im Prinzip von 20 Hertz hier bis 20 Kilohertz. Ihr habt diverse luftdichte Kammern verbaut. Die wiederum dafür sorgen, dass Höhen und Mitten ja satt und sauber dargestellt werden. Aber wiederum Bässe ja kräftig und naturgetreu. Dann haben wir eine aktive Geräusunterdrückung, die sowohl die Umgebungsgeräusche herausfiltert, als auch Geräusche, die in eurem Ohr selber entstehen. Die werden da ebenfalls quasi gegengerechnet und unterdrückt. Ihr habt ein Case dabei, denn die Kopfhörer selber, die haben so eine Akkulaufzeit von etwa 5,5 Stunden. In dem Case selber ist aber auch nochmal ein Akku verbaut, wo sie dann aufgeladen werden können. Hier steht 27 Stunden, die ihr dann quasi habt, wenn ihr nachladet. Das Akku-Case selber wird per USB-C angeschlossen oder ihr könnt es auch per Inductive Charging aufladen. Also zum Beispiel so eine Matte, die im Tisch integriert ist. Dann haben wir eine Wasserbeständigkeit der IP-Klasse X4, also Spritzwasser geschützt. Das heißt, wenn da mal Wasser drankommt oder so, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, da passiert erstmal nichts. Und ihr habt im Prinzip ja über Fingerdruck dann die Steuerung, wo ihr dann nachher den Gaming-Modus einschalten könnt, die die Geräusunterdrückung oder Musik ja abspielt und auf Pause klickt. Das könnt ihr dann einfach darauf tippen. Dann könnt ihr euch die AmriQuade-App für euer Smartphone runterladen und darüber zum Beispiel dann noch Einstellungen für den Equalizer vornehmen oder Feinabstimmungen für euer Gehör machen. Eine ganz praktische Geschichte. Ja, das sind diese Teile hier. ROG Cetra True Wireless. Ladenpreis um die 130 oder 140 Euro. Und davon verlosen wir jetzt ein Stück. Wenn ihr so eins haben wollt, und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch eins haben möchte, dann ist die einfachste Möglichkeit dafür, dass wir das machen mit einem Bot, der im Hintergrund läuft. Und das funktioniert auf folgende Weise. Diejenigen von euch, die der Meinung sind, ja, so ein Weihnachtsgeschenk frühzeitig abzugreifen, habe ich nichts gegen. Danke an Zenmeister fürs 5. Habo. Danke an Spuni fürs 13. Danke an Benoni, an Morphon, an Castio Yorkson, Knudeliger und an Nina nochmal. Doppelt hält besser. Falls ihr der Meinung seid, ja, so ein Teil zu bekommen, wäre nicht schlecht. Da gibt es eine ganz simple Möglichkeit, wie ihr euch in der Verlosung beteiligen könntet. Nämlich einfach in den nächsten 30 Sekunden ab jetzt irgendwas in den Chat reinschreiben. Irgendetwas. Falls ihr das nicht haben wollt, bitte in den nächsten 30 Sekunden den Chat ignorieren. Falls ihr dagegen meint, ja, so ein Teil hätte ich gerne, wäre das eine sehr gute Möglichkeit, hier zuzuschlagen. Ja. Einfach jetzt etwas in den Chat reinschreiben. Ihr müsst dann, wenn ihr gewonnen habt, natürlich eure Versandadresse brauchen wir. Einer der Chatmodelatoren setzt sich mit euch auseinander, flüstert euch an. Das heißt, ich brauche dann für euch, wie er heißt und nicht den Nickname bitte, sondern den richtigen Namen. Um mit dem Postboten die Challenge etwas leichter zu machen, euch das Päckchen zuzustellen. Richtiger Name, Versandadresse, sehr gerne auch eine E-Mail-Adresse, weil ich habe immer wieder erlebt, es gibt Probleme. Da kann man nochmal nachfragen oder sagen, ja, das ist eventuell, das ist die Trackingnummer. Da weißt du, wann das Paket kommt. Die Daten gebe ich weiter an Asus und die verschicken das. Ich mutmaße mal, das ist morgen schon verschicken, weil ich morgen mich mit einem Ansprechpartner dort treffe. Ich kann es aber nicht versprechen, dass es morgen schon ist, aber es sollte vor Weihnachten eigentlich klappen. Es würde mich wundern, wenn nicht. 20 Sekunden, ach 15 Sekunden noch, falls einer von euch sowas haben möchte. In Weiß, nicht in Schwarz, wir verlosen die in Weiß. Gibt es in zwei Varianten, die Weißen sind im Topf. Die Weißen gibt es in beiden Farben. Ja, Regenbogenfarben gibt es um uns nicht. Es gibt tatsächlich nur die beiden. In den nächsten 10 Sekunden irgendwas in den Chat reinschreiben, bitte. Dann seid ihr mit dabei. Ja, sowas wie hier, bitte 13, sehr gerne. Ich will, Weiß ist super, Weiß ist toll. Dann färbe ich den Schwarz. Acht Sekunden noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und es gewinnt. Du hast gewonnen. Der Tekla hat gewonnen. So, jetzt wollen wir erstmal abwarten, ob der Tekla das mitbekommen hat. Denn wir brauchen ein kurzes Feedback. Falls der Tekla dagegen gerade in Ohlmann gefallen ist oder sich gedacht hat, ich schaffe das eh nicht. Ich gehe jetzt mal raus. Ich führe mal die Blumengassi oder tränke den Hund. Dann könnte es jetzt Probleme geben. Mal gucken, ob der Tekla sich meldet. Hallo Tekla. Tekla, bitte kommen. Du hast gewonnen, Tekla. Tekla, der Tekla. Du hast gewonnen. Hier, das sind deine, aber du musst auch kurz Bescheid geben, dass du das mitbekommst. Ja, juhu, wunderbar, zauberhaft, sehr gut. Ich frage mal kurz unseren Marcel. Der ist, glaube ich, auch noch da. Marcel, magst du mal kurz erklären, wie der Tekla an seinen Gewinn rankommt? Kann ich gerne machen. Ich habe gerade eine Nachricht gelesen. Ich konnte dich allerdings selber nicht anflüstern. Ich schreibe jetzt mal was in den Chat. Ich schreibe einfach mal Hallo. Unter dem Namen Marcel-Mayer-Unterstrich. Ich frage mich, ob mich da bitte einfach einmal kurz anflüstern, deinen vollständigen Namen da reinschreiben, Adresse, E-Mail und vielleicht noch meine Telefonnummer. Dann hätten wir alles komplett. Und bevor jetzt die anderen Interreden ausbrechen, es gibt noch drei weitere Möglichkeiten, wie ihr an diese Kopfhörer rankommt. Die erste Möglichkeit ist die nächste Verlosung gleich. Die zweite Möglichkeit ist die Verlosung danach am Ende des Streams. Und die dritte Möglichkeit ist eventuell diese hier. Man kann sie auch kaufen. Es ist natürlich irgendwie cooler, wenn man sie mega bekommt, nämlich Verlau bei einer Verlosung. Es gibt sie auch im Asus-Webshop. Link auf Asus findet ihr, indem man zum Beispiel Ausrufezeichen Asus in den Chat reinschreibt. Wir haben übrigens einen Gutscheincode. Einen Community-Gutscheincode. Der läuft immer durch. Das ganze Jahr über startete vor wenigen Monaten. Der heißt WB Plus. Und der funktioniert immer über einen bestimmten Link. Link wurde gerade gepostet. Geht auf diese Seite hier drauf. Ja, in Weiß ist nicht verfügbar, aber die in Schwarz sind verfügbar. Die sind verfügbar. Warum man jetzt fragt, warum verschenkt WB die in Weiß, die aber nicht verfügbar sind und die in Schwarz nicht. Die in Weiß, mein Ansprechpartner dort, die habe ich halt vor einer Tagwochen oder vor zwei Wochen. Da hatten wir uns überlegt, was wir heute verlosen. Da habe ich ihnen gesagt, weißt du was, geht doch bitte mal auf Nummer sicher und legt ihr drei zurück. Und deshalb hat er sich die zurückgelegt. Und deshalb, niemand kann die bestellen, aber er hat sich drei zurückgelegt für euch. Die in Weiß. Daher kommt das Ganze hier halt. Und wir haben diesen Gutscheincode und den kann man halt benutzen bis Ende Dezember, um in verschiedenen Produktklassen fünf oder zehn Prozent Rabatt zu bekommen. Der Link würde gerne nochmal posten, Marcel. Der Link führt auf diese Seite, den ihr jetzt bekommt. Und wenn man hier auf eines der Bildchen draufklickt, dann geht es zu den Produktkategorien hin, zu Mainboards, Monitoren. Dort jeweils fünf Prozent Rabatt über den Link. Also von da landet man dann im Webshop drin von Asus. Und zehn Prozent gibt es auf Gehäuse, auf Headsets, auf Mäuse, auf Kühler, auf Mauspads, Netzteile, WLAN-Router und Tastaturen bis zum 31.12. Anfang des Jahres gibt es mit diesem Gutscheincode mit WB Plus dann eine andere Aktion. Aber bevor wir über Kaufen reden, wollen wir erst noch weiteres Zeug verlosen, bevor es in den nächsten Block reingeht. Und zwar, schaut mal hier. Das ist Games Planet. Und schaut mal hier, das ist ebenfalls bei Games Planet ein Screenshot von... Hey, kommt euch das Spiel bekannt vor? Das habe ich doch schon mal gesehen. Das kommt mir total bekannt vor. Civ 6? Nein! Das ist das Spiel, was wir heute streamen bei unserem Multiplayer-Match. Die Anthology-Version, die Anthologie-Version von Civ 6. Und die verlosen wir jetzt gleich. Wenn ihr sie noch nicht habt, könnt ihr auch was anderes bekommen. Folgendes Prinzip. Ich habe einen Topf, also einen virtuellen Topf. Den stelle ich jetzt quasi in den Chat rein. Und in den Topf lege ich rein zwei Keys von der Civilization VI Anthology-Version, die übrigens auch gratis freischaltet. Den neuen Leader-Pass, den Anführer-Pass für Civ 6. Dann lege ich diesen Topf noch rein. Ein von Anno 1800, zweimal die Complete Edition Year 4. Drin enthalten ist das Grundspiel. Alle vier Season Passes, zwölf DLCs. Und wir kombinieren das noch im Bundle mit dem kürzlich erschienen Old Town Pack, dem Altstadt-Paket, das vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Ein Cosmetic-DLC. Also zwei Pakete von Anno 1800, Complete Edition Year 4 und von dem Old Town Pack. Die lege ich auch in den Topf. Zweimal Civ 6 Anthology-Version, zweimal diese Anno-Sachen. Und dann legen wir in den Topf noch rein. Expeditions Rom. Das kürzlich Anfang des Jahres erschienene oder Mitte des Jahres erschienene Rollentaktik-Rundenspiel von THQ Nordic. Das euch in der Zeit der Kreuzzüge quer durchs Mittelmeer bewegen lässt und abenteuerliche Rundentaktik-Schlachten schlagen lässt. Im Bundle. Nicht nur das Grundspiel. Jeweils ein Paket zusammen mit dem ersten bereits erschienenen DLCs. Also zwei Bundles. Zwei Bundles davon. Steam Keys. Lege ich auch rein in den Topf. Reicht das? Ne, ne? Reicht nur nicht. Wir legen außerdem unter den virtuellen Weihnachtsbaum in diesen Geschenketopf noch rein. Nights of Honor 2 Suburane. Vor wenigen Tagen erschienen. Ich streame es rauf und runter. Danke an THQ Nordic. Zwei Steam Keys von Nights of Honor Suburane. Kommen auch mit rein in den Topf. Episch erzähltes, episch inszeniertes Echtzeit-Strategiespiel. Global-Strategiespiel im Mittelalter. Mit Echtzeit-Taktik-Schlachten. So ein bisschen wie Total War Medieval. Nur halt von THQ Nordic und im Gegensatz zu den Paradox-Spielen viel verständlicher. Und bei mir gerade ein Spiel, das ich leidenschaftlich gerne spiele. Und das einzige Spiel, also ein Spiel, bei dem ich im Augenblick echt, also jeden Tag denke ich, mehr Scheiben kleister. Ich muss heute doofe Weihnachtsfeiern vorbereiten, Streams vorbereiten, Büroarbeit erledigen, vor die Tür gehen, essen, trinken und aufs Klo. Das ist ein Jammer. Ich würde gerne dieses Spiel spielen. So ein Spiel ist das. Davon verlosen wir zwei Steam Keys heute. Und außerdem, das reicht aber wirklich, die packen wir alle in den Topf. Gibt es unter euch Leute, die noch kein Spiel nach eurer Fasson gefunden haben? Also gibt es einen von euch, der sagt, nee, entweder die habe ich alle schon oder ich will was ganz anderes? Da würde ich nämlich noch andere Spiele in den Topf legen. Gibt es nur euch jemand, der sagt, das reicht mir nicht, WB. Und das ist hier, das ist nicht vielfältig genug. Ich hätte gerne andere Arten von Spielen. Ein paar, noch mehr? Echt, ist das nicht übertrieben? Okay. Oh gut, okay, okay. Dann legen wir in den Topf noch rein. Marvel's Midnight Suns. Zwei Steam Keys der Standard Edition liegen auch im Topf drin. Zwei Steam Keys, okay. Einverstanden? Und dann legen wir nur noch einen Topf rein. The Valiant. Echtzeit-Taktik-Rollenspiel im Mittelalter. Auch vor wenigen Monaten erst erschienen. Auch von THQ Nordic. Diese Steam Keys habe ich, und die Ubisoft Keys von Anno, die habe ich nicht selbst besorgt. Ich habe die Publisher mich mit denen zusammengetan, habe die gefragt, wollt ihr was beisteuern zur Weihnachtsfeier? Und die waren sehr, sehr großzügig. Danke dafür an 2K Games, an THQ Nordic und an Ubisoft. Davon auch zwei Steam Keys von The Valiant. Und dann reicht es aber wirklich nochmal zwei Steam Keys von We Are Football, von einem neuen Fußballmanager, von der Entwicklerlegende Gerald Köhler, im Bundle, im Paket mit dem kürzlich erschienenen ersten DLC, dem Nationen-DLC. Wo man Nationalmannschaft-Turniere nachspielen kann. Also davon sind es zwei Bundles drin. Davon haben wir zwei Steam Keys drin. Davon haben wir von der Anthology-Version haben wir zwei Steam Keys drin. Von Marvel's Nintendo and Suns haben wir zwei Steam Keys drin. Von Knights of Honor 2 Submarine zwei Steam Keys. Von Expeditions Rom plus dem DLC-Bundle-2-Packungen und von Arnold Arzt nun hat der Complete Edition-Year-4 plus dem Oldtown-Pack-2. Und jetzt verlose ich an euch die Möglichkeit, dass drei Leute von euch in den Topf reingreifen dürfen und sich von dem, was noch drin ist, irgendeine von diesen Sachen rausgreifen dürfen. Ja, dreimal verlosen wir die Möglichkeit, in diesen riesigen Topf reinzugreifen, zu gucken, was drin ist und das Spiel, das euch am meisten und am besten gefällt, rauszupicken. Das machen wir jetzt. Und zwar in den nächsten 60 Sekunden. Bitte in den Chat was reinschreiben. Gibt es unter euch Leute, die gerne in den Topf reingreifen würdet? Als kleine Schmankerl noch, die Keys bekommt ihr sofort. Augenblicklich, ihr müsst nicht drauf wachen, die werden euch nicht zugeschickt, sondern ihr könnt, wenn ihr wollt, parallel zocken zur Weihnachtsfeier oder ihr könnt danach zocken, wie ihr möchtet. Die Chat-Modes geben euch euren Gewinn sofort, augenblicklich. Gibt es Leute unter euch, ja, der eine oder andere scheint da zu sein oder die eine oder die andere. Möchte jemand von euch in den Topf reingreifen? 40 Sekunden noch, ganz schnell was in den Chat reinschreiben. Möchte jemand reingreifen in den Topf und von diesen Spiele-Kies etwas bekommen und euch von WB frohe Weihnachten wünschen lassen. 20 Sekunden noch, 20 Sekunden noch, 16 Sekunden noch, keine Hektik. Es sind noch 12 Sekunden, kein Grund plötzlich in Panik auszubrechen. 8 Sekunden sind noch da. Im Ernst, 6 Sekunden. Für jeden noch Zeit, irgendwas zu schreiben. 4, 3, 2, 1. Und der glückliche Gewinner, die glückliche Gewinnerin ist. Not you, 98. Ganz schnell Feedback. Ich will verlosen. Hast du das gelesen? Not you, 98. Ist das okay? Hast du nur versehentlich gewonnen oder willst du reingreifen in den Topf? Wenn ja, schreib mal rein, was du gerne hättest, damit die anderen wissen, was schon weg ist. Ja, hallo, zurück. Hast du alle Preise mitbekommen? Sag bitte Bescheid, was du haben möchtest. Das schmeißen wir dann raus. Was möchtest du haben? Bitte kurz Bescheid geben. Ja, ich habe es gelesen. Ja, das ist gut. Was denn? Anno. Anno geht einmal raus. Einmal Anno 1800 Complete Edition Year 4 plus das Old Town Pack. Und das ist eine der materiell wertvollsten Preise, die wir zu vergeben haben. Glückwunsch an dich. Ich gebe das Danke weiter an Ubisoft. Marcel, wie kommt Not you an sein Geschenk ran? Das macht gerade der Matze, der Black Panther. Den bitte einmal anflüstern. Der schreibt jetzt gleich mal ganz kurz was in den Chat. Black Panther unterstrich 45. Und der gibt dir dann direkt den Anno Key. Matti, danke fürs Abo, fürs vierte. E-Cross, danke nochmal. Zen Meister, Spoonie, all die anderen. Noch jemand darf reingreifen. 30 Sekunden. 30 Sekunden Zeit, um nochmal etwas in den Chat reinzuschreiben. Um dann aus dem Topf eines dieser Präsente rauszunehmen. Noch sind alle im Topf drin. Alles ist da. Mit mindestens einem Key ist alles noch vertreten. Wer möchte reingreifen? 20 Sekunden noch. 20. 17 Sekunden noch. Wer will reingreifen und eines von diesen Spielen bekommen? Anno 1800 Complete Edition Year 4 plus das Edelium. Und das Kosmetik-Pack, Old Town Pack. Dann drin, Expeditions Rom, inklusive dem ersten DLC. Knights of Order 2 Sovereign, Echtzeitstrategiespiel im Mittelalter. Marvel's Midnight Suns, Runden-Taktik-Rollenspiel von Phyrexis Games. Die Anthology-Version von Civ VI, die auch den Civ VI Liederpass freischaltet. The Valiant, Echtzeit-Taktik-Schlachten und Rollenspielelemente im Mittelalter. Und We Are Football, der Fußballmanager zusammen im Bundle mit dem ersten DLC. Wer greift rein? Wer möchte etwas haben? 5 Sekunden noch. 4. 3. 2. 1. 1. Und wir würfeln. Und es ist? Kiel-Spieler. Kiel-Spieler. Bitte kurz. Hast du das mitbekommen? Wir verlosen noch einmal reingreifen. Hast du das mitbekommen? Und was möchtest du haben? Hast du das mitbekommen? Kiel-Spieler. Hast du mitbekommen, dass du gewonnen hast? Bitte kurz Feedback geben. Hast du mitbekommen, dass du gewonnen hast? Kiel-Spieler. Bist du da? Hallo Kiel-Spieler. Bitte komm. Ich nehme Knights of Honor 2 Savorain. Geht raus an Kiel-Spieler. Frage an. Glückwunsch an dich. Wir verlosen jetzt gleich nochmal. Aber Frage an Marcel. Wie kommt Kiel-Spieler an seinen oder an ihren Gewinn ran? Ja, Black Panther schreibt jetzt gleich nochmal was in den Chat. Da einfach auf den Namen klicken und in den Kurs anflüstern. Und dann wird dir der Key auch direkt drüber geschickt. So, wir machen gleich mal weiter, ne? Noch einmal in den Topf reingreifen. Das wird nicht das letzte Mal sein. Wir machen so Verlosungen. Der Abend ist nur ein sehr junger. Aber wenn ihr in den nächsten 30 Sekunden irgendwas in den Chat reinschreibt. Mit 28, 26, 25,5 Sekunden, dann landet ihr nochmal und darf einer von euch nochmal in den Topf reingreifen. Ich selber notiere mir auch schon mal, was alles weg ist. Also ein Ando-Bundle ist weg. Einmal ist Knights of Honor 2 Savorain weg. In anderen Worten, es ist alles noch drin. Alles ist noch da. Alles ist noch da. 15, 12 Sekunden noch. Wer möchte einmal reingreifen in den Topf? Wer möchte sich nur ein Spiel gönnen? 10 Sekunden noch. 8, 7, 6. Das sind die Spiele hier. Ich zeige euch nochmal die Screenshots. The Valiant, We are Football. Sid Meier's Civ 6 Anthology Version. Marvel's Midnight Suns. Knights of Honor 2 Savorain. Expeditions Rom. Wandel mit dem ersten DLC. Und immer noch Anno 1800 Complete Edition Year 4 mit dem Old Town Pack obendrauf. Zwei Sekunden, eine Sekunde. Ich lose. Letzter Gewinner in diesem Block. Nachher verlosen wir nochmal. ist Ari Leijak. Ari Leijak. Ari Leijak. Ja? Ari Leijak. Ari Leijak. Ari Leijak hat gewonnen. Bitte kurz. Hast du das mitbekommen? Hast du an dich geglaubt? Und bist du am Rechner oder am Tablet geblieben? Und was hättest du gerne? Wünsch dir was. OMG. OMG? Für welche Spiele ist das denn eine Abkürzung? Ach so. Das meinst du. Alles klar. OMG. Ja. Anno bitte. Aus. Alle Leute, die auf Anno geschielt hatten. Anno ging als erstes weg. Anno ist Futschikato. Ari Leijak schreibt, ich raste aus. Glückwunsch an dich. Ganz liebe Grüße. Freut mich sehr, dass du dich so freust. Ganz im Ernst. Marcel, wie kommt Ari Leijak an ihren, an seinen Gewinn ran? Ja, genauso wie gerade auch. Also Mats, da schreibt noch was in den Chat. Der Black Panther unterstrich 45. Da einmal auf den Flüster-Button klicken. Und dann wird auch er dir den Key gleich rüber schicken. Okay. Glückwunsch an dich. Wir verlosen gleich nochmal weiter. Aber das war's jetzt einmal. Wenn es ein nächster Verlosungsblock gibt, gibt's ja nach dem nächsten Drittel des Spieles. So, wir gehen hier nochmal raus. Und, Moment, genau, hier bin ich jetzt wieder auf der richtigen Seite. Ich hole mir Matsumann wieder dazu. Der auch, das muss der auch gleich mal in die Kamera zeigen, der Matsumann. Der macht das genau richtig. Der trinkt nämlich grundsätzlich seine Heißgetränke nur aus der einzigen Warentasse. Hier im Bild sehr schön zu sehen, Matsumann. Ja, das ist die Writing Bull Tasse. Und, äh, anders als bei unserem WB ist da keine Kuhweil da drin, keine Kröte drin, nichts, gar nichts. Sondern einfach nur, wenn ich jetzt sage, dass das Glühwein ist, ist das, glaube ich, falsch. Ich glaube, du hast Alkoholverbot für mich heute ausgelöst. Aber es ist ein anderes leckeres Heißgetränk. Oh, wie lecker. Vergorene, unterhitzte Rentiermilch. Ganz köstlich, passend zum Weihnachtsmann. Ganz zauberhaft. Magst du dem Chat mal eine Runde vergorene, warme Rentiermilch ausschenken? Wenn einer von euch dieses leckere Getränk und seinen exotischen Geschmack haben möchte, bitte einmal die WB-Tasse in den Chat drauf reinhalten. Matsumann, schenkt gerne aus. Wir sind wieder drin. Ja, aber nicht aus meiner Tasse. Nein, aus der nicht. Hey, Ranger. So, wir sind wieder da. Ja. Äh, wo stehen wir? Können wir loslegen? Wir stehen so da, dass wir loslegen können. Alle neuen Spieler sind, äh, in ihren Teams zugeordnet. Hatten jetzt auch Zeit, sich da ein bisschen das Ganze anzuschauen, die Lage anzuschauen. Ich habe mit den Leuten ausgemacht, dass sie jetzt noch nicht auf eine Runde weiterklicken. Ähm, das müssen wir denen natürlich jetzt noch freigeben. Und wir müssen vielleicht auch die Teamkapitäne über die kleine Regeländerung bezüglich, ähm, des Punktes in der Mitte, äh, verkünden. Nämlich, dass wir jetzt nicht mehr rundlich uns das Ganze angucken werden, sondern einfach zum Ende dieses, äh, ja, dieses Blocks erschauen werden, wer hat dann dort mehr Militäreinheiten in oder an den Geländefeldern, ähm, von diesem, äh, von dieser Stadt. Und, ähm, magst du uns? Dann können wir aus meiner Sicht loslegen. Genau. Sind schon alle versammelt? Wahrscheinlich nicht. Du machst das aber jetzt. Und an Marcel, danke schön, dass du uns gerade hier bei der Flose geholfen hast. Und bis nachher. Sehr gerne. Bis gleich. So, jetzt geht's hier weiter. Ich zeig euch nochmal kurz die Punkteliste nach dem ersten Block. Liebe Grüßen alle anderen, die später gekommen sind. Und riesen Dankeschön an Jabba für die fünf Abos, die du verschenkt hast. Das ist sehr, sehr freundlich. Und danke auch an Matzer Atzer und an den Black Panther dafür, dass du alles so cool abgewickelt hast mit den Verlosungen und dem, mit dem Postboten sein. Und danke auch an Banzer fürs 23. An Gensur Real, an Gausur, Mathe, E-Cross und all die anderen für ihre Abos. Danke euch. So, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja, wir sind jetzt sogar mit den Teamkapitänen zusammen. Die haben wir jetzt mal versammelt, um quasi den Startschuss gleich geben zu können. Nur die Teamkapitäne. Guten Abend. Nur die Teamkapitäne. Soll ich den Rest auch noch dazu holen? Nö, muss jetzt nicht sein. Machen wir nachher dann nochmal. Hast du gut? Nee, alles okay. Okay. Wie, wer kämpft bei euch in welchem Team? Die von den neuen Teammitgliedern. Ich frage mal zuerst Teppich. Ja, bei mir kämpfen mit Paul und David. Also wir, 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 das Neville und Christino. Achso, stimmt. Das hatten wir eben verlost. Entschuldigung, mein Fehler. Alles gut. Gut. Also du kämpfst. Und jetzt ist noch die Frage, welche Fraktionen haben die? Also der Römer ist bei Paul, also bei Christino und wie das Neville hat, Arad. Okay. Und bei dir, Eisdrache? Ja, ich habe den Munilora Kai und den Felanor und, ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil die Nicknamen anders sind wie, äh, Dings. Der Munilora hat Persien und Felanor hat, äh, Pheopratra übernommen. Alles klar. Wunderbar. Ja, wir haben eine kleine Regeländerung für euch. Oh, ich sehe, nein, ich sehe nicht. Ich höre aufgrund von kleinen Aussetzern in eurem Atem, dass ihr leicht zusammengezuckt seid. Habt ihr irgendwas gegen spontane Regeländerungen und ein bisschen Chaos bei Multiplayer-Matches? Entretende Schweigen? Solange sie noch die Regeländerung Spaß machen. Na, das hoffst du, dass die Spaß machen? Ja. Du bist aber ein echter Optimist. Dass die Regeländerungen zu mehr Spaß für alle führen. Ach so, für die anderen mehr Spaß. Für euch da aber, Matsumen, meinst du, die Regeländerungen führen für Teppich und für Eisdrache zu mehr Spaß? Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Also es ist eine kleine Vereinfachung, insbesondere für uns beide, lieber Daniel. Für euch ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Pokerspiel, beziehungsweise strategisches Denken, was da mit reinkommen muss gleich. Es geht um Nazca. Genau, das konntet ihr euch schon denken. Der Punkt in der Kartenmitte, aber diesmal zu etwas veränderten Regeln. Und zwar, in diesem Block werden am Ende des zweiten Drittels, des Ende des zweiten Blocks, 15 Siegpunkte rausgegeben an das Team, dass nach dem letzten, der Quatsch, dass dann, wenn Matsumen pausiert, wir sagen euch, wann das ist vorher, dass dann, wenn Matsumen final den Block hier halt beendet, die meisten Einheiten in der Stadt stehen hat oder um die Stadt herum. Ist so richtig, Matze? So ist richtig, genau. So, dass wir das nicht mehr rundlich checken werden, sondern nur einmalig zum Ende des Blocks. Es geht nicht darum, wem die Stadt gehört. Es geht auch nicht darum, also es könnte hypothetisch auch sein, dass irgendeinem die Stadt gehört, aber in der letzten Runde zieht euer feindlicher Teamkapitän plötzlich eine riesige Menge von Wegwerftruppen, die ruhig verheizt werden dürfen in einem riesigen Kreis um die Stadt herum. Wenn er dann mehr Runden, mehr Einheiten hätte zum Rundenwechsel hin, dann wäre das auch für ihn eine coole Sache, wenn er das überlebt. Wir sagen euch ein bisschen vorher, welche Runde das sein wird, also zwei, drei Runden vorher, damit das nicht so super überraschend kommt. Ihr könnt euch grob orientieren, es wird so ungefähr sein gegen 20 Uhr oder kurz vor 20 Uhr. Alles klar, aber nagelt mich nicht auf die Minute fest. Derjenige, der dann die meisten Truppen in der Stadt, im Kulturgebiet der Stadt oder ein Feldradius um die Stadt herum hat, der bekommt, dessen Team bekommt die 15 Punkte. Alles klar? Ja, verstanden. Alles klar. Vielen Dank. Dann können wir das Spiel freigeben, liebe Leute. Auf geht's. Und go, go, go. Geht wieder zurück zu euren Teams und ihr dürft auf eine Runde weiterdrücken, wenn ihr zu weit seid. Du hast das Spiel noch pausiert, deswegen können wir noch alle nichts klicken. Ich hab, ich hab, also bei mir steht nichts mit pausiert, aber ich kann's gerne nochmal zurückkönnen hier. Bei mir ist nichts pausiert. Jetzt können wir was machen. Das ist der Fehler, wenn du gespeicherst im Pausenmodus, dann wird gespeichert, dass du im Pausenmodus bist und musst einmal wieder auf Pause und Pause beenden. Jetzt ist alles freigegeben für euch, ihr könnt auf jeden Fall jetzt Gas geben. Genau. Wunderbar. Ja, und da sind sie schon verschwunden, ganz schnell zurück in ihren Gruppen, um da jetzt zu sagen, go, go, go. Die ersten Kämpfe werden geführt und, oh, ich glaube, da wurde auch gerade Teppich ziemlich überrumpelt mit den Reitereinheiten bei Cusco, dass da gar nicht jetzt irgendwelche Chancen bestehen, erstmal zeitnah für ihn dort Einheiten zu platzieren. Das wird natürlich jetzt wehtun. Für die Zuschauer, die ein bisschen später gekommen sind, machen wir jetzt auch den obligatorischen Rundgang durch alle Städte. Vorher noch eine Frage aus dem Chat an dich mal zu Män. Kannst du auch putzen? Ich muss mal kurz den Kontext erklären. Der Chat hat sich eben darauf geeinigt. Ich hatte keinen Einfluss drauf, dass auch du hier verlost wirst als Giveaway am Ende des Streams. Man hätte gerne gewusst, wie nützlich du bist im Haushalt. Ja, also, was soll ich sagen? Nein, ich kann es schon. Ich mache es, wenn es sein muss, wenn man mich antreibt dazu, motiviert, dann kann ich das schon. Ob ich da jemals drin Perfektion erlangen werde, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es anderes qualifizierteres Personal als mich. Herbert hätte gerne gewusst, ob du stupenrein bin. Ja, also stupenrein, das klappt schon. Für mehr kann ich nicht garantieren. Ein Überblick von links nach rechts. Grüße an alle, die später gekommen sind. Wir spielen hier in zwei Dreierteams gegeneinander. Ein Teamkapitän, Teppich bzw. Eisdachler sind gesetzt. Die beiden Mitspieler auf jeder Seite wechseln durch. Es gibt drei Drittel. Jedes Drittel mit einem anderen zusammengesetzten Team. Er setzt zu Beginn des zweiten Drittels und hat noch nichts Wichtiges verpasst. Verpasst außer jede Menge Abenteuer, Brutalität, Überraschungen und zarten Gemeinheiten. Wir machen einen Rundgang hier durch. Wir spielen mit Online-Geschwindigkeit auf einer Fraktal-Zufallskarte und mit einem speziellen Modus, bei dem den Teams immer Punkte gegeben werden, aufgrund von Aufgaben, die wir ihnen setzen. Teilweise auch Zuschauer-Votings. Je weiter die Partie voranschreitet, desto mehr Punkte wird vergeben. Am Ende des Streams werden wir einen Sieger küren. Das ist das. Das eine Team seht ihr links oben. Das ist das Team angeführt von Eisdrache. Das Team auf der rechten Seite ist das von Teppich. Alles dreht sich im Augenblick um die Stadt in der Mitte. Nazca, das war zu weit bei der Partie Start, war das ein religiöser Stadtstaat. Der wurde dann erobert. Wir hatten die Aufgabe gestellt, dass man hier die Stadt halten, dass man viele Einheiten hier vor Ort haben muss. Und das ist jetzt eine der Challenges für diesen Block. Wer am Ende des zweiten Drittels hier die meisten Einheiten drumherum oder in der Stadt stehen haben wird, bekommt Siegpunkte. Weiter Challenges folgen. Die Stadt wurde mittlerweile eingenommen von den Sküten, also wurde eingenommen von Eisdrache und von Tumyrus. Der hat den Vorteil, dass hier Reiter, wenn er Reiter generiert, entsteht immer ein zweiter Gratisreiter. Das heißt, wenn eine leichte Kavalerie erzeugt wird durch Bau und ich glaube auch durch Kauf, Matze, ne? Auch durch Kauf, ja, in der Tat, genau. Dann entsteht immer eine zweite Einheit mit. Cool fürs Terrorisieren der Vereine, cool auch für diese Challenge, sehr schlecht zum Erobern von Städten, aber er hat die Stadt schon. Auf der rechten Seite, und jetzt erklärt euch das Matsu-Man mal weiter, damit mein Mund nicht zu trocken wirkt, haben wir dann sein Gegenüber, den anderen Teamkapitän, Matze. Ja, bevor ich dort weiter erkläre, kannst du vielleicht in der Gelegenheit dir mal spaßteilbeine Widmung auswählen und auf eine Runde weiterklicken. Ich glaube, weil wir neu geladen haben, musst du einmal auch als Spectator dort einmal, die Runde weitergeben. Gerade mit einem vierten Siedler unterwegs im Norden. Und ich bin gespannt, ob er tatsächlich mit seinen Kulturgrenzen in Nippur sich noch Geländefelder dazukaufen wird, direkt an Nazca heran, sodass er dann auch dort im eigenen Kulturkreis quasi seine eigenen Einheiten dann direkt an die Stadt platzieren kann. Das Problem in Nippur ist, es gibt keine Stadtmauer. Das ist der Nachteil auf Seiten von Teppich. Der Vorteil ist, dass der Feind halt sehr stark geskillt ist auf Reiterei. Die sind nicht so die coole Spezialeinheit zum Ersturmen einer Stadt. Die Verteidigungsfähigkeit einer Stadt steigt, wenn man Einheiten darin platziert und je coolere Einheiten man erforscht. Um es mal ganz grob zu sagen. Er hat außerdem nur einen strategischen Vorteil, dass die Stärke der Sküten nicht nur in der Reiterei besteht, sondern auch in den Schiffen. Die haben nämlich vorne eine Küstenstadt. Und Eistrache hatte viele Schiffe auch gebaut, um Druck auf Nazca auszuüben, um die Challenge zu gewinnen. Diese Schiffe kommen aber nicht rein hier in die Städte von Teppich, weil der zwar eine Küstenstadt hat, aber die ist auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn er hier oben eine gründet, da kommt Eistrache wahrscheinlich auch nicht so schnell hin. Das heißt, die Schiffe können ihm nichts tun. Das ist die Ausgangssituation hier. Wir gehen mal weiter mit dem Uhrzeigersinn. Rechts weiter. Und das nächste Reich, das wir haben, Matsumen, ist Rom. Hier oben gelegen, Rom und Küme. Dahinter steckt Cuscino, der mittlerweile, ihr habt es eben gehört, in Holland lebt und dort mit der Königin Wilhelmina wahrscheinlich regelmäßig, also zumindest mit der Sif-Königin. Die andere ist, glaube ich, nicht mehr unter den Lebenden, regelmäßig Kaffeeklatsch macht und Käsekuchen futtert. Und hier in Rom sieht es auch, die Startposition war gut, aber nicht sehr nationell. Es gab Barbarenprobleme anfangs. Die hat aber durchaus was draus gemacht, Matze. Ja, sie hat das Beste draus gemacht. Die Barbaren ganz gut in Schach gehalten. Inzwischen drei Städte. Ich bin gespannt, ob er noch eine vierte Stadt gründen wird. Und er scheint momentan in Rom sich auf ein Weltwunder spezialisiert zu haben und dann in der nächsten Runde möglich hat, also die hängenden Gärten fertigzustellen. Der Dirk für mehr Wachstum in all seinen Städten. Und damit wird er offensichtlich die römischen Städte sehr groß werden lassen. Aber ich bin gespannt, ob er vielleicht noch eine vierte Stadt irgendwo siedelt oder ob er die jetzt weiter ausbaut. Wir sollten mal eine Sache erklären für die Civ6 Gelegenheitsspiele oder Einsteiger. Wie die Regeln funktionieren im Multiplayer bei Teammatches, was die Forschung betrifft. Denn da, viele Leute kennen das nur von Multiplayer-Matches, Matze, dass man sich Goldgeschenke im Team geben kann oder Luxusressourcen schenken kann. Aber es in Maßen kann man sich auch gegenseitig bei der Forschung helfen. Genau, das ist immer so, wenn ein Teammitglied eine Forschung durchgeführt hat, dann wird quasi die Forschung etwas günstiger für alle anderen Teammitglieder. Und so kann man sich dann ganz gut abstimmen. Wenn man zum Beispiel einen hat, der sich sehr stark auf Forschung, auf Technologie spezialisiert, der dann durch diesen Forschungsbaum durchrast, vielleicht noch ein paar Heurekas zum Beispiel, dann auch gut einsammeln kann, der kann das dann leichter machen für die anderen Mitspieler, dann auch dort mitzuziehen. Das ist das dritte und letzte Teammitglied bei Teppich. Das ist hier, wie das nennt ihr, unser Chat-Moderator David. Der ist hier unten unterwegs in einer sehr coolen Situation eigentlich. Denn die Ländereien hier sind traumhaft. Ein sehr schneller Start hier mit den Dschungelfeldern, die auch unglaublich viel Gold geben. Das hängt mutmaßlich zusammen. Hängt das mit der Religion zusammen oder mit irgendwas anderem? Weißt du das? Er hat Rena in seine Stadt gesteckt. Was super cool ist, weil Rena mit, ich glaube, zweiten Beförderung kann man zwei Gold mehr bekommen auf nicht modernisierte Features, die auf einem Geländefeld sind. Also sowas wie Wald, Regenwald und andere Ressourcen oben drauf. Oder sowas wie Schwemmland zum Beispiel auch. Und ja, man darf halt nichts drauf bauen, aber man bekommt dann gleich zwei Gold mehr. Und das ist natürlich schön, um seine Mitspieler zum Beispiel zu unterstützen. Acht Bürger hat er in der Stadt, das hilft auch. Dadurch kann er halt viele Bürger auf diesen Geländefeldern platzieren. Ein Campo steht ausnahmsweise mal nicht an Bergen, dafür aber strategisch klug platziert neben einem Riff. Dadurch ein zweier Nachbarschaftsbonus. Und hier ist ein Vulkan in der Mitte. Es ist immer eine große Glaubensfrage, Matsumand, ob man in der Nähe von Vulkanen siedeln soll oder nicht. Ich persönlich finde eigentlich, wenn ein Vulkan zwei oder drei Geländefelder weit steht, ist alles okay. Zwei ist ein bisschen riskant, geht aber absolut. Gut, denn da entstehen doch eine ganze Menge Ressourcen durch die Vulkanausbrüche drumherum. Und dass die auch hier entstehen, dabei haben wir bei der Kartengenerierung, bei den Spieleinstellungen auch gesorgt, Matze. Ja, also wir haben hier die Startanstellung auf legendär, ihre Startpunkte gestellt, sodass die Spieler wirklich an Orten herauskommen mit ihrem Siedler in der allerersten Runde, wo man auch viele Erträge haben kann. Und wir sehen es auch hier am Vulkan, dass die Erträge durch das immer wieder Ausbrechen der Vulkane echt sehr, sehr groß werden können. Also da sechs Nahrungen oder vier Nahrungen, vier Produktionen an Wissenschaft auf einem Feld zu haben, was an sich sogar geplündert ist, ist schon echt ein super, super Vorteil. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, dass die Geländemodernisierungen immer wieder kaputt gehen, weil auch so sind das einfach hohe Erträge. Eine Sache möchte ich noch ergänzen, wir hatten bei Partiestarte auch eingestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Vulkane ausbrechen oder andere Naturkatastrophen entstehen, erhöht ist. Und das trägt dazu bei. Ein bisschen skeptisch bin ich allerdings, ob es so klug war, die heilige Stätte neben dem Vulkan und dem Berg zu stellen. Der Vulkan zählt in Doppelfunktion, auch als Berg. Dadurch hier der Nachbarschaftsbonus, aber hier, das geht wohl oft doch kaputt, wird geplündert, die Schreine. Also, da bin ich ein bisschen skeptisch. Hätte ich vielleicht zum Beispiel hier unten hingestellt. Hier unten haben wir drei, da ist auch ein Vulkan. Ach, da ist auch ein Vulkan. Ja, es ist halt ein totales Vulkangebiet hier. Okay. Weitere Einheiten ziehen in Richtung Südwesten. Hier ein Siegler, eine kleine Stadt der Damaskus, hier unten gebaut. Dann wechseln wir rüber zum Team Eisdrache und zu den Persern. Hier vorne. Und die Perser in dem Fall, das ist Munilora, das ist Kai. Mit Susa, mit Passagarde und mit Sparda hat er übernommen von dem Spieler davor. Die Startposition war keine sehr gute. Ohne Trinkwasser, mit viel Wüste, schwer auszuspielen. Aber da hat eigentlich sein voriger Spieler eigentlich einen coolen Buch gemacht mit der passenden Religion oder mit dem passenden Pantheon. Matsumen und die heiligen Städten, die hier stehen, die generieren unfassbar viele Glaubenspunkte. Das ist der Hammer. Also sie haben sich dort für die Wüstenvolkchlor entschieden. Das bedeutet, jedes Wüstengeländefeld, was um diese heilige Städte herum ist, bietet an sich schon mal einen Nachbarschaftsbonus. Dann hat er da noch angrenzend an das Auge von Afrika gebaut, was ja als Naturwundergeld. Das heißt, dort gibt es dann auch nochmal für jedes der beiden Felder zwei Punkte obendrauf. Und er zeugt so jetzt zehn Glauben pro Runde. Später kann man das noch maximieren, wenn man Schrift erforscht hat, dann wird es auf einmal 20 Glauben pro Runde. Das ist der Wahnsinn, so früh in der Partie noch nicht mal mehr Runde 50 erreicht. Also echt sehr gut ausgespielt. Und ja, ich glaube mit den beiden weiteren Städten Sparda, aber auch Susa in Kombination mit der Hauptstadt werden sich auch die Perser hier gut etablieren können in der Partie. Durch einen Minibug werden ja im Beobachtermodus nicht immer alle Ressourcensymbole angezeigt. Das sind zum Beispiel zwei Eisenvorkommen zur Ergänzung. Das hier vorne sollte auch ein Eisenvorkommen sein. Nee, das ist keins. Aber das ist Eisen hier, ne? Ist das kein Eisen hier? Das kann jetzt sein, weil wir gerade die Sichtbarkeit haben von, ja, ich glaube tatsächlich von Persien, dass sie es noch nicht erforscht haben und deshalb hat das nicht so angezeigt. Nee, ich gehe mal in seine Sicht nochmal rein. Ja, jetzt wird es angezeigt mit dem Eisen-Symbol. Na genau, kann ich das nicht mehr vorstellen. Das war ganz kurz da. Es sollte auf jeden Fall Eisen sein. Wir gehen noch einmal rüber auf die andere Seite und das ist jetzt die letzte Fraktion, die wir euch noch vorstellen müssen in unserem Durchlauf. Und das sind die Ägypter, beziehungsweise die Ägypterinnen. Das ist Kleopatra. Allein diese Nase immer wieder ein fantastischer Anblick. Gute Startposition, wahnsinnig viel Dschungel und Flüsse für Wohnraum, für Nahrungs- und Produktionserträge. Die Möglichkeit an Bergen hier eine heilige Städte zu platzieren. Weltwunder wurden gleich mehrere schon errichtet. Gute Startposition, kann man nicht anders sagen. Hauptstadt war ja oben Rakedet und dann ist er Richtung Südenhalt gegangen, in die vernünftige Ecke und hat hier weitere Städtchen schon gebaut. Spezialeinheit ist da der Mariano-Burgenschütze. Die Ägypter werden gespielt. Kleopatra von, oh, ich habe die eben durcheinander geworfen. Munilora Kai war eben und ich habe die verwechselt. Das hier vorne, ich habe die mit Persern verwechselt. Die Perser waren wie das Nidia. Peinlich. Das hier vorne war wie das Nidia, hier unten. Ich habe es leider verkehrt erklärt. Entschuldigt bitte. Das waren wie das Nidia, das ist David mit den Persern. Das hier hinten, das ist halt Munilora, das ist Kai mit den Ägyptern. So rum funktioniert es. Also echt eine gute Position. Matze, siehst du schon irgendeinen Favoriten? In diesem MP-Match? Also wenn wir uns die Punkte nach der ersten Runde angeschaut haben, die wir ja selbst vergeben, dann ist es ja echt knapp. Also Eisdrache liegt etwas vorne mit seinem Team. 15 zu 10 Punkte gegenüber den lachenden Möhren, weil sie einfach den Ort in der Mitte länger mit Einheiten gehalten haben. Jetzt wird es ja noch mehr Zuschauer-Votings von euch geben und noch eine Überraschungs-Quest mehr als in der letzten Runde. Allerdings kann sich das noch in beide Richtungen dann so mit entwickeln. Insofern finde ich das sehr spannend. Und ich finde es auch spannend vom Setting her, dass wir nun ja ausreden, die beiden Team-Kapitäne sich hier so ein bisschen bekriegen lassen mit den Einheiten. Und die beiden Mitspieler jetzt ja ein bisschen die Support-Funktion haben, gucken müssen, wie können wir dort vielleicht selbst noch Einheiten produzieren, auf die lange Reise nach Norden schicken zu Nazca, weil darüber einfach die meisten Punkte generiert werden. Oder sich vorbereiten auf die fiesen, fiesen Challenges, die wir noch vorbereitet haben. Ja, wir fangen mal an mit einer Zuschauer-Quest, die jetzt noch mal reinkommt und noch mal ein paar Siegpunkte verteilt. Ich überlege mal gerade mal eine. Wir haben einen Pool vorbereitet für verschiedene Alternativen, die zeigen wir euch mal nicht. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Das ist alles, kommt alles noch zu früh im Grund. Wir könnten eine Sache machen, die kommen alle noch zu früh. Die kommen alle eigentlich noch zu früh. Kann man eigentlich noch nicht nehmen. Dann nehmen wir lieber noch eine andere Überraschungs-Quest. Hast du einen Vorschlag bei den Überraschungs-Quests, welche wir nehmen könnten, Matze? Ich gucke mir das selbst einmal ganz kurz an. Überraschungs-Quests, wir könnten... Wie wäre es beim Thema... Wie wäre es mit der zweiten, die nur du siehst gerade und ich und der Chat noch nicht? Das fände ich sehr spannend, aber da müssten wir echt einmal kurz uns überlegen, was es da schon alles gibt. Guck, tu dir das doch mal in Ruhe an und ich texte unsere Zuschauer gern los zu, so wie sie es von mir kennen. Das weiß man ja. Ja, das ist immer gut. Matze, meldet sich bitte von sich aus, wenn du weißt, wie wir mit der Überraschungs-Quest gleich noch mal fünf Siegpunkte vergeben wollen. Wir schauen uns in der Zwischenzeit an, was hier weiter passiert. Grüße an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Civ 6. Und falls ihr zwischendurch mal sagt, hey, hier werden Punkte verteilt. Kann ich auch Punkte bekommen? Nein. Doch, ja. Doch, ihr könnt Punkte bekommen. Ihr könnt Karma-Punkte bekommen. Wisst ihr, wodurch? Nicht die Bullen-Karma-Punkte im Chat. Wisst ihr, wer an Karma rankommt? Durch gute Taten. Und wie kommt man an gute Taten ran? Hierdurch zum Beispiel. Schaut mal hier. Augenblick, Matze. Schaut mal hier. Eine Charity-Aktion. Die Communities von Steinwallen und unserer, wir machen eine Charity-Aktion zugunsten von Die Tafeln Deutschland. Da haben in den letzten Minuten, die letzten Stunden des Events schon, die sind weitere 600 Euro gerade hier in den Topf reingekommen. Und Link darauf wurde gerade noch mal gepostet von Marcel. Danke dir herzlich. Steuern sind, Spenden sind steuerlich absetzbar. Zumindest in Deutschland. Sollte auch in Österreich und der Schweiz möglich sein. Hier wird erklärt, wie das geht. Mit Tafeln Deutschlands. Ja, der Zusammenschluss der vielen lokalen Tafeln, die es gibt. Eine der größten sozialen Bewegungen, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Unfassbar viele Ehrenamtler in vielen Städten unterwegs, die da Nahrungsmittel einsammeln. Nicht nur, aber überwiegend von Supermärkten. Und die dann gratis weitergeben an Bedürftige. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Menschen im deutschen Raum. Österreich, Schweiz, leider auch in den Nachbarländern. Und dann schlicht dadurch, dass wir die Energiekrise haben, dass die Inflation zu sehr, sehr hohen Preisen führt. Insbesondere bei den Nahrungsmitteln. Also vor allem bei den Grundwaren für den täglichen Bedarf. Da hat die Inflation vor allem zugeschlagen. Leute, die ein bisschen wohlhabender sind, obere Mittelschicht oder reichere Leute, die sind gar nicht so sehr betroffen von der Inflation. Weil zwar auch ihre Ausgaben steigen, aber die können das eher abfedern. Aber gerade Leute, die wirklich am Ende des Monats jeden Euro oder sogar jeden Cent umlegen müssen. Die vielleicht als alleinerziehende Familie mit kleinen Kindern oder Leute, die irgendwie Pech hatten im Leben, über echt wenig Geld verfügen. Die müssen teilweise schon zur Monatsmitte überlegen, was kommt bei mir auf den Tisch. Und was können vielleicht auch meine Kinder überhaupt an Essen, was kann ich denen an Essen mitgeben. Zur Schule und andere Sachen. Das ist keine dramatische Übertreibung. Und der Staat leistet leider nicht die Hilfe, die wir uns vielleicht erhoffen würden. Und da springen halt in bestimmten Grenzen natürlich die Tafeln ein. Was ihnen dabei hilft, ist ein bisschen Unterstützung. Link wurde gerade nochmal gepostet. Marcel macht es sicher auch noch einmal. Wir gucken auch mal in den Streams nochmal hier rein und schauen, was da möglich war. So, und wir gehen wieder rein zu Marcel. Und Marcel hebt schon beide Patschhändchen und hat eine Idee. Ja, endlich. Mensch, ich habe mich gemeldet, lieber Daniel. Um dir zu sagen, dass ich eine Idee habe für Quests. Nämlich einen Weltwunder zu bauen. Die Weltwunder werden ja sehr, sehr gerne hier sogar in unserer Partie schon gebaut. Und ich wollte mich einmal rückversichern, dass noch keiner das angebaut hat. Das wäre dann ein bisschen unfair. Ich schlage vor, wir bauen mal einen Weltwunder. Was sehr interessant ist, auch hier in Bezug auf Nazca. Nämlich die Zeustatue. Habe ich selbst übrigens in Partien super selten gebaut. Muss neben Lager stehen. Haben die beide hier noch nicht gebaut. Und würde aber einen militärischen Bonus geben. Und das könnten wir uns jetzt mal als Quest überlegen. Das machen wir mal. Holt doch mal bitte beide Teamkapitäne. Ob sie das hier vor Ort bauen oder ob sie eine andere produktionsreiche Stadt zum Beispiel nehmen. Bei jemand ganz anderen im Team. Ja, hol dir schnell die Teamkapitäne mal rein. Da vergeben wir gleich fünf weitere Siegpunkte. So, da sind wir. Gleich kommen Eistrache und Teppich zu uns. Hallo ihr zwei. Na. Hallo. Die nächste. Geht's euch gut? Hallo. Seid ihr noch da? Ja, ne? Ja. Ihr seid hier sehr konzentriert, oder? Wir haben eine neue Quest für euch. Also weg mit der Konzentration. Wir lenken euch ab. Die nächsten fünf Siegpunkte werden vergeben durch folgende für euch überraschende Queste, die sich der diabolische Mazoman ausgedacht hat. Mir ist aufgefallen, dass ihr ja offensichtlich nebenbei noch das eine oder andere Weltwunder gerne bauen möchtet. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, dann baut doch mal bitte, so schnell es jetzt geht, das Weltwunder der Zollstatue, liebe Leute. Also der Zollstatue. Ich habe gerade Zollstatue verstanden. Aber ich dachte, machst du meinen Zoll? Zoll, aus Hamburg, der will immer. Na, also du hast Zoll gesagt. Ich habe zum zweiten Mal Zoll verstanden. Kommt vielleicht daher, weil du aus Hamburg kommst und Hamburger Hafen, dass du immer alles verzollen möchtest. Ich weiß es nicht. Oder ich habe auch einfach nur Ohrenschmalz oder Zoll im Ohr, keine Ahnung. Beim Zeus wird im Chat gebrüllt. Alles klar, so machen wir das. Oha. Auf geht's. Der Erste, der es schafft, das Erste Team, das es schafft, bekommt die fünf Siegpunkte. Toi, toi, toi und go. Ja, danke. Und da sind sie schon wieder weg. Ganz schnell sind sie zurückgegangen zu ihrem Team, um sich zu beratschlagen. Wer baut das jetzt? Es ist jetzt nicht ein Wunder, dass man überall hinbauen kann. Das ist ja allgemein so bei Zwift 6, dass man dort sehr genau puzzeln muss und gucken muss, wo darf ich überhaupt welches Weltwunder hinbauen. Und bei der Zeustatue ist es halt so, dass man dort zum Beispiel ein Lager angrenzen haben muss. Und man braucht auch erstmal die Produktion, um überhaupt das Ganze fertigzustellen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wo wir dann vielleicht demnächst sehen, dass sich die Leute an den Bau begeben. Ich bitte Marcel nochmal kurz dazu. Marcel hat es gehört und kommt jetzt auch mit dazu. Und danke an Smoke, Bilbo, an Vokalion und an die anderen Abonnenten hier. Aus einem simplen Grund im Chat hat gerade jemand gefragt. Na, wessen Magenknurr denn da? Es ist meiner. Ich habe ein Außenmikrofon mit anderen Worten. Die beiden bespaßen euch in den nächsten zwei Minuten. Und ich sorge dafür, dass ihr von einem lästigen Magenknurren nicht länger belästigt werdet. Bin gleich wieder da. Oh Gott, bis gleich. Und ich lasse die Kamera mal hier in dem Bereich der Karte, wo das Blut fließt und wo die Einheiten sterben. Ja, da geht tatsächlich gerade auch ein bisschen die Post ab. Also der Oliver muss sich ganz gut verteidigen. In Nippur wird da von übermacht an Reitern angegriffen. Ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Reiter, die es noch nicht geschafft haben, die Stadt zu umzingeln. Die Stadt hat eine Stadtmauer, aber wird natürlich über Zeit immer weiter hier heruntergebombt werden. Ich bin gespannt, ob er da mit den Reitern reinkommt oder nicht. Die Stadtmauer kam, glaube ich, gerade so in letzter Sekunde, dass sie fertiggestellt wurde. Meinst du, er kann die Stadt halten, Marcel? Oder werden wir hier demnächst möglicherweise noch einen Farbwechsel sehen in Nippur? Ja, das könnte eine knappe Geschichte werden. Wir sehen es ja gerade, wie die beiden Balken runtergehen, trotz Stadtmauer. Glaube ich schon, dass er da was reißen kann. Aber ich finde es generell eine sehr coole Geschichte eigentlich, dass unsere zwei Kapitäne so nahe beieinander gespawnt sind und hier sich bekriegen und sich von den anderen Spielern so ein bisschen supporten lassen, um hier geländige Gewinne fahren zu können. Man darf dabei nicht vergessen, es ist und bleibt natürlich trotzdem ein Team-Erfolg oder Team-Nicht-Erfolg hier am Ende des Spiels, weil nicht nur Eistrache und Teppich das unter sich ausmachen werden. Wir haben euch, liebe Zuschauer, mit euren Abstimmungen. Wir haben die Herausforderungen, die wir den beiden gegeben haben. Und die können sie natürlich nur nicht alleine machen. Also gerade jetzt, wo die beiden sich jetzt hier sehr militärisch konzentrieren, bin ich mal gespannt, ob einer von beiden, ich gucke mal parallel bei mir in meiner Sicht rein, ob einer der beiden tatsächlich schon was vielleicht sogar platzieren konnte. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich sehe immerhin, dass bei Eistrache ist immerhin ein Lager im Bau. Das ist ja die Voraussetzung erstmal überhaupt, dieses Wunder bauen zu können. Ansonsten werden überall noch fleißig andere Wunder gebaut, von den Pyramiden über Orakel und andere Weltwunder. Aber ich glaube, ich darf euch verkünden, dass das Team Eistrache anfängt tatsächlich mit dem Lager und dann möglicherweise bald auch dann mit dem Weltwunder. Baut Eistrache denn gerade selber unter einer der Mitspieler? Tatsächlich Eistrache selbst. Also er hat ja durchaus einige, viele Städte schon gegründet. Eistrache verfügt momentan über fünf Städte. Nazca natürlich eingeschlossen und er baut in seiner zweiten Stadt, die er gegründet hat, die etwas produktionsreicher zu sein scheint als die erste Stadt, gerade noch ein Lager. Das Lager baut er fernab da Front. Also das Lager werden wir nicht so bald sehen bei Nazca direkt dran. Aber man braucht natürlich auch neben dem Lager noch einen Platz, ein Plätzchen, um diese Zeustarte überhaupt bauen zu können. Aber eine spannende Geschichte, dass er das selber macht, weil er ist ja im Krieg verwickelt. Und es wäre eigentlich auch eine schöne Aufgabe, um ihm da einfach zu helfen, dass das jemand anders für ihn baut. Das ist natürlich jetzt so, wir sind ja ein bisschen diabolisch unterwegs. Jetzt ist es so, dass das Weltwunder der Zeustatue gewährt einem bei Fertigstellung drei Bogenschützen, drei Sperrkämpfer und ein Rambok und 50 Prozent Produktion für Kavallerie-Abwehreinheiten. Das heißt also, würde es zum Beispiel Oliver das jetzt schaffen, diese Zeustatue selbst zu bauen vor Eistrache, könnte er super schnell, super gut sich auch verteidigen gegen die Kavallerie-Einheiten, weil er einfach ganz, ganz schnell Antikavallerie bauen könnte. Wenn das ein Mitspieler von ihm machen würde, dann hätte der Mitspieler den Bonus, der wird dann nicht auf das ganze Team übertragen und die Einheiten sind vielleicht sehr weit weg von der Front. Das wäre dann aber nur so gedacht, dass ich einen unmittelbaren Nutzen von dem Weltwunder habe. Wenn ich nur so weit denke, ich muss der Erste sein, der das Wunder abschließt. Und mir geht es um die, ich gucke nochmal, ich glaube es waren 15 Punkte. Ja, es sind 15 Punkte hier auch nochmal in diesem Block. Dann ist es vielleicht auch eine Strategie, dass man sagt, Hauptsache ich werde überhaupt fertig damit. Vorteile hin oder her, ich will die Punkte einstreichen. Ja, also ich bin mir echt nicht sicher, also ich finde das super spannend hier auch gerade im Hintergrund mit der Stadt, ob man die langfristig halten kann. Sie ist jetzt auch nicht so gut zu verteidigen, muss man der Fairness halber sagen. Man hat immerhin zwei Dschungelgeländefelder, wo sich die Angreifer drin ein bisschen verstecken können. Die sind geschützt. Die Stadt ist ziemlich weit vorgelagert vor den anderen Städten. Das heißt, aus den anderen Städten da was heranzuziehen ist schwierig. Und wir sehen auch gerade, dass Teppich, tatsächlich ist auch ein Lager baut in Nippur. Also vielleicht versucht er auch in Nippur jetzt, dann die Zollstatue möglicherweise fertigzustellen. Er muss das Lager gebaut haben, er muss eine Kaserne drauf gebaut haben und dann kommt die Zollstatue. Bin ich gespannt, ob sie das schaffen. Ich lese gerade im Chat, dass Eistrache da einen General stehen hat und ein Katapult. Ich glaube, das könnte der Stadt wirklich gefährlich werden, wenn er das nach vorne kriegt. Ein General und ein Katapult. Das muss ich mir natürlich sofort anschauen. Naska. Ein General und ein Katapult. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Soll das Teppich haben oder Eistrache? Eistrache. Das siehst du auch genau gerade im Stream. Genau das Bild, was da an uns anzeigt. Da sehen wir schon einen Katapult. Nein. Ach da, in Naska selbst drin. In Naska, genau. Oh, ja. Also wenn er das natürlich nach vorne kriegt, dann kann er da ordentlich Schaden machen. Die Frage ist ja, wie hat er es geschafft, sich den General zu holen? Haben die daraufhin vielleicht ganz viel Gold gespart? Danke für den Hinweis. Ich habe es auch jetzt gesehen. In Naska, das war so naheliegend, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Das kann natürlich echt bitter werden. Ich finde, Teppich kann sich ganz gut verteidigen, gerade mit seinen Streitwagen, mit der Stadt, die schießen kann. In der Stadt selbst baut er jetzt keine Einheiten mehr. Vielleicht hofft er auf Golderträge, dass er sich vielleicht noch einen Bogenschützen oder so in der Stadt hineinstellen kann. Viktor ist dort. Ich gucke mal, ob wir uns anzeigen lassen können, wie viele Beförderungen er hat. Aber ich fürchte, ich kann mir das leider nicht anzeigen lassen. Das ist schade. Das geht leider nicht. Aber der Viktor ist ja schon so aufgestellt, dass er ein bisschen auch einen Bonus einem gibt für die Stadt. Also erst mal bekommt die Stadt eine Verteidigungsstärke von plus 5. Und wenn man dann noch weitere Beförderungen macht, dann kann die Stadt zum Beispiel nicht mehr belagert werden. Oder die verteidigenden Einheiten im Gebiet der Stadt, wenn jemand die angreift, haben dann noch eine höhere Verteidigungsfähigkeit. Also ich bin gespannt. Aber jetzt natürlich mit dem großen General und mit dem Katapult, was da anrückt, droht dort echt große Gefahr. Und würde Eistrache jetzt tatsächlich schaffen, Nippur dort zu Fall zu bringen, weil das ist echt ein herber Rückschlag für das Team. Weil sie dann sehr weit weg sind von der Stadt, um überhaupt dort Einheiten zu positionieren. Lieben Dank nochmal an Marcel. Es kommt auch noch ein Waldbrand hinzu. Lieben Dank an Marcel dafür, dass du mich hier so schön vertreten hast. Bis nachher. Bis gleich. Ja, was habe ich verpasst? Mal zum Achtung, Totschlag, Waldbrände und das brennende Inferne schlechthin, oder? Absolut. Gut, also wir haben inzwischen, glaube ich, ausgekundschaftet, dass sowohl in Nippur von unserem Oliver als auch von unserem Eistrachen jetzt die ersten Lager gebaut werden. Das ist die Voraussetzung für die Zeustatue. Und offensichtlich wollen die beide Spieler den Vorteil für sich selbst gewinnen. Die Militäreinheiten, die dort rauskommen, beziehungsweise den Vorteil, wenn man Antikavallerieeinheiten sich holt, plus 50% Produktion. Es wäre insbesondere cool für Oliver, für Teppik, mit den Sumerern, um gegen die leichte Kavallerie überhaupt gegen anhalten zu können. Und ja, wir sehen auch gerade, das zweite Lager ist im Bau. Es wird wahrscheinlich schneller fertig sein von den Sküten. Nippur gerade sehr stark unter Druck. Trotzdem keine Einheiten im Bau, sondern das Lager. Ja, die anderen Städte mal durch. Ein Lagern steht in Kairo bei den Arabern. Das ist schon in einer Runde fertig. Die Araber gehören mit zum Team Teppich. Das ist also die Alternative, falls die Stadt oben fällt unter dem Druck von Eisdrache. Hier wäre die Alternative. Lager gleich fertig. Aber ob hier auch der Bau eines, des Weltwunders dann möglich ist, weil das ist doch gekoppelt, Matsumen, wenn ich das richtig im Kopf habe, an Lager vorkommen. Also an die Modernisierung, oder? Nee, das ist der Artemis-Tempel, glaube ich, wie du meinst. Und wir müssen nur eine Kaserne, also ein Lager mit einer Kaserne nebenan haben. Und dann muss es flaches Gelände sein. Dann kann ich aber auf jeden Typ, solange es kein Schwemmland ist, die Zollstatue drauf errichten. Okay. Hier ein Lager auf jeden Fall entstanden bei den Arabern. Und bei, wie das sind die, ein Stück weiter Richtung Westen, sind die Perser. Hier wechseln wir das Team. Wir sind für wieder bei Eisdrache. Und hier scheint kein Lager bislang da zu sein, wenn ich das richtig sehe. Und es scheint auch keines im Bau zu sein. Boah, sind hier viele Barbaren im Süden. Nee, der kommt ja gerade nicht so wirklich einen Schritt weiter. Rüber auf die andere Seite der Welt. Und hier sind wir wieder bei den Ägyptern und bei Kleopatra, also bei Munilora, bei Kai und bei dem Eisdrache-Team. Auch hier kann ich kein Lager erkennen. Vier Städte mittlerweile platziert. Ein bisschen Luft nach oben hin, um viel, viele weitere Städte zu bauen. Marmor vorkommen. Hier Luxusgüter. Kann man Sachen auch abgeben an die Mitspieler beispielsweise und viele andere Sachen mehr. Und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt bei Eisdrache. Das heißt, das Welttunnel könnte gebaut werden, sowohl in Gilonos bei den Sküten, hier vorne, in dieser Stadt. Ein Welttunnel ist hier vorne platziert. Direkt daneben, auf flachem Terrain, könnte man es hier hin zum Beispiel stellen. Oh, das könnte gebaut werden. Das kann ich mir schwer vorstellen, in Nippur. Das Lager wird super helfen bei der Verteidigung, aber es dauert erstens lange und zweitens das Risiko einzugehen, hier vor Ort an der Frontstadt nicht militärisch lange einen Welttunnel zu bauen, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie das eingehen. Ich halte das für eine eigentlich ganz coole Finte, weil Eisdrache wird es sehen, dass er dort ein Lager baut. Denkt vielleicht auch wirklich, ah ja gut, der Boll ist Lager da, das dauert relativ lange und was macht er da? Und vielleicht ist dann deren Interesse wirklich, dass sie dann in Kairo jetzt doch dann ganz schnell das Weltwunder fertigstellen wollen und Eisdrache sich in falscher Sicherheit wiegt. Das könnte auch sein. Wir brauchen unbedingt noch weitere Zuschauerquests und andere Geschichten. Hast du eine Idee? Sonst gucke ich selber noch mal in unserem Pool nach. Nee, ich habe das gerade nicht vor der Nase. Wir könnten machen, das zweite Zuschauervoting ist das, was wir am ehesten nehmen könnten hierbei. Ja, finde ich auch. Das ist eine Abstimmung unter euch. Es geht nicht nach Sympathie fürs Team, es geht nach eurer ehrlichen Meinung. Ich habe gerade einen Überblick gegeben über die verschiedenen Reiche. Ihr wisst, wir sind Halbzeit hier mittlerweile, in etwa, wie die Partie gelaufen ist. Und ihr könnt jetzt in der nächsten Matsumann bereiten eine Umfrage vor, bitte mit einer Laufzeit von zwei Minuten. Ihr könnt in den nächsten zwei Minuten durch Abstimmung fünf Siegpunkte vergeben an die Fraktion, wo ihr der Meinung seid, dass die Überschrift heißt wo ihr der Meinung seid, dass das Team Risikofreudiger spielt. Welches Team spielt Risikofreudiger? Das Team Teppich oder das Team Eistrache? Es geht nicht darum, ob die Erfolgreicher spielen, ob die Cleverer spielen. Es geht darum, welches Team spielt Risikofreudiger und dafür wird man belohnt hier. Weil ich finde, das ist Siegpunkte wert. Das bereitet uns ein bisschen Spektakel, Überraschung und Zerstreuung. Es geht nicht darum, ob es die klügste Strategie ist, ob ihr die auch machen würdet. Es geht doch nicht um die aggressivere Strategie. Man kann auch wirtschaftlich risikofreudig spielen. Welches Team geht die höheren Risiken ein, nach eurem Eindruck? Welches Spiel haut die riskanteren Aktionen raus? Abstimmung läuft jetzt oben im Chat. Der Gewinner, The Winner Takes All, die Fraktion, die jetzt auch nur einen Prozentpunkt bei der Abstimmung vorne liegt, bekommt alle, das Team, alle fünf Siegpunkte von euch. Alle fünf. Ja. Schauen, wofür ihr seid. Finde ich schwer zu beurteilen, meint Knight. Oben sind die beiden Alternativen. Es gibt einen knappen Favoriten, Matze. Einen ganz knappen. Nach den ersten 100 Leuten knappe, die abgestimmt haben, oder? Ja, also aktuell, ich habe euch einmal das Team Eistrache mit den Sküten, das sind die braunen, im Westen der Karte und das Team Teppik, das sind, der Teppik selbst spielte mit den Sumerern in blau und seinen Kollegen im Osten der Karte zur Abstellung gestellt und momentan ist es so zum Vorteil der Sumerer, Team Teppik, aber das kann sich noch ändern und ihr habt noch etwas mehr als eine Minute Zeit, um euren Input zu geben und es geht wirklich nur darum, ey, wer geht hier größiges Risiko ein in der Partie bisher? Wer hat mehr alles auf eine Karte vielleicht gesetzt und ist dort ein höheres Risiko eingegangen? Barasch meint, ich lese mal ein paar Sachen vor, ohne die zu werten, die im Chat gepostet werden. Kasushi, Team Teppik hat vorhin die Siedler so schutzlos gelassen, als es um das Abfahren von den Militären ging, oder? Dann meint Barasch, Teppik hat vorhin ziemlich viele Einheiten gelöscht, obwohl es für ihn riskant war. Dragonblader ging urteilt ganz brutal, die trauen sich da beide gar nichts. Northbulmen stellt sich entschieden, ganz entschieden und selber sehr risikofreudig, muss man ihm auch hoch anrechnen, auf den Standpunkt, ich zitiere wörtlich und Respekt dafür, Zitat, da enthalte ich mich riskant. Das finde ich wirklich ein Statement. Bei einer Abstimmung, wer spielte risikofreudiger, sowas in den Chat reinzuschreiben, da enthalte ich mich. Das ist bemerkbar. Das ist sehr bemerkenswert hier. Ja, und da ist es auch schon vorbei. Ihr habt euch entschieden, liebe Leute, 59% von euch haben gesagt, dass das Team um Teppik, nämlich mit den sogenannten, wie heißt das Team? Die lachenden Möhren haben gewonnen. 59% für die lachenden Möhren bekommen fünf Punkte von euch. Mal ganz kurz, die beiden Teamkapitännen zu uns, aber nur ganz kurz, um denen das Ergebnis zu sagen. Hier vorne steht das Lager. Hallo ihr zwei, stören wir euch gerade oder ist alles ganz entspannt für euch? Willst du mit uns, Matze? Oh, ich bin selbst in den falschen Kanal gegangen. Entschuldigt bitte. Matze, ich verklickte, entschuldigt bitte. Jetzt bin ich mit den richtigen Leuten zusammen. Ich bin in den falschen Kanal gegangen. Jetzt sprechen zu euch Eisdrache und Teppich und ich frage euch, wie läuft es für euch? Alles entspannt oder wischt ihr euch den Schweiß von der Stirn? Also im Augenblick erklärt sich, nö, das ist eigentlich wie zu erwarten ist. Also Skuten macht jetzt einfach mal einen Stomp und räumt da einfach alles weg. Das wird nicht mehr viel zu machen sein. Nippo ist gefallen in diesem Augenblick. Ich komme nicht mehr durch und ich komme auch nicht mehr irgendwie, auch mit den anderen kommen wir da nie wieder an den Stadtstart ran. Das ist nicht so schwer zu machen. Also jetzt erstmal aber Respekt. Dennoch ganz großen Respekt. Nicht für dich, Teppich. Auch nicht für dich, Eisdrache. Ganz großen Respekt für uns. Nee, nee. Ganz großen Respekt für unseren Matsumen, der in dem Augenblick, als die Stadt fiel, in diesem dramatischen Augenblick Teppich gefragt hat. Na, alles ganz entspannt bei dir. Das müssen wir erstmal raushauen. Das ist Sadismus in Reinkultur. Respekt an Matsumen. Da zeigst du echt. Ja, ihr kennt mich nicht anders. Ich bin da ganz brutal. Ich werde oft des Sadismus gezien bei meinen Moderationen, aber auf das Level muss ich erstmal kommen. Also das ist Respekt, kann ich da nur sagen. Hochachtung. Na, im Ernst, Teppich, du klingst gerade so pessimistisch. Meinst du, die Partie ist gelaufen? Die Partie ist gelaufen. Jetzt? Sollen wir aufhören? Jetzt? Sollen wir mit dem Ponyhof-Simulator weitermachen? Hör mal, du musst doch, du musst doch, du musst doch... Ach geil, endlich! Und da würde meine Nichte sowas von drauf abfahren. Du musst doch dem Team rübergehen und du musst doch die moralische Instanz sein. Geh, weißt du was? Ja, bin ich ja auch. Wir wollen ja durch den Spaß gewinnen, aber es ist ja trotzdem, man muss ja dann auch zugeben, wenn es halt so schwer zurück, das Spiel nicht mehr zurückzuholen ist, dass man sich dann andere Ziele setzt, die dann noch möglich sind. Wir haben ja die Challenges, die Punkte vergeben. Es gewinnt, also klar, wenn am Ende der Partie alle Hauptstädte eingenommen ist, wenn ein Forschungssieg gefallen ist, was auch immer, dann hat die Fraktion gewonnen, aber das ist bei unserem Zeitkorsett eher unwahrscheinlich. Der Gewinner wird wahrscheinlich ermittelt durch unser Punktesystem. Und da gibt es zum Beispiel auch Zuschauerquests, Matze. Ja, und wir hatten jetzt gerade eine Zuschauerquest abgeschlossen und wir können Punkte vergeben für die Frage, welches Team spielt risikofreudiger? Was glaubt ihr denn, wer von euch, welches Team von euch hätte die Punkte verdient? Was meint ihr? Wer hat sie bekommen? Ehrliche Antwort, bitte. Also ich würde sagen, die farbenfrohen Bullenathleten sind risikofreudiger, weil wir gerade einfach alle Einheiten auf Nippur draufgejagt haben. Kost ist, was ist Wolle. Unabhängig davon, ob es Erfolg gibt oder nicht. Naja, also sehe ich eigentlich anders. Du hast ja sowieso schon die militärische Übermacht. Da ist es vollkommen egal, was ich jetzt noch mache. Da wird sich jetzt geweinert an, aber wenn man sich die Kampfstärken der Einheiten ansieht und sowas auch schon ein anderes Mal im Stammtisch erlebt hat, dann weiß man, wie das weitergeht. Also, auf die spallende Frage von Matsumane, wer spielt risikofreudiger, kommen die für mich total überraschenden Antworten, dass Eisdach meint, mein Team, und Teppich meint, nein, unser Team. Damit hatte ich ja gerade nicht gerechnet, das habe ich nicht kommen gesehen. Ja. Teppich, du meintest doch, du hast keine Chance mehr zu gewinnen. Würden dir eventuell Punkte aus dem Zuschauervoting noch helfen? Also, wenn man immer 15 Punkte bekommen muss, bekommt dadurch, dass man da quasi den Stadtstaat auf der Mitte halten wird, ist das eigentlich auch schon wieder durch. Das heißt, du legst auch auf den Punkt. Da müssten die Zuschauervotings irgendwie auf 20 anschwellen, dass man dann noch den Weinerlich-Bonus bekommt. Also, das heißt, falls das Zuschauervoting mit dem risikofreudigen zu deinen Gunsten ausgefallen wäre, würdest du sagen, nee, lass stecken. Die fünf Punkte würde ich Eistrachen schenken, oder? Ja, genau. Das ist hübsch, dass du das so formulierst, denn ich darf dir verkünden, dass dein Team als das risikofreudigere Team gewotet wurde im Chat. Fünf Siegpunkte an Teppich zur moralischen Unterstützung. Jetzt Teppich ganz ernst. Ganz schnell zurück ins Team. Wenn du schon die Moral hängen lässt, wie wird es denen erst ergehen? Geh mal zu denen rüber. Wir stoßen in fünf Minuten zu dir und bis dahin würde ich die wirklich moralisch auf Vordermann gebrüllt haben bekommen von dir. Die sind moralisch eigentlich total dabei, weil die sehen, ja, der Chef hat ja den, der Chef, der, 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 der Teamspieler, der Teamleiter hat ja das alles verbockt. Wir haben eine schöne Runde. Ja, aber du kommst, du musst... Aber bevor du abhaust, Oliver, Respekt, dass wir beide auf der letzten Sekunde in der letzten Runde mit dem Katapult, du geschoss und ich ziehen, gewartet haben und das versucht haben zu timen mit dem Rundenwechsel. Und beides hat, aber du warst, hast auch noch hingekriegt. Ja, das ist mir da tatsächlich doch gelungen. Aber es hat noch nicht geschossen. So, ihr beiden, bis später. Bis später. So, und wir sind jetzt... Also man sollte dazu sagen, dass die Römer übrigens im Hintergrund, das haben sie gut überspielt oder hat Oliver gut überspielt, dass er jetzt gerade Unterstützung auch bekommt von seinen Mitspielern, sodass die Römer in den Krieg jetzt hier auch eingreifen werden mit Legionen. Also während Teppich im Tät-a-Tät, im gefeierlichen, freundschaftlichen Gegenüber mit seinem Herausforderer und MP-Buddy-Eisdrache einen auch weinerlich und ich bin die letzte Niete gemacht hat, hat er heimlich, heimlich, still und leise Verstärkung von hinten geholt. Und in dieser Epoche sind die Legionäre keineswegs zu verachten. Schlagkräftige Elitekriege des römischen Reiches Marschieren aus dem Osten mit Nägel beschlagenen Sandalen Richtung Front und rüber zur Eisdrache und das kann heftig werden. Und dazu kommen noch jede Menge coole neue Einheiten. Mittelalter kommt Landsknecht mittlerweile auf der Seite von Teppich. Bogenschützen sind schwach, aber kann es sein, dass der dem eine Falle stellt hier? Das kann durchaus sein. Fände ich sehr, sehr interessant, wenn sie dann gleich auf einmal zurückgeschlagen werden. Sie ziehen hier alle durch so einen Engpass, sie müssen durch zwei Engpässe durchziehen. Ja, dann kommt vielleicht der Gigan-Angriff. Sag mal, hast du im Blick, wie die Welthunder-Quest läuft? Kannst du mal den neuen Zuschauern sagen, worum es da ging und wie es da steht? Für mich total überraschend, liebe Leute. Also wir haben ja ausgelobt, dass es fünf Punkte gibt für das Team, dass es als erstes schafft, die Zeustatue zu bauen. Voraussetzung dafür ist, erstens, man hat ein Lager gebaut, zweitens, man hat eine Gaserne drauf gebaut und drittens, dann das Weltwunder dann selbst. Momentan gibt es zwei Lager oder Lagerbaustellen im Spiel. Eins bei den Arabern im Team Teppich, dort in Kairo, in der Hauptstadt von den Arabern, Lager fertiggestellt und das zweite ist dann von Eisdrache höchstpersönlich in Gilonos gebaut worden. Dort sogar schon Lager fertig, Kaserne gebaut und ist auch schon die Zeustatue im Bau. Allerdings haben die Araber irgendwie aufgehört, das Interesse zu, also das Interesse des Weltwunders weiter zu verfolgen. Sie haben zwar das Lager super schnell gebaut, waren schneller als Eisdrache mit seinem Team, aber sind jetzt irgendwie dann wieder davon abgekommen und bauen lieber Theaterplätze als das Weltwunder selbst. und momentan Team Teppich überhaupt nicht daran jetzt irgendwie das Weltwunder zu bauen. Sehr interessant. Wollen die die fünf Punkte verschenken? Also auf jeden Fall die Musik spielt hier vorne. Siehst du, dass Eisdrache von einem anderen Teamkollegen vielleicht Unterstützung bekommen könnte oder kämpft er jetzt alleine gegen zwei? Gibt es da irgendwie, wir können auch die anderen nochmal zeigen, ganz im Westen hier vorne, das sind Ägypter, Kleopatra und Co angeführt von Munilora von Kai und das ist auch Team Eisdrache hier vorne. Ich kann ja, hier sind ein paar Krieger, ein paar Missionare, ein paar Bogenschützen, das war's, ein paar Spezialeinheiten weit weg von der Front, kein Kontakt, keine Einheiten hier rüber geschickt werden, im Gegenteil. Dem auch nicht, wo ein Staubsturm vorbeikommt, zieht der Ägypter sogar noch seinen berittenen oder auf dem Streitwagen befestigten Bogenschützen sogar zurück in den Sturm rein, nach dem Motto, hier vorne war es viel zu kuschelig an der Front, ich will zu Hause lieber im Sturm, im Sandstrom baden, also von da kommt glaube ich nichts, dann haben wir einen noch hier oben, nee, die Römer, die sind klar, hier unten haben wir noch welche, hier vorne, Entschuldigung, das hier vorne sind die Perser, angeführt, angeführt von Widersnedir, ebenfalls Team Eisdrache, auch keine, nur Truppenbasisverteidigung, niemand wird hochgeschickt, das heißt, das hier, wie das in dir gehört, wiederum zum Team Teppich, Teppich hätte potenziell im Hintergrund rechts und links als seine Flankengötter, zwei Teamkapitel, zwei Teammitglieder, die jederzeit Truppen an die Front schicken könnten, könnten, hypothetisch, die Römer machen es, die Araber machen es nicht, aber die Möglichkeit, Bestände unter Eisdrache scheinen von seinem Team, entweder im Stich gelassen zu werden, Matze, oder er winkt ganz locker rüber zu seinen Teamkollegen und sagt, hey, ich schaffe das ganz alleine, schickt mir Gold rüber, ich schicke meine Leute an die Front, die hauen alles weg, Hauptsache Geld, Luxusgüter unter anderem und Forschungshilfen unter anderem fließt. Kann das sein? Das kann tatsächlich sein und was ich auch faszinierend finde, ich meine, die Perser sind ja eigentlich im Team Eisdrache unterwegs und sie könnten eigentlich ganz gut jetzt dafür sorgen, dass die Sumerer unter Teppich hier echt in eine Zwickmühle kommen, indem man unten vielleicht noch ein zweites Schlachtfeld aufmacht, aber die scheinen dort sehr zurückhaltend zu sein, inzwischen ist es so, dass von den Arabern so die ein oder einheiten rübergeschickt werden in Richtung Sparda um dann vielleicht dort für ein bisschen Wirbel zu sorgen und die Römer scheinen sich tatsächlich zu konzentrieren jetzt die Sumerer und Nippur zu unterstützen und irgendwann vielleicht doch wieder Richtung Nazca zu ziehen. Entschuldigung, wo ist Sparda? Da müssen wir nur kurz auf die helfen, wo ist die Stadt? Sparda ist die Stadt bei den Persern, bei den etwas Violetten. Ach, und da laufen die Araber rüber. Genau, die stehen da jetzt quasi vor den Grenzen und sagen gleich mal Hallo, ich will mal kurz meinen Bogen schützen, meinen Bogen und den Pfeiler ausprobieren, liebe Leute, bleibt mal kurz stehen, ich schieße mal auf euch. Und wenn man sich das so oben anschaut, mache ich das immer. In der Militärstatistik, also ein Angriff auf die Perser, die Perser hier vorne, das ist Kyros hier vorne, das ist See Militärstärke nur bei 110, das sind Angaben, die die Spieler auch haben und aus dem Osten kommen halt die Araber, das ist Saladinia, Militärstärke bei 95. Mit anderen Worten, hier greift ein Pazifist den anderen an. Ja, einfach, also es scheint auch mehr so zu sein, ich gehe mal kurz vorbeigucken, mal sehen, was passiert, weil sich auch die Araber jetzt gar nicht drauf spezialisiert haben, jetzt Einheiten zu bauen, sondern eher irgendwie, ja, weiter noch gebildert wird. Inzwischen in Kairo tatsächlich die Kaserne im Bau, also vielleicht doch jetzt wieder Richtung Zeustatue umgeschwenkt, aber allgemein wird hier mehr an Bezirken und deren Gebäude gebaut, als dass man hier ins Militär investieren möchte. Sehr, sehr seltsame Partie. Wir könnten rüber gehen und mit den Teams kurzen Schwätzchen halten, aber lass uns aufpassen, wir sind im zweiten Drittel, wir müssen auch noch alle Quests rechtzeitig an den Starten bringen, um Siegpunkte rauszuhauen. Wir haben die Dauerquest, die im Hintergrund läuft, da geht es um Nazca halten, die Punkte werden locker ab, abgeräumt im Augenblick von Eisdrache und seinem Team, deshalb eben auch der Moraleinbruch, ob gespielt oder nicht gespielt, war Eisdrache. Und wir haben eine, ich zeige euch nochmal kurz die Punkteliste, so sieht es hier aus, das ist hier also mit 15 gegen 10 gegen Eisdrache mit seinem Team ins zweite Drittel rein. Fünf Punkte hat durch das Zuschauervoting, wer spielt die riesige Freude, da Teppich bekommen. Wir haben zwei Überraschungsquests können wir erstellen, eine haben wir gestellt, da geht es um den Bau des Weltwunders, da können fünf Punkte vergeben werden und eine müssen wir uns noch überlegen. Ähm... Zuschauervoting, nee, Zuschauervoting, wer spielt riesige Freude, haben wir gemacht. Wir können also noch ein Zuschauervoting machen und eine Überraschungsquests noch machen, da sollten wir uns was überlegen, Matze. Genau. Ähm... Für eine Überraschungsquests, wie können wir die denn am besten jetzt vielleicht noch ein bisschen, wäre das gemein, wenn ich sage, hey, lass uns die noch ein bisschen ärgern mit ihren militärischen Einheiten? Weltkongress kommt, da klicke ich mal schnell alles weg, sonst bremsen wir die Partie aus. Wir müssen, glaube ich, abstimmen, damit es weitergeht, ne? Kannst gerne mit abstimmen. Ich glaube, wir müssen abstimmen, oder? Wenn sich aber die Spieler möglicherweise beschweren und sagen, ey, Mensch, ihr... Ich hab schon. Ich musste abstimmen, es geht doch gar nicht weiter, oder? Dafür spiele ich selbst mit der Mod zu selten. Wie hast du... Soll ich anders abstimmen als du? Ja, genau. Oben habe ich gestimmt für die erste Alternative und du stimmst unten... Nee, ich hab gar nicht. Ich kann gar nicht auf weiterklicken, weil ich die Alternativen... ich hab die Ziele nicht angewählt. Ja. Du nimmst die obersten immer, dann nehm ich die untersten. Genau. Ich nehm immer das unterste und das erste, was in der Auswahl steht. Nee, ich würd schon eine andere Art von Quest jetzt nehmen. Irgendwas... Was würdest du sagen bei den... aus unserem Pool, den wir vorbereitet haben, den wir nicht öffentlich zeigen, bei den Zuschauer-Rootings die dritte Geschichte? Das könnten wir durchaus machen, ja. Das wär ein süßer Kontra... Das wär ein toller Kontrapunkt zu dem, was gerade passiert. Und bei der Überraschungsquest, da würde immer funktionieren Nummer 5. Absolut. Das könnte man immer machen. Ja. Ja? Dann machen wir das doch jetzt am besten, oder? Machen wir erst die Überraschungsquest, weil da müssen die drauf vorbereitet sein. Magst du mal uns mit den Teamkapitäten zusammenbringen, bitte? Das mach ich so. Hallo, E2. Hallo. Na, E2. Morgz und Totschlag, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Immer schön, dass ihr bereits seid, eure Krieger-Bürgge-Einheiten zur Befriedigung und zum dumpfen Vergnügen des Jets zu opfern. Das ist sehr, sehr schön. Danke für den Blutrausch. Eine weitere Quest... Liebend gerne. Hört mal, ihr zwei Beine. Eine weitere Quest, die euch 5 Siegpunkte bringen kann, kommt jetzt. Wir haben jetzt Runde 62. Ja. Und... Ah, das ist ein bisschen schwer, Matze, jetzt. Was meinst du, wenn wir diese Überraschungsquest machen, in welcher Runde sollen wir das ansetzen? Die Überraschungsquest 5? Das ist ein bisschen unfair gerade verteilt, ne? Könnten... Das wäre gerade ein bisschen fies, das können wir gerade nicht machen. Das müssen wir, glaube ich, noch später verschieben. Ja, da müssen wir uns das anders überlegen. Spielt mal weiter. Bleibt mal hier, wir überlegen uns irgendwas und reden komisch über uns. Matze schlägt vor die vorletzte Geschichte. Ja. Das ist aber auch sehr ungleichmäßig verteilt, ne? Das stimmt, ja. Ich habe erst mir die Quest angeguckt und dann die Übersicht. Was wir könnten eventuell die letzte Sache aus unserem Pool nehmen. Das geht noch eher, ne? Das ginge noch am meisten, ja. Das ist auch schon unfair verteilt, aber das kann man nicht ändern, ne? Check mal das viertletzte, ob das im Augenblick vernünftig ist. Ob es da Städte auf Augenhöhe gibt, die daran teilnehmen könnten an dieser Quest. Ich gehe mal kurz durch. Netter Vorschlag, Vigus Feli, aber das ist für uns mit den Barbarentöten unheimlich schwer nachzuvollziehen. Das sorgt wahrscheinlich nur für Zwist, weil wir nicht überall auf der Karte gleichzeitig gucken können. Vor allem gibt es da keine globale Anzeige. Ja, also das wäre irgendwie heftig. Also wir könnten das durchaus, äh, durchaus machen. Die... Das ist natürlich ganz gleich verteilt, aber, äh, das ist alles machbar. Okay. Äh, Entschuldigung, welche ging es noch mal um? Die viertletzte, ne? Mhm, dann machen wir das. In welcher Runde, Matze? Ähm, wir geben euch dafür, äh, ich guck mal ganz kurz noch mal ins Spiel rein. Fünf Runden. Ja, fünf Runden. Ja, okay. Runde 67 auf 67 oder welche? Ja, genau. Die Überraschungsquest für euch beide. Wer hat im, beim Rundenwechsel von Runde 66 auf 67 die Stadt mit der höchsten Einwohnerzahl? Ab jetzt. Toi, toi, toi. Fünf Siegpunkte. Geht rüber zu eurem Team. Bis dann. Ganz schnell Einheiten, äh, nee, Einheiten sag ich schon. Bürger erzeugen. Ich versuche mir das gerade jetzt nicht wie erbildlich vorzustellen. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch gerade ein paar Bilder im Kopf gehabt. Ja. Fand ich auch etwas befremdlich. Aber ihr wisst ja, wir sind bei Civ 6, ihr wisst ja, wie Kinder in die Welt gesetzt werden. Bei Civ 6? Durch Nahrungsüberschüsse. Also nicht auf die Weise, wie das die Blumen und die Bienchen machen oder wer auch immer oder Papa und Mama oder ich, weiß nicht, was ich so. sondern auf ganz andere Weise. Nahrungsüberschüsse erzeugen Menschen. Das heißt, mit anderen Worten, falls zwischen neben euch gerade oder falls neben euch gerade ein Teller steht, vollgepackt mit Kuchen, Schlagsahne obendrauf und ihr linst schon Richtung Abendessen da, lacht euch der Burger an und sagt, friss mich bitte, überlegt euch das gut. Das könnte dazu führen, und dass ihr in eurer Wohnung demnächst einen Mitbewohner habt oder eine Mitbewohnerin. Denn Nahrungsüberschüsse können dazu führen, dass ihr euch teilt, dass da ein zweiter zu verändern, ein zweites Künftemiglied entsteht, hier neben euch. Dann wacht ihr morgens auf und seid ihr im Bettchen, obwohl ihr vielleicht Single seid, plötzlich nicht immer alleine. Da liegt ein fremder Mensch, der sieht so aus wie ihr. Ist vielleicht im Augenblick noch ein bisschen dünner. Ihr seid über Nacht auch dünner geworden. Ihr habt ein Ablech. Ja, ich weiß, das ist komisch, wenn man sich das ausmalt. Aber es ist möglich. Als Civ-Fan ist das möglich. Wenn ihr andere Spiele spielt, nicht. Wenn ihr Civ spielt, ist das immer möglich. Ja, also das ist auch in Real Life so. Das Spiel orientiert sich an euren Lebensgewohnheiten. Also wenn ihr selber jemand seid, der viele Rundenstrategiespiele spielt, viel mit Nahrung operiert, ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Dangel in den Deal fürs 21. Abo. An Smurfi, dickes Danke. Neu hier. Ich hoffe, dass ihr eine Blumen bekommt. Danke an Smoke, Bilbo, Vokalion und an all die anderen. Inzwischen war Eisdrache gnadenlos und hat eine Stadt von unserem Teppich vernichtet. Ja. Ganz schön brutal. Also echt ganz schön brutal, ja. Wir brauchen noch ein Zuschauer-Voting, ne? Wir brauchen noch ein Zuschauer-Voting für euch, liebe Leute. Du hast alle Quests im Blick, ne? Ich habe sie nicht. Ich habe alle Quests im Blick, ja. Das ist meine Challenge für heute Abend. Meine persönliche Quest ist, die Quests im Blick zu haben. Ich glaube, wir müssen uns was ganz Neues überlegen. Aus dem Pool war nämlich nichts dabei. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Macht mal Vorschläge, worüber ihr gerne im Chat abstimmen würdet, wofür es fünf Siegpunkte gäbe. Vorschläge. Schwarmintelligenz. Ja. Wir suchen uns spontan etwas raus. Schlagt uns eine Zuschauer-Quest vor, über die ihr dann abstimmen dürft. Erstes Gewinner-Team bekommt fünf Siegpunkte jetzt gleich. Schlagt uns was vor, aber irgendwas, das wir auch leicht überprüfen können. Also nichts von wegen Andauer und Einheiten beobachten und zählen oder so, Sperenzchen. Ne, wer ist sympathischer? Kann man machen, aber lustige Stadtnahmen? Ja, ist im Augenblick schwer. Irgendwann ja, aber im Augenblick stehen die, glaube ich, auf andere, haben die, glaube ich, andere Dinge im Kopf. Große Persönlichkeiten. Magst du das mal überprüfen, Matze? Aber das kommt, das dauert auch zu lange, weil als Idee gut, behalten wir im Hinterkopf. Großteil Wissenschaftszuwachs in den nächsten Runden. Die Wissenschaftserträge addieren, die sind halbwegs auf einem Niveau. Das erste reicht, das auf, ne, das schaffen wir auch nicht. Gunst generieren ist tatsächlich auch bei uns im Pool mit drin, aber der sieht hier gerade, dass die beiden Teams da doch jetzt schon sehr stark auseinander sind. Die meisten Luxusressourcen, könnten wir das sauber machen, statt auf Tundra siedeln. Spannende Idee. Wer ist denn, hat denn Tundra in Reichweite? Tundra in Reichweite hätten die Ägypter, nämlich hier oben, da muss man sich allerdings durch Barbaren durchkämpfen. Eistracher können sie auch schaffen. Teppich hat immer auch einige andere Nöte, könnte aber auch eine Stadt hier oben gründen. Das haben viele. Römer auch. Für die Römer wäre es wahrscheinlich am 1. Die hätten die Stadt sofort. Kann sein, die Perser hätten es auch flink und die haben schon Siedler. Die Idee ist cool, aber es geht im Augenblick nicht. Wer hat die meisten Bauernhöfe, wird im Chat vorgeschlagen. Eines der unterschätzten, meist unterschätzten Modernisierungen. Sollen wir sowas machen, Matze? Dann müssten wir nachher die Suchenfunktion nutzen und dann zählen, aber... Funktioniert die denn hier? Die funktioniert, ja. Im Augenblick sind dann Bauernhöfen. 27 da. Abzüglich der der Stadtstaaten. Wie wäre es denn mit Wer erobert einen Stadtstaat? Die haben inzwischen alle Stadtmauern. Ja, ist das unser Problem? Ja, aber das finde ich gut, weil es ein bisschen herausfordernder ist. Teilweise haben die auch ordentlich viele Einheiten. Das ist da halt der Hammer, was die gebaut haben. Was geht? Da hat irgendwie jeder ein bisschen was in der Mitte, da hat keine Stadtmauern, interessanterweise. Und vor allem, da sind auch mal die anderen Spieler mit beteiligt, nicht nur die Teamkapitäne. Das finde ich... Also ich finde das cool mit Wer erobert einen Stadtstaat? Als Erster. Wir haben genau als Erster einen Stadtstaat, nur wir haben nicht die gesamte Karte die ganze Zeit über dem Blick. Das Team muss sich bei uns melden. Das Team muss sich bei uns melden. Genau, die müssten sich melden. Wer kommt als Erster zu uns und gibt und kann nachweisen, gerade einen Stadtstaat eingenommen zu haben? Hol mal die Teamkapitäne. Bitte. Wollen wir das auf Stadtstaat mit Stadtmauer begrenzen, bevor ich die Teamkapitäne hole? Ja, das fühlt so komisch. Das ist dann greifen die irgendein... Ach so, ja. Können wir machen. Ist dir das was... Findest du das cool? Es ist halt deutlich anspruchsvoller und wir haben nur einen Stadtstaat, wenn ich es richtig sehe, mit Mittler bei den Persern, der keine Stadtmauern hat. Dann machen wir das. Das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Richtigerweise im Chat. Das zieht sich eventuell in den nächsten Block rein, aber das ist ja nicht schlimm. Wir machen Stadtstaat mit Stadtmauer. Alles klar. Einmal rüber. Teamkapitäne bitte holen. Ach so, das ist eine Überraschungsquest und keine Abstimmungsquest. Hatten wir ja gerade schon eine Überraschungsquest gestellt? Ich verliere völlig den Überblick. Ja, ne? Welche hatten wir zuletzt gestellt, Matze? Sehr gerne. Moment einmal, kurz. Wir hatten zuletzt die Quest gestellt für den Rundenwechsel von 66 zu 67, wie die größte Stadt hat mit den meisten Bürgern. Ja, entschuldigt, liebe Teamkapitäne, wir haben euch für nichts geholt. Wir haben den Überblick verloren. Bis später. Frohes, fröhliches Mordern. Tschüss. Ja, und weg sind sie. Ja, also diese andere Sachen nehmen wir dann im nächsten Block rein. Finde ich aber gut für den nächsten Block. Ich notiere mir das mal. Nicht, dass wir das nachher vergessen. Die Welthunder-Quest läuft auch noch richtiger Hinweis. Eine Zuschauer-Quest zum Abstimmen brauchen wir jetzt für euch. Ich weiß es. Was für euch. Ich weiß was. Ja. Ich weiß was. Hol mal bitte die Teamkapitäne nochmal zu uns. Großartig. So, hier sind sie. Da seid ihr wieder. Wir haben uns folgendes überlegt, dass wir euch ab jetzt alle 90 Sekunden immer hektisch zu uns hinrufen, um euch dann zu verkünden, dass wir uns geirrt haben, euch dann wieder wegzuschicken. Und die Quest ist die, wer stößt als erster spontan einen Fluch dann aus? Und der auch so klingt, also aber nein, im Ernst. Unsere Überraschungs-Quest für euch ist, wer hat mit um 20 Uhr, und zwar bei mir in meiner Systemzeit, 20 Uhr, was bei mir auf dem PC ist und was oben angezeigt wird im Chat, nicht irgendeine andere Systemuhr, dann wenn ihr auf 20 Uhr drauf springt. Wer von euch hat laut, dann machen wir eine Abstimmung im Chat, den weihnachtlichsten Stadtnamen. Ihr habt Zeit, bis 20 Uhr eure Städte umzunehmen. Chat entscheidet dann spontan. Fünf Punkte sind im Pott. Toi, toi, toi und bis später. Jo. Gut. Alles klar. Schöne Aufgabe. Ja, das machen wir jetzt. In der Zwischenzeit gehe ich nochmal durch die Städte kurz durch und guck mal an, wo wir denn gerade stehen bei der anderen Herausforderung, die Sie ja noch haben, der größten Stadt. Bei den Römern sehe ich, ist die Hauptstadt Rom mit einer Stadtgröße von 8 am größten. Ich gehe jetzt mal mit dir gemeinsam durch. Guck mal, da werden schon die ersten Städte umbenannt. Wir haben trotzdem Spaß, heißt die Stadt hier unten. Das sind die Römer, Aquilea, Rom, Kume und hier vorne, wir machen auch mal, wir verbinden das mal mit dem Durchgang, den wir immer regelmäßig machen. Die Römer hier vorne, mit anderen Worten, Teppichs Teamkollege Kuschino, hier vorne mit Rom, 8 Bürger gibt es vor Ort. Dann gehen wir ein Stückchen die Küste runter, Richtung Süden, zu den Arbern, Kairo und Co. Immer noch Team Teppich, wie das sind die? David ist hier unterwegs. 10 Einwohner und Zollstatue im Bau. Hier, ne? Wird gleich fertig. Ja, inzwischen. Und Zollstatue in zwei Runden fertig. Ich bin gespannt, ob sie es vielleicht sogar schaffen, jetzt doch noch auf dem letzten Rücker vor Eisdrache fertig zu werden. Weil Eisdrache hat die in vier Runden fertig hier oben und er weiß nicht, wie es unten läuft. Das ist das Team Eisdrache und Co. Das sind die Sküten, Tumyrus und er selber. Da kriegen die Heu. Da holen die ordentlich Punkte auf. Dann gehen wir nochmal ganz unten in die Karte rein, zu den Persern. Und hier vorne hat sich nicht so viel getan. Es ist auch kein Krieg entsponnen zwischen den Arabern und den Persern. Die lassen sich einfach in Ruhe. Da ist nicht so unheimlich viel passiert. Und nur sechs Bürger und ganz im Westen. Hier vorne bei den Ägyptern, das heißt ebenfalls beim Team Eisdrachen. Und bei Munilora bei Kai. Keine Weltwohner im Bau und die maximale Bürgerzahl in der Stadt liegt bei sieben, in gleich zwei Städten. Magst du mal zusammenfassen, Matze, wie es bei den Quests aussieht? Ja, also momentan bei der Pseustatue sieht es tatsächlich so aus, dass Team um Teppik herum die nächsten Punkte abgreifen könnte. Das wären die lachenden Möhren. Und genauso mit den Arabern, die ja ebenfalls zum Team gehören, bei der größten Stadt. Also da könnten jetzt gleich zehn Punkte in den nächsten Runden rüberwandern. Sag mal Matze. Wenn sie das denn so durchziehen und die Quests so durchziehen. Die liegen eine, eine einzige Runde vorne. Ja. Ein Handwerker, der da was wegrodet. Ja. Und das wäre dann... Wenn der wüsste, wie es hier spitze auf Knopf steht. Die wissen zwar vielleicht sogar beide nicht. Also das ist ganz faszinierend. Und wir haben ja eben noch sogar gesagt, Mensch, die bauen ganz viele andere Dinge und sie hätten schon längst fertig sein können mit der Zeustatue. Und jetzt wird es hier echt so, so eng auf dem letzten Drücker. Und es kommt noch heftiger. Ich sehe auch keinen Handwerker, der sich... Ja, da ist ein Handwerker. Da ist ein Handwerker. Nächste Runde. Wenn der hier... Ja, das kommt aber zu... Der könnte hier rüberziehen in der nächsten Runde und übernächste Runde roden. Eine Runde zu spät. Chad meint gerade, hier wäre gerade gerodet worden. Jetzt stell dir mal Eisdraffs Gesicht vor. Wenn er die Zeustatue nicht bekommt, eine Runde vor Fertigstellung, obwohl er einen Wald entfernt hat. Ja. Wer kennt das nicht aus eigenen Partien? Man ist eine Runde vom Weltwunder fertig und hat das Leid dann schon durchgemacht und dann schnappt einem die KI oder Mitspieler das Weltwunder vor der Nase weg. Das ist brutalst. Ultraspannend. Da kommen reichlich Punkte noch mal rein. Wir gehen noch mal in die Mitte rein. Wir haben... Wir müssen dringend noch was zu Ende führen. Wir müssen noch den... In zwei Runden ist die Zuschauerabstimmung gleich. Mit dem kreativsten Stadtnamen. Aber lass uns einmal vorher... Wir müssen in diesem Team einmal gewesen sein pro Block. Geht doch bitte mal einmal mit mir zusammen rüber ins Teamteppich. Ja. Ich gucke mal kurz, wo sie sind. Und... Hallo, ihr... Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ihr seid live, liebe Leute. Hallo. Na, wie geht es euch? Können wir nicht noch eine Runde... Können wir nicht noch zwei Runden warten und dann ist das fertig bei mir? Können wir noch zwei Runden Städtenamen überlegen, bitte? Ihr könnt Städtenamen... Also Städtenamen ist okay, aber ich will... Zwei Runden, dann wäre so etwas bei mir fertig. Hör mal, macht das doch einfach so wie ich bei den Streams. Bei mir ist es auch so, ich rede und parallel denke ich nicht nach. Das ist möglich. Das kriegt ihr auch hin. Hm. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das machen wir. Ja, sehr schön. Also einer von euch, ich behaupte mal, in einer Stadt, die eventuell Utanbaum heißt, hat demnächst einen kleinen Glücksausruf. Kann das sein? Genau, das ist deswegen... Sehr schön. Darauf schielt ihr gerade. Wir haben darauf hingearbeitet. Ja. Ich habe alles geopfert. Was hast du alles geopfert, Kai? Erzähl mal. Wenn nicht, Kai. Entschuldigung. Araber, Saladin, David. David, was hast du alles geopfert? Ich habe zwei Wälder geopfert. Ich habe zwei Wälder geopfert, habe meine gesamte Produktion umgestellt und habe hinten und sogar den Krieg vermasselt, weil ich da zuerst die Leute gebaut hatte. Hattest du wirklich vor? Wolltest du wirklich die Perser angreifen? Ja, ich wollte angreifen und dann kam diese Idee, ja, wir sollen das bauen. Weil ich wollte eigentlich davor die ganze Zeit Einheiten bauen. Und du hast feierlich... Haben wir aber nicht mehr. Ja, und du hast tatsächlich hier die Regenwälder entfernt, nach dem Motto, was interessiert mich die Zukunft der Menschheit? Klimawandel an die Hauptsache, dieses Weltwunder wird fertig und gibt mir Siegpunkte. Gute Einstellung, guter Mann. So, Start, hier wird gleich eventuell fertig. Ja. Entschuldigung. Wir haben auch gleich 20 Uhr, Matze. Wir müssen gleich die Punkte vergeben. Ja, und wir haben auch den nächsten Rundenwechsel, wo dann ja auch noch die zweite Best aufläuft. Wollen wir noch ganz kurz ins zweite Team gehen oder sagen wir, wir schubsen alle jetzt gemeinsam in ein Team und gucken, was bei dem Rundenwechsel passiert. Wieder noch. Ja, holen wir bitte alle zusammen in eine Runde. Pausier bitte einmal. Jawohl. Und jetzt bitte einmal rüber in das ganze Team zusammenholen. Ja, auch das kriegen wir hin. So, und dann klären wir erstmal die Zuschauerquest mit dem weihnachtlichsten Namen. Das klären wir als erstes. Ja. Hallihallo. Seid ihr alle komplett da? Ja, sehr schön. Leute, als erstes, ihr dürftet ja noch ein paar Sekunden weiterspielen. Aber vorher noch, wir wollen mit euch gemeinsam die Zuschauerquest zum Ende führen, die da heißt, welche Stadt hat in den weihnachtlichsten den schönsten Weihnachtsnamen bekommen. Und wir gehen einmal, ich lese mal alle Stadtnamen vor. Dann hört ihr auch teilweise die Namen des anderen Teams. Und das ist ja nicht schlimm, wir verraten ja nicht die Position, sondern nur, wie die Städte heißen. Matsumen bereitet eine Abstimmung vor. Ihr dürft ja nicht abstimmen, welcher Stadtname es ist, weil das wären zu viele Abstimmungsalternativen. Aber die beiden Teams, die bekommt ihr mit. Und ihr könnt dann zur Abstimmung sagen, heißt auch, es Teams hat den coolsten Weihnachtsnamen für eine Stadt oder das Team von Teppich. Und ich lese mal alle Stadtnamen einmal vor. Einmal quer durch, ja. Wir fangen einmal an mit dem mit dem Team Eistrache und lesen da mal alle Stadtnamen vor. Springerle Christbaum Jerusalem Christstollen Seis Originalname Nächen, die wurden nicht umgeschrieben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, wenn ich sage, das sind jetzt nicht meine Favoriten. Dann geht es weiter hier. Pazürük Jetzt sind wir immer noch beim Team Eistrache. Jetzt sind wir bei Eistrache selber. Funkeln ist Christkind. Farbenfroher Weihnachtsbaum Weihnachtspoolparty WBs Weihnachtsbäckerei Zauberhafter Grinch Wir bleiben weiterhin beim Team Eistrache und machen hier unten weiter. Stern über Bullenheim Susa Originalpersischer Stadtname Yalda Night City Das sind die Namen vom Team Eistrache. Jetzt die Namen vom Team Teppich. O Bethlehem Du kleine Stadt Bethlehem Glühweinstand O Tannenbaum weiter Wir haben trotzdem Spaß Omas Stollen Apres Chifuan Romantische Weihnacht Der unerfreuliche Kirchgang Der angebrannte Braten In der Weihnachtsbäckerei Das sind alle Stadtnamen vom Team Teppich. Abstimmung läuft jetzt. Eine Minute bitte nur mal zu melden. Das kriegen wir schnell rüber. Und vielen Dank für die vielen kreativen Namen. Und ihr dürft gerne bei einer Minute dabei sein, weil das ist ja Quatsch. Jetzt für eine Minute hin und wieder zurückspringen. Da habt ihr gleich das Ergebnis auch, wir lesen es euch vor. Im Chat läuft die Abstimmung Team Eistrache Team Teppich Oh, 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 nein! Ich weiß nicht warum. Ich habe es ganz neutral vorgelesen, aber aus irgendeinem Grund ganz tapfer sein müsst ihr jetzt vom Team von Team Eistrache das Team Teppich räumt ab hier. Haufenweise Punkte für das Team Teppich. 80% aller Stimmen werden für das Team Rundum Teppich Rundum Oliver abgegeben. Team Eistrache Ja, die einzige Möglichkeit Pierre und Teamkollegen euch irgendwie noch vorbeizumurgeln an dem Team Teppich wäre jetzt auf die Mitleidsmasche zu gehen und schnell laut zu heulen. Letzte Möglichkeit. Trennen. Uäh! Nein. Es sind alles schöne Namen und die Community soll einfach entscheidend mit dem Timer zu spielen und sich auszudenken. Eine Herausforderung die manchen einfacher gelingt und weniger. damit spielen soll der Kreativere gewinnen. Das Team Eistrache hat darauf verzichtet den Joker zu ziehen und Sieger ist und fünf Siegpunkte gehen raus an das Team Teppich mit 76% aller Leute. Wir haben übrigens über 1200 Zuschauer im Chat die alle viel Spaß haben an dem was ihr macht. Vielen lieben Dank dafür. Fünf Siegpunkte gehen an euch. Wir haben noch einen Rundenwechsel glaube ich vor uns Matze. Dann kommt die nächste Krass. Wir haben noch einen Rundenwechsel vor uns und dann werden wir auflösen wer die Stadt hat mit den meisten Einwohnern. Ganz schnell Leute wir sehen uns in zwei Minuten wieder. Bis nachher. Jo. Und ich lasse mal das Spiel weiterlaufen. Ja. Zwei Minuten Zeit um die nächsten Siegpunkte zu bekommen. Welche Stadt hat die meisten Einwohner und zugleich Achtung wir gehen mal schnell zum Team Eistrache rüber. Ja. Ich überfalle sie einfach nur aus dem Bus halt. Hallo. Wollte ja nichts sagen. Wir wollten ja Wir haben uns gedacht wir wollen gerne den nächsten Rundenwechsel in eurer Gesellschaft haben. Mit euch wollen wir gemeinsam sein. Ein bisschen feiern. Glaubt ihr ihr schafft das mit der größten Stadt? Was habt ihr so ein Gefühl? Von dem was wir sehen könnte es gegebenenfalls klappen. ich weiß es aber nicht ähm weil wir wissen einfach zu wenig über die Römer derzeitlich. Und bei der zweiten Quest bei der Weltwundersache meint ihr ihr schafft die Zollstatue vor dem anderen Team? Könnte auch knapp werden. Meinst du? Aber ihr seid doch ins Freude und fertig. Ja aber ich also wir haben ähnlich angefangen mit großen Persönlichkeitspunkten zu machen. Die Frage ist halt wie viele Produktionen sind in den anderen Städten drin? Also du meinst obwohl ihr in zwei Runden fertig seid das könnte euch das sehr pessimistisch gedacht das könnten euch die Gegner noch nehmen? Äh Ja Da sind wir mal sehr gespannt. Ich habe Respekt vor den anderen dass das tatsächlich äh was werden könnte. Wie viel hast du investiert Eisdrache in den Bau? Äh ich habe erst noch ein Tempel gebaut dann das Lager gebaut die Kaserne gekauft das waren acht Runden und jetzt noch mal sieben, 15 Runden. Tempel war dir also wichtiger als die Zollstatue? Äh die eine Runde fertig bauen war wichtiger um den Krieg langfristig sinnvoll gestalten zu können. Rundenwechsel jetzt damit ist eine Quest aufgelöst nämlich da müssen wir jetzt mal gleich mal gucken Matsumen nämlich die Stadt mit den meisten Einwohnern Mit der Pause Matsumen wenn oben alle Bilder durchlaufen Ja vorher nicht Bei mir laufen keine Bilder durch Eine Quest ist gerade beendet und ich glaube es wurde noch eine zweite Quest gerade beendet kann das sein Matze? Ja ich denke mal die Toy-Stadio wurde abgeschlossen wenn ich das richtig sehe Entschuldigt bitte sehr Der Chat hat mich völlig zu Recht als Sadisten bezeichnet Entschuldigt bitte dass wir diesen Moment bei euch verbringen wollten alles was du gebaut hast Eisdrache war leider für die Katz Das ist korrekt Betretene Schweigen Ja Ja wir hatten die Alternative wir hatten uns gedacht entweder verbringen wir jetzt auf der Seite der jubelnden des jubelnden Teams diesen Moment oder auf eurer Seite und wir haben uns leider für die menschlich etwas verkommene Variante entschieden also ich bitte herzlich um Verzeihung Also hättet ihr jetzt lieber das schluchzen und heulen von uns gehört Ja Also dass ihr das jetzt so stoisch da hinnimmt und einfach nur sagt Ja kann mal passieren im Ernst ich bin ein bisschen enttäuscht Ich hatte echt gedacht ihr wimmert jetzt Wärt ihr eine Runde oder ein paar Sekunden eher reingekommen hättet ihr gehört wie ich mich geärgert habe weil ich in der Weihnachtspoolparty einen Wald gerodet habe aber vergessen habe das Feld umzutauschen Oh nein das ist bitter Dann wären wir schon fertig gewesen So Aber da hab ich dann das falsche fertiggestellt Matsumen alle Teams bitte einmal zusammen das war das zweite dritte wir haben vergeben die letzten Punkte gehen dann in den nächsten Verlosungsblock holen die nächsten Mitspieler mit rein und steigen dann in das große Finale unserer Weihnachtsfeier nämlich das letzte Drittel unseres Multiplayer-Matches mit der Community gehen einmal noch mal kurz gucken Rescavenger meint wie WB hat geglaubt die Leute wimmern WB hat uns alle so hart erzogen keine Emotionen zuzulassen Ich nehme auch kurz den Marcel mit der Superkamera Marcel Marcel ist vorbereitet da ist er hi Marcel Grüße Grüße an euch alle schön dass ihr so wacker mitgemacht habt und wir müssen einmal noch Punkte verteilen dann ist das zweite Drittel vorbei und fünf Punkte gehen für den das Sieger Team das das Weltwunder gebaut hat Matze und dann müssen wir noch mal Punkte vergeben und das Team das das Weltwunder gebaut hat freut sich jetzt so so hört sich das Team an dass sich gerade dermaßen freut fünf Punkte bekommen zu haben Team Teppich und Co diesmal bestehend aus Teppich himself und aus Kushino war außerdem in dieser Runde mit dabei und dann schließlich noch Wie das ne dir und Wie das ne dir hat auch tatsächlich entscheidend hier unten das Weltwunder gebaut damit für sein Team viel beigetragen denn ich erinnere ran hier stehen zwei Teams gegeneinander nicht nur zwei Team Kapitäne auch wenn die Musik die Kapelle ganz laut spielt hier vorne hier wo der Krieg in der Mitte der Karte stattfindet auch da vorne im Hinterland da können noch Punkte vergeben werden vielen Dank dass ihr dabei wart ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ihr vier wir müssen noch eine zweite Quest auflösen ich hoffe es hat euch Spaß gemacht wie seid ihr mit dem Runden Dramat klar schwierig war okay mit dem Runden angenehm alles gut na dann ist es ja ich fand ein bisschen lang zu lang weil es lieber etwas kurzer und härter hier gehabt so so ja natürlich wir werfen einen Blick auf den Punkt stand der sieht so aus bevor wir die letzte Quest dieses Blocks auflösen müssen und das ist die Stadt mit den meisten Einwohner da gibt es noch einmal fünf Punkte zu vergeben Matsumen genau und ich bin gerade noch mal über die Karte geschlendert und die größte Stadt die ich sehen konnte hat elf Bürger und wir bleiben irgendjemand Einspruch erheben das und sagt nein ich habe aber auch noch eine zweite Stadt mit elf Bürgern die oder mehr und die Stadt heißt nicht gleichzeitig Tannenbaum dann habe ich mich tatsächlich nicht verguckt und die Stadt die nicht die die Zollstatue fertiggestellt hat hat damit auch die größte Stadt in der Partie und gewinnt fünf Punkte Auf die Gefallen das ist langweilig wird zum Scheiden Applaus für wie das ne dir und für die Leistung fürs Team hier Leistung Teppich und Co Glückwunsch an euch für die zweiten Punkte trotzdem könnte es sein mal zu melden dass es zusammen mit der nächsten Aufgabe ein bisschen eng wird was den Gesamtsieg betrifft aber vielleicht gibt es am Ende der Partie noch einen Zuschauersonderpreis für diejenigen die die meisten Quests geschafft haben und nicht nur die meisten Punkte geholt haben wofür gibt es wir müssen noch eine Sache machen eine Quest müssen auflösen in der Kartenmitte ja und zwar geht es um die Weihnachtsbäckerei von unserem WB wer jetzt am meisten Einheiten um die Stadt oder in der Stadt herumstehen hat an den Stadtgrenzen angrenzen wenn ich das richtig sehe hat das Team Eisdrache diese Punkte verschenkt 15 Siegpunkte werden nicht verteilt weil das Team Eisdrache bei diesem Rundenwechsel keine einzige Einheit in der Stadt stehen hat oder im einen Geländefeld drumherum das Geländefeld der Wald hier in der Mitte gehört leider zum zauberhaften Grinch das heißt durch ein Weihnachts Wunder geht dieser Durchgang das zweite Drittel an Teppich und sein Team erinnert euch Teppich der eben hier war und uns erzählt hat dass die Lage seines Teams aussichtslos war Ihr habt einfach die Weihnachtsbäckereien verschoben mehr also tatsächlich steht das Nein also aus meiner Sicht übersiehst du tatsächlich nichts ich habe auch noch mal bei der bei der Kavallerie geguckt bei den Reitern die tatsächlich bei einem zauberhaften Grinch anstehen und ich sehe keine Einheit die irgendwo an den Kulturgrenzen oder innerhalb der Kulturgrenzen vom WBS Weihnachtsbäckerei steht und herzliche bitte den Chat ich habe das interpretiert Einfelder Abstand wenn Einfelder zwischen frei ist ist das in Ordnung also die Regeln waren eigentlich die gleichen wie am ersten Mal also Einfeld neben der Stadt ich frage mal kurz den Chat wer von euch hat das so verstanden dass es um Einfeld neben den Kulturgrenzen geht und den Kulturgrenzen und wer hat das so interpretiert wie Alstrache es meinte weil wir können jetzt die also es ist okay wenn du das so gesehen hast nun wollen wir mal gucken wie das Feedback das circa um acht genau ja um acht hatten wir gestoppt ich hatte ganz anders verstanden dass ihr einfach WBs Weihnachtsbäckerei mit in der Weihnachtsbäckerei einfach die Plätze getauscht hattet und da war ich jetzt erstmal so das ist ja krass aber nee das ist ja ganz anders ausgefallen richtig anders im Chat auch wir haben Fehler gemacht als Moderatoren wir hätten das zwei oder drei Gründen vorher ankündigen sollen dieser hatten wir gesagt dass wir es machen das haben wir vergessen das nehmen wir auf uns das stimmt okay gut also ich fasse dass zusammen was im Chat gepostet wird die große Mehrheit sagt dass ihr das so verstanden habt wie wir als Moderatoren es auch verstanden haben wollten wir nehmen es auf unsere Kappe dass wir vergessen haben die Erinnerung auszusprechen im Eifer des Gefechtes und im Getümmel aber ich vermute mal dass Eisler sportlich fällt dass die Entscheidung erst im letzten Drittel fallen wird und ihr habt ja wieder die Möglichkeit im letzten Drittel dann volle 20 Siegpunkte zu bekommen wenn ihr gleich rund um diese Stadt eine Quest schafft die wir euch in einer Viertelstunde oder 20 Minuten erzählen werden sovon entschieden ist nix und gar nichts was hinst du Matze ja also ich kann euch sagen dass so oder so die Entscheidung im letzten Drittel fallen wird egal ob wir jetzt diese Punkte vergeben oder nicht und am Ende habt ihr natürlich absolut recht hätten wir vorher noch auf das Ende hinweisen können das hat WB schon gesagt nehmen wir auf unsere Kappe aber aktuell sehe ich hier nun mal auch keine Einheit daneben und glaube da es nicht spielentscheidend sein wird können wir das folgendes ich mache einen Vorschlag zur Güte wir Matze Mann macht doch bitte mal eine zwei Minuten Abstimmung im Chat und die Abstimmung läuft so soll das Team Eisdrache also die vollen Punkte geben soll das Team Eisdrache sagen wir so wir machen als Kompromiss könnte ich mir vorstellen die halben Punkte zu geben also statt 15 7,5 geht das 7,5 Punkte zu geben aber das ist kein Vorschlag von mir das ist nur eine Möglichkeit ich einen Raum werfe wir können es nicht machen dass wir hingehen und ihm alle Punkte geben das wäre irgendwie wir können das auch wobei würdest du abstimmen lassen Max denk mal laut nach ich finde die halbe Punktzahl könnten wir zur Abstimmung geben und dann könnt ihr sagen ja machen wir so oder nicht aber volle Punktzahl fände ich jetzt zu viel ja ich kann es auch mit in die Abstimmung rausnehmen ich kann auch sagen soll es keine Punkte geben halbe Punkte oder alle Punkte meinst du mit keine Punkte dass gar keine Punkte vergeben werden ja das ist ja gar keine Punkte vergeben werden klar also gar keine Punkte halbe Punkte oder volle Punkt zahlen das sind die mehrheit gibt ist klar wenn nicht machen wir danach eine Stichwahl zwischen den verbleibenden Optionen bitte nur mit einer Minute dauern nicht mit zwei sonst kommen wir nicht in die Patte hier das mache ich sofort ich kann gerne mal den momentanen Punktestand einblenden ich werde im Chat darum gebeten der sieht so aus das heißt im Augenblick haben wir an Punkten die Abstimmung läuft kannst du mal im Überblick geben unten steht 30 Punkte hat das Team Teppich 15 Punkte das Team Eis Drache und es geht jetzt um 15 Punkte das heißt bei voller Punktzahl werden die Teams wieder auf Augenhöhe ach sag mal das Teppich hat wirklich alle 4 Extra Quests geschafft heftig warum steht es 30 zu 15 für Teppich aber im nächsten Block sind insgesamt 40 Punkte zu vergeben das heißt es ist wirklich nichts entschieden hier Abstimmung läuft wie viele Punkte bekommt das Team Eis Drache Abstimmung Alternative 0 Punkte 7 1 halb Punkte 15 Punkte gibt es eine absolute Mehrheit habe ich gesagt nehmen wir das Ergebnis gibt es dagegen keine absolute sondern nur eine einfache Mehrheit stellen wir die beiden Varianten die vorne liegen nochmals zu einer Stichwahn Boah Shetty ist sich genauso unsicher wie wir Abstimmung heißt die 7,5 Punkte sind raus die lang zweite Abstimmung zwischen 15 Punkten und 0 Punkten bitte ihr seht lieber Team Kapitäne ihr seht das nicht im Chat aber ich könnte auch in Chat reingucken das ist genauso wie die sind genauso unsicher wie wir als Moderatoren das auch sind Chat ist genauso ratlos wie wir hier und die Abstimmung läuft wieder 0 Punkte oder 15 Punkte für das Team Eistrache oh Gott halbe halbe 40 60 ist das ein Spitz auf Knopf hier 0 Punkte oder 15 Punkte die jetzt ans Team Eistrache gehen mit anderen Worten an das Team die Farben frohen wie heißt der Bull Athleten genau paar Sekunden noch Abstimmung ihr seht selber oben das Ergebnis wie es aussieht gürtelt ja danke fürs 15 Bulldogs danke fürs fünfte Abo Elendil nochmal danke ja jetzt ich glaube es ist entschieden und es sieht so aus als wäre WB also ich überstimmt mit dem was ich anfangs gesagt habe chat sagt glasklar gerecht fühlt es sich an wenn Eistrache doch die 15 Punkte bekommt Eistrache und Team bekommen alle 15 Punkte Glückwunsch an euch ja so das haben wir geklärt dann werden wir jetzt gucken dass wir noch ein schönes letztes Drittel vor euch stellen genau Punkt Gesamtanzahl 50 50 30 gegen 30 Punkte hier oder Matze genau und es gibt noch 40 Punkte zu vergeben 20 für den halten des Orts 20 für die Zuschauer und Aufgaben Quests und ja insofern ist noch alles offen im Chat wird tatsächlich der erste Hashtag gepostet ein Leben für Team Eistrache Mann oh Mann alles vielen Dank an die vier die gerade mit dabei waren an Felanor an Munilora an Kai an David und dickes Danke schon noch an Kushino und liebe Grüße in den Niederlanden zu dir Danke dass ihr dabei war Danke Ciao Wunderbar und wir gehen jetzt rein Matsumen in die letzte Pause vorher holen also in einen WB verteilt Geschenke Block und was jetzt auch vorher machen ist dass wir die vier neuen Jens Basti Black Panther und Scafilo schon mal zu uns holen und dass sie Bescheid wissen in welchem Team sie platziert werden Ja ich gehe sie mal ganz kurz vor warnen ich glaube Marcel hat sie schon vor gewarnt könnt ihr uns hören liebe Leute Willkommen ja also es steht total spannend egal in welchem Team ihr gleich landet jedes Team hat gleich viele Punkte und ihr entscheidet jetzt ob Teamkapitän Teppich oder Teamkapitän Eisdracher am Schluss auf dem Treppchen oben steigt steht oder eine Stufe drunter ihr vier entscheidet jetzt ist aber erst noch die Frage welchem Team landet ihr das könnt ihr nicht selber bestimmen sondern ihr könnt nur selber losen mit ich habe einen Gegenstand und den Gegenstand habe ich in einer meiner beiden Patschhändchen und Jens ich frage dich mal wenn du den Gegenstand hast kommst du in das Team Teppich ist der von dir aus gesehen in der rechten Faust oder von dir aus gesehen in der linken Faust lieber Jens das 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 ist ich würde sagen von dir aus gesehen links von mir aus gesehen links also in dieser hier die vor sich hin wind ich öffne die mal gucken was daraus raus fällt und auf meinen Tisch plumpst oh gar nichts du bist im Team Eistrache Jens ins Team Eistrache alles klar so nächster ist der Basti Hallo Basti Hallo noch mal eine Abstimmung Abend von mir aus gesehen ist die Faust in von also sag mal selber in der oder in der oder in der oder in der von dir oder von mir aus gesehen sag was ich würde gerne deine Rechte nehmen meine Rechte das heißt es wäre diese hier ich versuche mal was fallen zu lassen wenn ich was fallen lasse was raus plumpst bist du im Team Teppich und hoppla du bist im Team Teppich gelandet Basti im Team Teppich jetzt geht es weiter und jetzt um ein bisschen Abwechslung reinzubringen habe ich eben schon gemacht nehme ich jetzt mal eine andere Hand also ohne zu verraten welches ist jetzt nehme ich mal meine dritte Hand eine der beiden Hände ihr könnt es vielleicht erkennen ist zwar eben schon im Spiel die andere ist eine neue Hand ihr seht selber die Idee die Unterschiede ich muss euch das nicht lange erklären in einer der beiden Hände ist ein Teppich Gegenstand drin Frage an Matze unseren Chat Moderatoren Black Panther Matthias welche Hand nimmst du ich nehme von mir aus die Rechte von dir aus die Rechte also diese hier mal gucken was daraus runterplumpst oh nichts du bist tatsächlich im Team Eisdrache drin Scafilo liebe Grüße an dich und du bist im Team Teppich super große Herausforderung jetzt wollen wir euch aber auch mal kurz vorstellen wir fangen mit dir an Scafilo magst du uns mal zwei drei Sätzchen über dich verraten wenn du möchtest ja klar ich komme aus der Schweiz aus dem Osten der Schweiz zwischen Zürich und St. Gammon bin seit 25 Jahren ein ZIFT Player wow und bei euch in der Community seit so circa einem Jahr und ich finde es immer wieder spannend euch zuzuhören vor allem dann die Hintergrundinformationen zu Geschichte und so weiter das ist schon cool das freut mich sehr zu hören seit 25 Jahren sind schon ein ZIF-Spieler dann hast du angefangen mit ZIF 1 oder mit ZIF 2 ZIF 1 ja wow ZIF 2 ging damals noch nicht hatte zu wenig Speicher ich glaube das waren 4 Megabyte RAM die es gebraucht hat wie gut ich damals noch nicht aber wir schimpfen doch immer über die KI bei ZIF 6 wie war sie bei ZIF 1 ja ich glaube okay es gab sie sie war vorhanden okay es gab sie genau dann mit dabei auch Black Panther Chat Moderator Matthias hi Matze auch zwei guten Abend an alle gerne nochmal zwei drei Sätzchen über dich obwohl dich ja viele schon kennen also wie gesagt ich bin der Black Panther ich bin seit drei Jahren in der Community und bin auch seit ungefähr zwei Jahren Chat Moderator willkommen aus dem schönen Neubrandenburg im Osten das heißt einmal quer durch die Karte Mitteleuropas mal gucken wo wir landen beim Basti hallo Basti magst du uns auch was über dich erzählen hallo ja schönen guten Abend ich komme aus dem wunderschönen Unterallgäu also wieder tief im Süden von Deutschland und ja bin jetzt seit 25 Monaten glaube ich in deiner Community super und für unsere privaten SIF-Runden am Dienstag habe ich glaube ich dadurch auch einiges lernen können das höre ich auch gerne da sind wir wirklich in ganz vielen verschiedenen Teilen geografisch unterwegs liebe Grüße an Jens schön dass du da bist und verrate uns doch mal ein bisschen was über dich ja hallo zusammen und ja ich bin Jens Zervenisch bekannt aus dem TS damit sich unser Matze nicht ganz so alleine fühlt komme ich auch aus dem schönen Brandenburger Lande ja nicht zu verwechseln mit Berlin ja also Brandenburg ist immer schöner ja auch schon eine ganze Zeit in SIF beheimatet also es gibt eigentlich bloß zwei Spiele für mich und das ist SIF und Anno und ja wer mich kennt weiß das und ja freue mich natürlich das jetzt hier noch ja zu spielen zwei Brandenburger für Pierre und für Eistracher für den Teamkapitän und dann noch einmal Scaf und dann gehen noch Scafilo und Basti rüber in das andere Team das Team zu Oliver euch allen viel Spaß rüber zu euren Teamkapitänen diskutiert mit denen aus welche Fraktion ihr übernimmt wir sehen uns etwa oder hören uns etwa in einer Viertelstunde dann wieder viel Glück schon mal ja wir sind jetzt wieder unter uns ja das heißt wir beginnen wieder Zeugs zu verlosen ja ich werde im Hintergrund wieder die Partie neu aufsetzen soll ich wieder rausgehen hier bitte selbe bitte genau wie eben wieder raus und dann gleich wieder rein ich warte auf deine Einladung dass du mir sowas sagst lieber WB da warte ich schon seit Jahren drauf dass mir andere Leute sagen Mensch Matze ich warte auf deine Einladung so 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 liebe Leute jetzt kommt eine kleine Verlosungsrunde dann kommt das letzte Drittel hier in unserem Community Match und am Schluss machen wir eine finale Verlosungsrunde denn ihr habt ja selber schon mitbekommen der Geist der Weihnachtsfeiern Veteranen der Community wissen das ausnahmsweise stehen jetzt mal nicht stehe ich nicht so im Mittelpunkt sondern die ihr steht im Mittelpunkt also die Spieler werden von Matsumen und mir wie Sportmoderatoren hier anmoderiert gezeigt ins Rampenlicht reingeschubst und das gilt auch bei den Verlosungen ihr gewinnt etwas dabei wenn ihr möchtet also WB2 ist bei uns immer ein Community Event und eigentlich gar kein WB Event was wir heute jetzt verlosen in der zweiten Runde ist unter anderem Moment mal in aller Bescheidenheit wo ist nochmal diese kleine Goldstatue von mir mit den Augen wo die Smaragden die Pupillen in den Augeäpfeln darstellen die Opalsteine ach die habe ich gerade verlegt ich wollte eigentlich gerade eine kleine Götzchenstatue für WB verlosen in aller Bescheidenheit die habe ich gerade verlegt vielleicht bei der nächsten Weihnachtsfeier stattdessen verlosen wir das hier zum zweiten Mal bereits es handelt sich dabei um das ROG Cetra True Wireless was das ist erzählt euch zum zweiten Mal heute Abend früh hat man im Fernsehen die Eltern unter euch kennen das noch immer gesagt bei solchen Augenblicken wenn der Moderator so etwas angekündigt hat dann immer tief in die Kamera geblickt hat seinen professionellsten und seriösten Blick aufgesetzt und hat dann immer gesagt Mats up Asus steht für hochwertige und langlebige Produkte so auch bei den ROG Cetra True Wireless In-Ear Kopfhörern das sind In-Ears die ihr sowohl für Gaming als auch Multimedia verwenden könnt die werden ja gekoppelt per Bluetooth 5.0 an zum Beispiel einen PC einen Mac eine Playstation Nintendo Switch iOS Gerät oder Android Telefon wenn wir uns die mal von innen anschauen wir haben speziell abgeschirmte 10 mm Asus Essens Treiber die machen dann ja eine Auflösung im Prinzip von 20 Hertz hier bis 20 Kilo Hertz ihr habt diverse luftdichte Kammern verbaut die wiederum dafür sorgen ja das Höhen und Mitten ja satt und sauber dargestellt werden aber wiederum Bässe ja kräftig und naturgetreu dann haben wir eine aktive Geräusunterdrückung die sowohl die Umgebungsgeräusche herausfiltert als auch Geräusche die in eurem Ohr selber entstehen die werden da ebenfalls quasi gegengerechnet und unterdrückt ihr habt ein Case dabei denn die Kopfhörer selber die haben so eine Akkulaufzeit von etwa 5,5 Stunden in dem Case selber ist aber auch nochmal ein Akku verbaut wo sie dann aufgeladen werden können hier steht 27 Stunden die ihr dann quasi habt ja wenn ihr nachladet das Akkukase selber wird per USB-C angeschlossen oder ihr könnt es auch per Inductive Charging aufladen also zum Beispiel so eine Matte die im Tisch integriert ist dann haben wir eine Wasserbeständigkeit der IP-Klasse X4 also Spritzwasser geschützt das heißt wenn da mal Wasser dran kommt oder so da müsst ihr euch keine Sorgen machen da passiert erstmal nichts und ihr habt im Prinzip ja über Fingerdruck dann die Steuerung ja wo ihr dann nachher wir den Gaming-Modus einschalten können die Geräusunterdrückung oder Musik ja abspiegelt oder auf Pause klickt das könnt ihr dann einfach darauf tippen dann könnt ihr euch die AmeriCrate App hier für euer Smartphone runterladen und darüber zum Beispiel dann noch Einstellungen für den Equalizer vornehmen oder Feinabstimmungen für euer Gehör machen eine ganz praktische Geschichte hat das Timing beinahe gepasst aber auch nur beinahe immerhin jetzt bin ich wieder da eine Einladung nehme ich an von Matze mal gucken wo sie ist bei Matze Hallo Juhu Matze könnt ihr hören aber nicht sehen entschuldigt bitte ich habe mich gerade ein bisschen vertrödelt mein inneres Zeitempfinden hat versagt und auch trotz 30 Jahren Radioarbeit wo ich mir immer einbilde ich könnte wenn ich irgendeine Uhrzeit sehe von einem Video oder von einem Take der abläuft genau sagen wenn ich wieder da bin das ist früher bei Live-Sendungen im Radio immer super spannend da gibt es ja auch immer so Einspielungen das Gefühl zu haben was kann ich machen irgendwie was weiß ich was einschenken oder mal vor die Tür gehen oder mit der Regie plaudern dann punktpünktlich beim richtigen Augenblick wieder da sein bei den Kollegen ich war seltener eigentlich live mehr die ich bin die Kollegen aber ich war oft bei Live-Sendungen dabei und es hatte immer so einen gewissen Nervenkitzel halt aber hier gerade kläglich das war ganz kläglich so das hier wollen wir verlosen dieses Teil hier ich halte es nochmal gerne in die Kamera nicht mich ich will nicht mich verlosen doch ein bisschen ein bisschen ernst bei der Sache bitte ja es geht um Geschenke ich verlos mich doch nicht selber ich habe den vom einen oder anderen von euch gerade den erwartungsvollen Blick gesehen wie B verlosen das wäre noch schöner also hier vorne hier vorne das verlosen wir in Weiß nicht in Schwarz also das ist die Variante in Schwarz und wir verlosen die in Weiß die sieht auch so aus hier vorne im Asus Shop also ausverkauft drei Exemplare habe ich mir zurücklegen lassen von der weißen Variante Ladenpreis da um die 131 Euro und wir verlosen davon jetzt eins und eins nochmal später an wen an alle die in den nächsten 30 Sekunden irgendwas in Chat reinschreiben bitte irgendwas in den Chat reinschreiben in den nächsten 30 Sekunden wer so ein Teil gewinnen möchte ich brauche dann von euch richtigen Namen richtige Anschrift wenn es irgendwie geht auch gerne eine E-Mail Adresse das alles wird weitergeleitet in Asus ROG wird von denen verschickt voraussichtlich nicht fest voraussichtlich auch noch vor Weihnachten würde mich sehr überraschen wenn nicht aber ich will nichts versprechen was andere dann halten müssen und dafür habt ihr jetzt noch 23, 21, 21 Sekunden Zeit irgendwas bitte in den Chat reinschreiben irgendetwas wenn ihr das Teil nicht gewinnen möchtet bitte nichts in den Chat reinschreiben weil sonst könnte es passieren dass ihr trotzdem ausgelost werdet und das ist immer ein bisschen peinlich dann wenn man aufgerufen wird dann sagt man nee ich will doch nicht ich brauche das nicht ich will das nicht 10 Sekunden noch 8 7 5 3 nur noch 6 Sekunden 4 5 2 1 3 Sekunden noch 2 1 und der glückliche Gewinner die glückliche Gewinnerin ist Taude Taude hat gewonnen jetzt erst mal schauen Taude Hallo Taude bitte kurz melden bitte sagen ob dir das vielleicht unangenehm ist oder ob du das haben möchtest es kann ja auch sein dass Taude sagt nee komm ich stehe im Mittelpunkt andere sind eventuell voller Neid gibt schlechtes Karma wer weiß außerdem wozu so Teile irgendwie ich bin ja nur zufällig reingeraten ich hab mich verzeppt kann ja alles passieren mal gucken was Taude schreibt noch hab ich keine Antwort von Taude bekommen Hallo Taude Taude bist du da Taude Hallo Taude hab ich den Namen Taude schon mal erwähnt ich glaube ja Taude schreibt nix oh oh da bist du ja wieder ja du hast gewonnen nimmst du die Wahl zum Glückspilz des Abends an Taude ich vermute mal ja ne mein Stream hing oh Gott wie furchtbar was für dramatische Augenblicke gerade für dich saugeil schreibst du alles gut Marcel ist auch da Marcel wie kommt Taude an den Gewinn ja ganz einfach ich hab gerade in den Chat geschrieben mir bitte mich bitte anzuflüstern also einfach auf meinen Namen klicken mir eine Flüsternachricht schreiben und dann bitte den vollständigen Namen deiner Anschrift Telefonnummer und E-Mail-Adresse da lassen geht alles an Asus die benutzen das nicht für die Werbung sondern nur für den Versand und so weiter und so fort geht bei mir und ich gebe es weiter und dann wird das versendet und dann werden noch alle Daten wieder weggelasht Glückwunsch wir verlosen noch so ein drittes Teil noch eins aber am Ende des Streams jetzt nicht jetzt verlosen wir noch ein paar andere Weihnachtsgeschenke für euch das verlosen wir am Ende des Abends nochmal gibt es in weiß und gibt es in schwarz die schwarze Variante ist auch verfügbar im Asus Webshop wenn ihr erlaubt nochmal der Hinweis danke an Asus an meinen PC-Ausrüster und Sponsor Monitore Equipment fast alles ist von denen nochmal der Hinweis ich glaube das ist nicht aufdringlich wenn ich das mache dass wir bis Ende Dezember einen Kundigutscheincode bei Asus haben für deren Webshop Link darauf wird jetzt gleich sicher gepostet von Marcel oder von wem auch immer oder wie das nicht ihr danke an Marcel da war das gerade danke für die Abos an Zibia Sven Stickbird Bully Power sehr hübsch an die Knämen Lichanos Necrotic Gürteltier unter allen anderen ein Kundigutscheincode Link wurde gerade gepostet und wie der heißt der heißt WB Plus da landet ihr auf dieser Seite wenn ihr darauf klickt und da landet ihr dann wenn ihr auf ein Bildchen geht in die entsprechende Produktkategorie und könnt auch den Gutscheincode einlösen der bringt bis Ende Dezember für diese beiden Produktkategorien Monitor und Mainboards 5% und für die anderen Produktkategorien die hier aufgeführt sind 10% Rabatt also für Headsets Gehäuse Kühler Mäuse Mauspads Netzteile WLAN Router und Tastaturen 10% gehen darunter jetzt verlosen wir noch ein paar andere Sachen was könnten wir denn noch verlosen achso die Spielekies wollten wir noch verlosen wir hatten die die früher da waren hatten es glaube ich schon mitbekommen wir haben von verschiedenen Publishern von Ubisoft Anno ist schon weg Anno ist schon weg die die später gekommen sind zum Stream tut mir leid Anno ist futsch Anno ist futsch aber das haben wir zum Beispiel noch wir haben noch von 2K Games und noch von THQ Nordic Spielekies bekommen davon sind noch einige da und ich verlose jetzt 3 mal die Möglichkeit in einen Topf reinzugreifen da könnt ihr euch etwas rausnehmen und was im Topf drin liegt sage ich euch jetzt im Topf liegen noch drin Ex-Midicians Rom das kürzlich erschienene Mittelalter Rollentaktik Rundentaktik Spiel auf dem man halt zu Kreuzfahrerzeiten sich quer durch Europa hinweg bewegt und Rundentaktik Kämpfe ausführt gute Testergebnisse dabei habe ich auch gerne gespielt und gestreamt und von diesem Spiel von THQ Nordic verlosen wir zweimal ein Bundle ein Paket bestehend aus dem Grundspiel dem Steam Key alles Team Keys hier dem Grundspiel und dem ersten bereits erschienenen DLC dann ist Mitte drin im Topf in den ihr reingreifen könnt nur noch inzwischen nur noch ein Key von Knights of Honor 2 Submarine auch von THQ Nordic diesem ersten Globalstrategiespiel von THQ Nordic das ich im Augenblick auch rauf und runter streame bei dem ihr ebenfalls im Mittelalter ein kleines oder größeres Reich übernehmen könnt in Total War Mania Echtzeit-Taktik schlachten schlagen könnt und Wirtschaftsaufbau eures Reiches betreibt Globalstrategiespiele so ähnlich wie bei Paradox nur leichter verständlicher Eindeutigkeit kann man nicht anders sagen und ein Spiel mit dem ich im Augenblick sehr viel Freude habe nächste Woche gleich wieder zwei Streams davon und zwar am Dienstag und am Freitag dann haben wir im Topf noch drin zwei Keys von Marvel's Midnight Suns genau Steam Keys der Standard Edition und wir haben noch drin von die Sid Meis kennt ihr das Civ 6 habt ihr schon mal gehört ne das ist das Spiel das wir heute streamen fällt man gerade ein von der Civ 6 Anthology Version liegen zwei Keys ebenfalls mit drin das heißt das ist die Version die beinah die Quatsch die alles beinhaltet was es von Civ 6 gibt Grundspiel beide Addons plus New Frontier Pass plus alle kleinen DLCs wenn man die hat wird einem gratis auch freigeschaltet dass man sich noch zusätzlich den Civ 6 Leader Pass den Anführer Pass den neuen Season Pass dazu runterladen kann davon haben wir zwei Exemplare dann haben wir noch zwei Exemplare von The Valiant von Steam Keys ebenfalls Mittelalter Rollenspiel mit Echtzeit Taktik Schlachten wo man so im Company of Heroes Stil Squats relativ wenig Squats über eine Karte schickt und die taktisch möglichst geschickt einsetzt sehr stimmungsvoll inszenierte Spiele auch kürzlich erschienen und wir haben da immer noch zwei Keys ein Bundle bestehend aus We Are Football dem Fußballmanager von Gerald Köhler der ist in diesem Jahr rausgekommen ist im Bundle mit dem kürzlich erschienenen ersten DLC einem Nationenpack durch das man auch Nationalmannschaften trainieren kann bei Turnieren das ist alles im Pott drin so und wie kommt ihr dazu indem ihr jetzt in den nächsten 30 Sekunden irgendwas in den Chat reinschreibt dann landet ihr in der Verlosung drin und könnt dann einen einmal reingreifen in den Topf drei Leute hintereinander die Keys bekommt ihr sofort ausgehändigt von den Chat Moderatoren ihr müsst nicht warten sondern bekommt die sofort wenn ihr hier bleibt und nicht etwa jetzt in einer sehr schlechte getimte Pipi-Pause gehen würdet entschuldigt dass ich das so offen ausspreche 20 Sekunden noch wer mag reingreifen in den Topf ist das unanständig wenn ich von Pipi-Pause auf Topf kommt wir wechseln das Thema also 20 Sekunden lang einmal reingreifen in den Topf 15 Sekunden die Zeit rast plötzlich gerade etwas schneller danke an das halbe Brot fürs Prime Abo danke an Pelz Sorcerer fürs 21 Abo ein Zwieblan dickes Danke an euch drei zehn acht sechs Sekunden fünf Exploditions Rom im Wandel mit dem DLC Knights of Honor 2 Suburane Marvel's Midnight Suns Sid Meier's Civilization Anthology Version The Valiant We Are Football inklusive DLC 3 2 1 und Samosia 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 bist du da und wenn ja was hättest du gerne welch hast du alles mitbekommen oder soll ich dir nochmal auflisten was hättest du gerne nimmst du dein Gewinn an und wenn welcher soll es sein Frage an Samosia Ja ich bin hier das ist schon mal der erste Schritt zum Glück der zweite ist was hättest du gerne Samosia Wattes ich hoffe du denkst nicht jetzt erst drüber nach du hast dir nicht die ganze Zeit schon überlegt ich gewinne sicher ich bin mal ganz sicher ich hab heute das ist mein Glückstag sag mal im Ernst ihr denkt We Are Football We Are Football inklusive des Nationalen die LCS geht rüber an Samosia und Marcel weiß wie du an dein Steam Key rankommst Marcel Unser lieber wie das nicht dir gerade noch im Spiel gewesen jetzt schon wieder im Chat für euch unterwegs hat den Key der hat auch gerade geschrieben hier bitte anflüstern da einfach anklicken und er schickt die Keys sofort rüber jetzt geht nochmal 30 Sekunden und was ich jetzt auch gerne also wir verlosen nochmal in den Topf reingreifen aber jetzt noch im Ernst was ich von euch gerne gewusst hätte gibt es denn bei euch keinen es kommen immer diese Gedenkminuten hier wenn es einen Gewinner gab gibt es denn unter euch keiner der total davon überzeugt ist ich werde heute auf jeden Fall gewinnen und dann kann man wie aus der Pistole geschossen sagen hey ich weiß genau was ich haben will ich hätte gern den Ponyhof Simulator beispielsweise gibt es da wirklich keinen 20 Sekunden noch im Topf sind immer noch drin Exhibitions Rom mit 1.DLC Knights of Honor 2 Submarine 15 Sekunden noch Midnight's Marvel Sun Sid Meier's Civilization 6 Anthology Version 10 Sekunden noch Valiant immer noch im Pott 7 Sekunden noch We are Football mit dem Nationalmannschaft DLC immer noch im Pott 5 3 2 1 und 3 2 1 und Jorkson hat gewonnen Jorkson hat gewonnen jetzt bin ich gespannt wie schnell Jorkson schreibt ja ich bin hier und vor allem ob Jorkson wie aus der Pistole geschossen schon weiß welches Spiel geradezu dir rüber wachsen soll Jorkson hat noch nichts geschrieben erstmal abwarten Jorkson wie sieht's aus weißt du möchtest du ein Spiele-Key haben und wenn welchen was bleibt im Topf drin und was geht weg ich bin hier und ziff gerne Glückwunsch an dich 1 more turn heißt es ab jetzt für Jorkson die Civilization 6 Anthology Version geht raus an Jorkson Marcel wie kommt Jorkson an seinen Key ja unser lieben David anschreiben denn wie das Nedir er hat gerade in den Chat geschrieben Name anklicken auf den Flüsterbutton klicken und er schickt dann auch den Key sofort raus jetzt kommt eine weitere Verlosung ich erhöhe mal den Einsatz ich lege noch was in den Topf rein es ist nur alles da aber ich lege noch was anderes in den Topf rein mit im Topf platziere ich jetzt folgendes noch extra könnt ihr euch rausnehmen falls ihr gewinnt falls ihr das haben möchtet ich lege noch was anderes in den Topf rein ich lege noch mit rein von Marvel's Midnight Suns ist ja zweimal die Standard Edition ist schon drin zweimal ich lege noch rein in den Topf zum Verlosen einen Rucksack im Marvel's Midnight Suns Outfit ein Rucksack ein Marvel's Midnight Suns super alten Rucksack in dem den Rucksack selber und außerdem noch drin noch so ein bisschen anderes Zeug so Merch noch Merchandising Produkte rund um Marvel's Midnight Suns also nicht rappelvoll der Rucksack aber schon kommt noch mehr drin ein Rucksack von Marvel's Midnight Suns der könnte nur für Post verschickt werden also das geht ja nicht sofort Müsst ihr euch ja nicht nehmen ist mit im Topf mal gucken wie es hier läuft ja ok wir machen weiter einmal reingreifen in den Chat 30 Sekunden es sind alle Spiele noch da es sind bis auf Anno es sind drin weiterhin Exploditions Rom inklusive den DLC Mittelalter Rundentaktik schreibt in den Chat rein wenn ihr was gewinnen wollt schreibt rein es ist mit drin Nights of Honor 2 Submarine der letzte Key ist noch im Chat davon Mittelalter Echtzeitstrategie mit Echtzeit-Taktik-Karten Gefechtskarten Globalstrategie es ist mit im Pool Marvel's Midnight Suns das runde Taktik-Rollenspiel mit Superhelden-Lizenz von den XCOM-Machern plus plus ein Rucksack geht also nicht plus sondern stattdessen ein Rucksack habe ich auch noch reingelegt es ist mit drin immer noch einmal einmal noch die Anthology-Version die Anthologie-Version von Civ 6 wo alles drin ist und noch es ist drin 10 5 7 6 5 Sekunden noch The Validant ist noch drin und es ist einmal noch drin We Are Football inklusive des Nationalmannschafts-DLCs 3 2 1 und der Gewinner ist wer hat gewonnen es gewinnt du hast gewonnen Mouse Over hat gewonnen jetzt bin ich sehr gespannt Mouse Over hast du es mitbekommen dass du gewonnen hast und was hättest du gerne Mouse Over was hätte Mouse Over gerne hat Mouse Over hast du an deinen Gewinn geglaubt hallo H-O-N 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 Marcel hilf mir ich kann es gerade auch nicht übersetzen ich habe eine Vermutung aber doch das passt nicht ich hätte die Vermutung du hast es einmal aus ja schreib mal komplett rein ich vermute du meint du meinst Knights of Honor aber in der Aufregung hast du glaube ich das ist ein bisschen genau umgekehrt K.O. genau das ist die Aufregung alles gut Glückwunsch an dich dann ist das Spiel ja raus echt du hättest den letzten Key kein anderer könnte es mehr gewinnen aber du bestehst drauf einmal Knights of Honor 2 für dich schönes Spiel streamen wir nächste Woche Dienstag und Freitag geht an dich ich knipse hier einmal weg raus aus dem Topf einmal abgeräumt von MouseOver Marcel wie kommt MouseOver an seinen Key ran ja wie das ja dir ist noch im Chat unterwegs ihn einfach bitte einmal anflüstern er schreibt das nochmal eine Nachricht einfach auf den Namen klicken und dann per Flüsternachricht geht der Key hier rüber sehr schön ja dann kommt die Verlosung vom Rucksack erst ein kleines bisschen später das war diese Verlosungsrunde eine letzte folgt am Ende des Streams dann gibt es noch einmal dieses schöne Teil hier noch einmal einen Griff dass nochmal drei Leute hier reingreifen dürfen in den Topf und bis dahin zocken wir noch achso und wir müssen ja am Ende des Streams auch noch verlosen fast vergessen ein 100 Euro Einkaufsgutschein bei Gamesplanet der kommt noch dazu wir verlosen der in Ende des Streams halt der kommt ja noch oben drauf ein 100 Euro Gutscheincode bei Gamesplanet bei dem wo ihr dann kaufen könnt was ihr wollt im Augenblick ist Sale bei Gamesplanet Marcel postet sich ja gleich den Link darauf nochmal zig Spiele reduziert aber darauf seid ihr nicht angewiesen mit einem 100 Euro Gutscheincode wenn ihr glaubt dass ihr eventuell gewinnt nutzt gerne die nächsten anderthalb Stunden um ein bisschen rumzustöbern schaut euch den Link an ihr könnt schon eine kleine Einkaufsliste aufstellen und euch eventuell vorfreuen falls ihr Optimisten seid auf das was ihr mit eurem 100 Euro Gutscheincode anstellen könntet so mal gucken wie viele von euch sich gleich freuen ich vermute nur einer und wie viele dagegen sagen ups naja aber eventuell eventuell wir gehen zurück ins Spiel ich frag mal ich blende mal Matsumen sieht noch nicht startklar aus ne noch nicht ganz doch er nickt er hält den Daumen hoch zieht sich jetzt gerade die Zipfelmütze gerade das ist okay putze ich noch einmal die Nase auch gut jetzt holt er sich irgendwas aus dem Ohr raus das hätte ich nicht nicht sehen sollen wir gehen wieder rein ins Spiel rein und ich blende auch Matsumen noch mal kurz ein achso und hier nicht vergessen Charity Aktion Tafeln Deutschland bitte nochmal den Link posten wir sammeln Geld für einen guten Zweck nämlich für die Tafeln Deutschland ist steuerlich absetzbar danke dass so viele Leute heute was dazu beigesteuert haben ihr seid echt Schätzchen hier danke an alle die mitgemacht haben ach komm Yorkson allein dafür dass du eben gespendet hast verdienst du ja schon dass du gerade gewonnen hast Leute ist das Karma Yorkson spendet spendet hier für unsere Charity Aktion und im nächsten Schritt zieht er hier und bekommt einen Gewinn ist das nicht heftig da soll noch doch soll noch jemand sagen das Glück sei nicht gerecht also das hat sie echt den richtigen erwischen also Yorkson hast du alles richtig gemacht hast du gerade gesehen schon hast du Karma bekommen hier das sind unsere Charity Aktion Steuern Spenden sind wohl steuerlich auch absetzbar im Detail ist es hier erklärt schaut euch das gerne an Link wurde gerade gepostet wir gehen wieder rein in die Anzeige hier vorne in die Siegpunkte Anzeige Mats ist wieder dabei und Marcel auch Hi jetzt hi Hallo zusammen schönen Abend Grüße euch So Marcel wie weit sind wir mit Civ VI mit unserer Partie Ich glaube der Matze hat alles vorbereitet die Teams sind glaube ich ready oder Dem kann ich nur zustimmen die Teams sind ready warten quasi darauf dass wir entweder alle noch einmal gesammelt holen oder die Teamkapitäne holen die dann quasi den Startschuss weitergeben und dann kann es in die nächsten Runden gehen ins große Finale Was wir noch wissen müssen ist wer welche Nation übernimmt wir können es auch oben lesen da wir im Zeitplan etwas hinterherhängen würde ich sagen wir starten jetzt einfach einverstanden? Dann gehe ich einmal nur ganz kurz runter sage den beiden Bescheid dass die starten können und dann geht es los Prima Marcel bleibt nur einen Moment hier das war verdammt viel Arbeit in den letzten Wochen die Vorbereitung maximal im Schnellgalopp erzählen was du hier alles das machen müssen Es ist immer mehr Vorbereitung als wie man denkt weil ihr seht am Ende nur das Spiel und ja Leute die einfach da sind und man kann zocken aber das Ganze ist aufwendiger die Einladungen rausschreiben die Vorbereitung machen Zeitplan machen wir haben da so ein Google Doc wo alle Infos drinstehen wir haben im Forum intern diskutiert und wir haben auf der Technikebene haben wir heute TeamSpeak Discord diverse virtuelle Audio Kabel um das Ganze irgendwie zusammenzuwuseln dass die Spieler den Daniel hören ohne selber auf TeamSpeak zu sein das Ganze ist mittlerweile ein bisschen erprobt wir machen das dritte Jahr in Folge ja jetzt schon so aber es sind doch immer etliche Stunden die da doch im Vorfeld bei drauf gehen also gerade mit Leute coachen und Kontakte pflegen und wir alle einsammeln ja und ich bin dann immer glücklich wenn alles so gut funktioniert wie heute und wir müssen der Vollständigkeit halber sagen das Ganze in einer leicht veränderten Variante aber das Ganze wiederholt sich am kommenden Sonntag mal zu nennen am 18.12. dann steht uns schon das nächste Civ 6 Spektakel hier ins Haus auch wieder eine Multiplayer Partie vom Civ 6 Bootcamp was gerade läuft wo sowohl WB als auch ich ja Streamer coachen jeweils zwei Streamer Streamerinnen coachen die bisher noch überhaupt keinen Kontakt hatten mit Civ 6 die bekommen von uns zweimal zwei Stunden lang ja so alles eingebläut was wir so an geballtem Wissen denen zur Verfügung stellen können und die hetzen wir gegeneinander auf ebenfalls in einer Multiplayer Partie alle gegen alle 4 gegen 4 am kommenden Sonntag dem 18.12. und dann schauen wir mal ja wie sich diese Streamer denn so schlagen werden die wie gesagt bisher noch nicht so wirklich mit Civ 6 zu tun hatten eine kleine Sache im Chat noch mouse over du hast ja eben gewonnen der wie das ne dir der hat ja eine Flüsternachricht geschickt auf Twitch die siehst du im Twitch Fenster ganz rechts oben da müsste jetzt so eine 1 aufgeploppt sein bei den Nachrichten anklicken er hat dich angeschrieben du kannst ihn darauf antworten er hat dann den Steam Key auf dich wenn du nicht genau weißt wie das funktioniert frag nochmal im Chat dann erklärt dir einer der Community Moderatoren das auch nochmal schriftlich direkt im Chat wie würd ich dass du ohne Preis nach Hause gehst du kommst sicher dran jetzt geht's alles gut das hier ist die Seite Matsumain hat es gerade erklärt vom Civilization 6 Bootcamp Matsumain coacht Mati und Tuni ein Tuni Match gab es schon heute wurde veröffentlicht heute Mittag glaube ich ich glaube heute Mittag war das die Aufzeichnung von diesem ersten Match das ich mit dir hatte und ich coache einmal noch Tuni und zweimal noch Mati der Mati Stream ist morgen ab 14 Uhr bis ungefähr 16 Uhr die Streams laufen nur auf deren Twitch Kanäle nicht bei uns Link auf die Twitch Kanäle findet ihr hier in diesem Thread bei uns im Community Forum Link da drauf wurde gerade gepostet von wie das in dir und ihr könnt auch gerne liebe Chatnots den Link öfters posten zwischendurch weil das ist ein schönes Projekt und am 18.12. ist halt das große Multiplayer Finale wo Matsumain versucht mit Chagas oder mit Edo P den Sieg zu erringen während ich versuche es hinzubekommen dass Mati oder das Tuni gewinnt und ganz unparteiisch und neutral wir werden dann hier unterwegs sein wir werden das Ganze kommentieren und ganz am Schluss wird dann Matsumain sagen WB das ist sehr traurig dass eine von dir gewonnen hat wir werden sehen lieber WB wir werden sehen mal gucken ob der Chat schon jemand hat habt ihr im Chat habt ihr jemand dem ihr sagen würdet wir kennen die so ein bisschen die oder den den Streamer und wo ihr im Gefühl haben würdet da zeichnet sich ein kleiner Favorit am Horizont ab oder geht er ausschließlich nach den Coaches und sagt zum Beispiel einer der Coaches ist eventuell doch etwas besser als der andere und dem trauen wir alles zu aber ihr müsst niemandem nach dem Mund reden aber ihr könnt es machen Marti macht das richtig ein vor dem Chat von Scharingang Papst Randleiste auch für Marti sehr gut Marti ist eine ganz erfahrene Anno 1800 Spielerin hast du irgendwie traust du jetzt mal ernst auf Matze ich weiß die Frage ist irgendwie albern aber traust du einem deiner Schützlinge den Sieg zu na selbstverständlich also ich habe mit einem von den beiden noch kein Match gehabt da ist alles möglich und bei Schuggles war ich ja schon da weiß ich dass er dass er beißen kann der Junge und ja ich bin gespannt wie bissig er sein wird bei diesem MP-Match und ich hoffe dass es nicht so viele Bissverletzungen geben wird ja das ist ja immer schön euch zwei zusammen zu sehen ich bin gespannt wie das Ganze ist wenn ihr immer so ein bisschen gegeneinander agieren müsst das wird bestimmt ganz herrlich der Chat hat sich immer mal gewünscht dass wir gegeneinander antreten sollen wir haben immer gesagt nein jetzt können wir immerhin andere für uns kämpfen lassen das macht auch Spaß die Alternative wäre gewesen Matsumain hatte mir das vorgeschlagen dass wir uns jeder zwei dressierte Kampfhunde zulegen und einen Real-Life-Stream machen aus dem Garten von Marcel der dann eine Arena aufbaut die Kampfhunde würden wir aufeinander losschicken ich fand die Idee persönlich uncool Marcel hat dann vorgeschlagen stattdessen Hühner zu nehmen mit so angespitzten Rasierklingen an den Füßen auch das fand ich uncool und erst einmal schließlich diese Variante hier ich weiß nicht wie ihr das findet teilt ruhig Marcel und Mats mit was ja von ihrer charakterlichen Eignung handelt also ich finde diese Variante persönlich tierfreundlicher naja im Garten steht ein Grill bei euch im Stream nicht heißt das wolltest du die Hühner grillen oder wolltest du die Kampfhunde grillen es gibt ja Opfer am Ende ja danke Käpt'n Blaubeerschrall ich bin so froh dass du so tierlieb bist WB vielen Dank lass uns mal zurückgehen ins Thema hier denn ich möchte Mats und dein ungernes Wort kommen lassen naja sagt er noch irgendwas freches wie ist die Situation vor Ort Matsa? äh spannend also tatsächlich formieren sich jetzt offensichtlich die Einheiten neu ähm unser Pierre unser Eisracher hat sich jetzt bei der ehemals zerstörten Stadt jetzt so ein bisschen ja nicht zurückgezogen aber sammelt dort seine Einheiten die Römer und die Sumerer die versuchen natürlich die verbliebenen Städte jetzt weiter zu halten ich bin gespannt ob es einen Gegenschlag geben wird einheitentechnisch von einer losen Anzahl her ist natürlich jetzt was wir sehen die Skuten sind hier weit vorne hauptsächlich durch ihren Bonus ähm dass die hier so viele Kavalerieeinheiten erzeugen können aus 1 macht 2 das ist schon ein Vorteil ich wollte übrigens bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz erwähnen entschuldige Mats dass ich das Thema schon wieder anspreche beim Bootcamp über das wir eben gesprochen haben habe ich Marty dazu gebracht dass sie sich die Skuten nimmt und damit diesen Bonus hier im Early Game auch ausspielen kann ich arbeite schon daran irgendeinen Zeitplan zu finden durch das ich das Multiplayer Match künstlich verlangsamen kann damit sie ihren Zeitplan diesen Bonus ausspielen kann würde das aber niemals öffentlich zugeben mit anderen Worten es tut mir leid Matze für dich es tut mir echt leid ja das ist natürlich durchaus eine Herausforderung aber wir sehen ja live hier was passieren kann deshalb bin ich jetzt bestens gerüstet und gewarnt und kann bei den nächsten drei Coachings sagen passt auf die Skuten auf und lasst euch dort nicht ins Boxhorn jagen ich bin sehr gespannt also der Vorteil ist echt cool interessanterweise selten eine Civ die ich so im Multiplayer Streams so gesehen habe bisher vielleicht auch weil sie so stark sind aber ich finde es eigentlich ganz ganz spannend was dann so an Konstellationen es geben kann es gibt ja auch es hilft zum Beispiel Griechenland mit Anti-Kavallerie-Einheiten die gleichen sich dann so ein bisschen aus also ähm ja leider hat weder Schagges noch Edope sich die Griechen genommen aber komm lass uns das Thema nicht vertiefen da fängst du mir öffentlich an zu weinen das will ich nicht demütigen ich sag mal kurz Tschüss an Marcel bis später bis gleich wir sind wieder unter uns hier Matze ähm so jetzt mal ernst einen Überblick bitte über die Punkte von dir also der Punktestand ist momentan echt ausgeglichen wir haben beide Teams die aktuell mit 30 Punkten hier da sind wir haben noch 40 Punkte zu vergeben 20 gibt es äh für den Ort in der Mitte also mehr Einheiten in oder um äh ehemals Nuska äh zur ne Nuska heißt hieß der Stadt glaube ich ne wir haben die Nuska Linie jetzt äh WBs ähm wie heißt der jetzt WBs äh Weihnachts Bäckerei Bäckerei war das genau Bäckerei Dankeschön das ist immer tückisch wenn man im Laufe der Partie die Städte umbenennt also dafür gibt es 20 Punkte und dann haben wir noch zwei Votings wo ihr wieder abstimmen könnt liebe Leute im Chat da gibt es dann jeweils fünf Punkte für und noch zwei Überraschungsquests und äh ich hab auch die Zeit in der Pause genutzt bin nochmal durch den Pool unserer Listen gegangen hab dort ein, zwei Vorschläge gemacht für uns haben wir ein bisschen farblich markiert und ähm ich glaube wir sollten relativ frühzeitig denen vielleicht auch schon die ersten Quests geben könnten ähm sich drauf vorbereiten und wir sollten uns auch überlegen ähm wie war mit dem zeitlichen Ende die Events umgehen eigentlich hatten wir gesagt die letzte Spiegelrunde endet um 22 Uhr jetzt große Überraschung es dauerte etwas dauert scheint etwas länger zu dauern ist uns ja noch nie passiert bei einer Weihnachtsfeier wer konnte das ahnen dass wir mehr Zeit brauchen als als eingeplant haben wir echt noch nie gehabt hier deshalb müssen wir jetzt wir haben ja drei Spieler drin die wollen das auch ein bisschen auskosten allerdings wollen wir es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen soll man sagen so 22 Uhr 15 könnte das Ende sein von dieser Spiegelrunde Matze würde ich auch vorschlagen und das können wir dann ja auch den Kapitän und den Teams einmal mitteilen genau dass sie sich darauf einsteigen können ja dann müssen wir uns als ersten im ersten Schritt eine etwas überlegen wir mit dem zauberhaften pardon wir mit Bibis Weihnachtsbäckerei umgehen und was genau wofür es wirklich die Punkte geben wird am Ende mein Vorschlag wäre dass wir wieder hingehen und sagen wer am Ende der also wer um diese Uhrzeit um 22 Uhr 15 ist die Partie vorbei dann stoppen wir egal ob zu Beginn einer Runde ob Ende einer Runde mitten drin sobald auf meiner Systemuhr die auf Twitch zu sehen ist 22 Uhr 15 zu sehen ist pausierst du Partie vorbei und dann die Anzahl der Armeen die Anzahl der Einheiten die innerhalb der Kulturgrenzen stehen von WBs Weihnachtsbäckerei oder maximal ein Feld daneben die werden gezählt und die Fraktion die eine Einheit Minimum mehr hat das Team das Maxim Minimum eine Einheit mehr hatte als die anderen als das andere Team bekommt die vollen 20 Siegpunkte dazu gab es natürlich noch eine inhaltliche Frage von Team Teppik die ich gerne mit dir und mit euch teilen möchte inwieweit auch religiöse Einheiten dazu zählen sollen puh interessante Frage wir könnten das als Variante auch machen warum nicht auch Handwerker wir könnten auch allgemein sagen dass die Militäreinheiten gar nicht zählen und nur religiöse Einheiten daneben zählen witzig wie ist denn aber eine Seite hat zwei dann ist der Eisdrache aber im Vorteil das Eisdrache Team hat zwei Religionen aber die anderen haben auch zwei die haben alle genau die haben alle zwei Religionen die sind aber teilweise weit weg aber die religiösen Einheiten sind schnell unterwegs wer hat denn die meisten Glaubenspunkte das ist Cleopatra hat extrem viele Glaubenspunkte könnte also sehr viele Einheiten generieren andererseits im Kriegsfall die sind ja im Krieg und die spielen als Teams gegeneinander die haben ja Krieg wäre kann eine religiöse Einheit auch leicht von der Militäreinheit vernichtet werden aber wenn die im letzten Zug hier reinziehen wenn das gut timet sagen wir das Eisdrache Team hat den Vorteil das ist deren Terrain und das Team ach Black Panther gehört ja auch zum Eisdrachen Team der kann ja religiöse Einheiten in riesigen Mengen produzieren mit seiner Cleopatra hier vorne und die dahin bringen und da parken das kommt mir ein bisschen unfair vor also es kam tatsächlich von Team Teppich die Idee ja dann bekommen die das dann ist das okay wenn der das so selber haben möchte alle Einheiten große Persönlichkeiten Admiräle zivile Einheiten Siedler Militäreinheiten alles geht Kors werden nur einfach gezählt natürlich Armeen auch und so aber sonst alles zählt okay alles zählt aber das mit Runde 215 dann würde ich dem gerne noch eine Überraschungsqueste wir haben noch eine offene oder oder hatten wir die alle schon erledigt wir haben alle erledigt die wir offen hatten Rinkashi Mikuta hätte gerne die Definition alles was sich bewegen kann sind das nicht alle Einheiten oder kann sie noch mehr bewegen in dem Spiel als eine Einheit Hör mal Matze weißt du was wir auch machen können ja wir können auch einen anderen Ort nehmen das muss nicht der Ort sein also das hatten wir nicht so angekündigt wir können auch sagen zum Beispiel die Barbareninsel hier unten die können mittlerweile beide erreichen im Südwesten diese riesige Barbareninsel über die Insel habe ich auch nachgedacht da finde ich das nur schwierig weil sowohl die die Ägypter als auch die Perser zum selben Team gehören und dort am dichtesten dran sind ja hast du recht das kann ich nicht machen es gibt noch und da ist auch noch der Ozean im Zweifelsfall dazwischen also was würdest du von dem Barbarencamp halten am Süden der Halbinsel hier wo ich gerade im Stream zeige diesen barbaren Außenposten hier der wird schwer zu erobern sein und da muss man am Ende der Partie einer draufstehen haben ich gucke mal ob die beiden Teams das Geländefeld schon aufgedeckt haben ja das eine Team hat das aufgedeckt das andere Team noch nicht das ist dann schwer für die es es ist so blöd verteilt dass man anders als in der Mitte die wir uns jetzt ja ausgesucht hatten die auch wirklich gut und fair da hinbekommen können hier ist eine ries wir haben ja ein riesiges Meer gibt es dazwischen irgendwo eine kleine Insel aber die haben das können wir auch nicht machen die kennen die noch nicht mal beide kennen da kennen die nicht irgendwas im Norden gibt es im Norden den kennen die doch beide die noch nicht die haben das hier aufgedeckt das fällt hier können wir Pinsel auf die Karte setzen ich glaube nicht wir können Pinsel auf die Karte setzen schau mal wo ich gerade mit der Maus bin das fällt das kennen beide es gibt keinen vernünftigen Grund da drauf zu ziehen außerdem 20 Siegpunkte zu bekommen und dann würden wir nur sagen dieses eine fällt muss halt der einer die drauf steht die gewinnt am Ende der Partie die einer die drauf steht ganz simpel da müssen keine Punkte zählen und kein nichts ja das könnte man machen tier wäre wir können dann auch ein Ziel setzen was bei beiden im Fog of war ist und was sie aufdecken müssen weil durch den pin würden die doch sehen oder den pin würde man dann trotzdem sehen ja wenn du den an könnten wir sogar ein Feld ganz im Norden setzen das wäre richtig gemein schau mal hier oben hier oben ganz im Norden diesen Eiszipfelchen hier weil da müssen beide können da hin Teppich kann aufbrechen er kann auch aufbrechen Eisdrache Teppich hat es etwa nee Teppich kann er auch hin der kann ja auch der kann hier der kann Schiffe bauen die Eisdrache kann zu Fuß rüber das wäre etwa gleich fair auf beiden Seiten Eisdrache hat mehr Einheiten müsste sich über Waren durchkämpfen und die hier sind zwar unter Druck können aber Schiffe bauen und raufziehen und dann über Seeflächen das ist eine Aufgabe wo jeder seine eigene Challenge hat und die sind etwa gleich schwer beide die Idee gefällt mir sehr gut finde ich auch spontan sehr gut muss ich sagen was seid ihr im Chat Eisdrache steht da gerade nee das stimmt nicht da wo ich den Pin gerade hingesetzt habe ich meinte wegen der Reiterei die da ja aber es sind ja ganz viele Barbaneinheiten dazwischen ja ja und es geht ja darum am Ende am Ende der Partie da zu sein also die sehen den beide beide haben nur bedingt Kartenkenntnis Teppich hat eine Chance Eisdrache hat eine Chance die müssen das müssen das halt unterschiedlich angehen und die Chancen werden jetzt etwa gleich hoch und das finde ich ziemlich okay das sind zwar viele Krieger da muss man nur sich durch Krieger durchkämpfen aber es können sein dass später noch coolere Einheiten hier entstehen und die muss man am Ende der Partie halten und die sind vor allem die werden so ausgebremst in ihrer in ihrem Lauf den sie im Augenblick haben die sind hier völlig hier unten konzentriert ja man müsste halt an Einheiten abziehen und die Poker an wie viele man da hinzieht man weiß nur dass da Barbaren sind aber nicht wie viele also das weiß Eisdrache jetzt schon das steht ja gerade angrenzend an einer barbarischen Einheit oder ist das zu leicht für Eisdrache weil der kann ja mit den vielen gewasserten Einheiten rein und rauf ziehen aber da hat Teppich ja seine Kriegsschiffe das ist es halt das ist ja auch das was unten ihn schützt mit seinen Kriegsschiffen dass da nicht übers Wasser da noch mehr Einheiten geschickt werden und er hat keine genau und Eisdrache hat hier keinem im Augenblick noch keine Stadt gegründet er könnte dann sagen strategisch ich gründe eine Stadt am Baujahr und kaufe deine Einheit und so aber das muss er selber wissen dann ja und hier wird eventuell ich finde das gut also den Pin ist gesetzt bist du so freundlich Chad protestiert auch nicht nein und wie nennen wir den Punkt King of the North Könige dich machen das ist der Nordpol einfach die Weihnachtsfabrik Weihnachtsmannfabrik die wir beschützen wollen wie du dich auskennst in der christlich populistischen Mythologie wer lebt denn da legt dir mal mal was Chad schlägt vor also King of the North finde ich irgendwie kühler 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 Wichtelwerkstatt hoch ho ho das Haus vom Nikolaus Winterfell Dorf des Weihnachtsmannes Point of no return Rindtierheim Weihnachtsfabrik Fortuna Froststern kalte Füße heißt Rachefestung Mulilora Asgard 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 Ragnarök das ist cool der Weltuntergang Ragnarök ich hoffe meinst du Matsumen dass Umlaute Probleme machen habe ich habe ich nicht feststellen können wir haben auch nicht so viele Pins und nachdem was ich beobachtet habe macht es keinen Unterschied ob mit Umlaut oder ohne solange das Spiel sie akzeptiert für die Eingabe hat es keine Aus Bist du so freundlich die beiden Teamkapitäne mal zu uns holen Wollen wir sie jetzt schon zu uns holen oder wollen wir uns noch eine zusätzliche Quest ausdenken die sie dann gleich mitnehmen können weil das ist ja das langfristige Ziel aber ich meinte Okay Was konnte die nächste sein? Wir ruhen Danke an dich und an JCM war auch ein Danke Jackball Lieben Dank BB Pro noch ein Danke Halbes Brot noch ein Danke Pels Horse Run noch ein Danke Zwiebler noch ein Danke Jetzt mal weiter hier Matze Also was ich ich hab mir eben auch nochmal den Punktestand angeguckt bei den bei den Siegpunkten wie das in den Teams aussieht das ist ja die erste Zahl über den Punkten die wir in der Liste oben sehen und das ist von den Teams her sehr sehr ähnlich in Summe und wir könnten sagen nach x Runden welches Team insgesamt am meisten Siegpunkte gesammelt hat das Spiel berendet da die gebauten Weltwunder mit ein und die Kultausrichtung und wie viele Felder angehören und weiter die bekommen dann die 5 Punkte Die Siegpunkte sind die Punkte ganz oben in wieviel Runde Ja was ist da sinnvoll also wir könnten den ruhig ein bisschen Zeit geben 10 Runden oder so damit wir noch ein bisschen was Wir können auch die Schlussrunde sagen dann fällt alles hinten zusammen Das ist auch noch finde ich sogar noch besser noch spannender für die Schlussrunde Das heißt beide Sachen werden in der Schlussrunde aufgelöst Okay auf geht's Ich sag den beiden mal kurz Bescheid Hallo hallo liebe Kapitäne seid ihr wieder bei uns Jawoll schön dass ihr da seid wir haben uns diesmal eine Doppelaufgabe die wir euch gerne mitgeben möchten und zwar das Match läuft noch bis exakt 22.15 Uhr und zwar Hochzeit WB das bedeutet auf der Systemuhr die bei mir eingeblendet auch im Twitch Chat zu sehen ist rechts oben bei SF6 wenn da 22.15 Uhr wird sofort die Partie pausiert von Matsumen egal ob zu Beginn einer Runde oder am Ende oder wann auch immer und dann ist die Partie vorbei und dann zählen wir dann haben wir uns zwei Quests jetzt überlegt und Matsumen stellt euch die mal vor ja und zum einen möchten wir das etwas abwandeln mit dem Halten des Ortes in der Mitte wo ihr die Einheiten positionieren möchtet das haben wir jetzt geändert und zwar geht es darum einen bestimmten Punkt zu halten den haben wir euch in der Karte markiert zum Ende der Partie ihr seht dort ein Pin mit dem Titel König des Nordens wir wollen natürlich verstehen das ist ein Vorkau zu sehen für euch beide wir haben dafür gesorgt dass der Punkt so ist dass die Arbeiter auf das ist für euch unterschiedlich verschiedenartige Herausforderungen darstellt dort hinzukommen nach unserer Einschätzung wir haben lange darüber diskutiert sind eure Chancen diesen Punkt einzunehmen 50-50 und es wird außerdem wir wollen euch nicht so viel spoilern ihr kennt den Punkt ja noch nicht aber das sollte für alle Beteiligten spannend und auch fair sein und wer diesen Punkt dann zum Ende der Partie mit seiner militärischen Einheit hält der gewinnt also nicht gewinnt nicht das Match aber gewinnt diese 20 Siegpunkte die dafür vergeben werden wie gesagt um 22.15 Uhr wenn Matsumen pausiert habt ihr den Punkt entdeckt ihr zwei ich habe ihn gesehen du auch hier könnt ihr den vielleicht Matsumen setzen dann ist es nicht die gleiche Farbe wie Oliver für mich ah alles klar ich mache ihn mal weg und Matsumen setzt den wehe Matsumen du nutzt das für irgendeine Peinlichkeit wie WB ist doof oder so dann gibt es echt Ärger Leute Charaktertest für Matsumen ich hoffe ich hoffe er besteht ihn ein echter Charaktertest für Matsumen hier schafft er die Herausforderung hier wohnt WB heißt der Punkt jetzt vielen Dank Matze da wohnt WB und ihr müsst mich alle besuchen kommen dort oben genau habt ihr den Punkt entdeckt wenn ihr das nicht geschafft ja erste Herausforderung auch für dich okay Eisdrache ich sehe den Punkt ja wenn dann keine Einheit von euch drauf steht gibt es dafür keine Siegpunkte entweder steht dann einer drauf genau dann und auch nicht vorher oder auch nicht nachher sondern genau dann oder halt nicht 20 Siegpunkte und die zweite Quest ist da geht es um die Siegpunkte die das Spiel berechnet da haben wir uns angeschaut dass ihr bei dem Team ungefähr gleich aufliegt und es geht darum welches Team von euch insgesamt in Summe am meisten dieser Punkte für sein Team reklamieren kann und das Team bekommt dann nochmal fünf Punkte für unser großes Finale obendrauf gerechnet in unserer Endabrechnung und das geht zum selben Zeitpunkt das heißt ebenfalls Partie Ende 22 Uhr und 15 später bekommt ihr noch eine dritte noch eine Überraschungsquest und zwei Zuschauervotings aber da basteln wir noch dran alles klar ja wunderbar euch für alle viel Spaß wir haben ihn und Leute ganz im Ernst schon mal danke für die sehr offensive Spielweise und dass ihr auch versucht Unterhaltung zu bieten wir haben alle viel Spaß dran ganz im Ernst bis nachher ja jetzt bin ich gespannt ja so wir machen jetzt mal einen Durchlauf durch alle Städte und dann überlegen uns die Zuschauervotings oder ich mache den mal und du denkst du hast schon Zuschauervotings überlegt ja hier habe ich dir unserem Dokument hervorgehoben aber wir sollten trotzdem erstmal den Durchlauf machen damit wir wieder alle im Stand sind alle auf einen Stand wer später gekommen ist erstens gerämt euch nicht ihr habt einen das einzig Schlimme was passiert ist ihr habt vier fünf fünf ein Viertelstunden feinster spaßigster Unterhaltung verpasst nette Leute mit denen ihr hättet die Zeit abhängen können das ist alles gerämt euch nicht es gibt eine Aufzeichnung es ist natürlich ist halt eine Aufzeichnung ansonsten es ist nicht schlimm es gibt im nächsten Jahr wieder eine Weihnachtsfeier wenn ihr dann rechtzeitig dran denkt rechtzeitig zu kommen ist die Welt wieder eine Heile macht euch deshalb nicht fertig so furchtbare Dinge können sich immer mal ereignen es gibt es wird irgendwelche positiven Ereignisse geben die das wieder ausgleichen werdet vielleicht setzt ihr ein Kind in die Welt baut ein Haus pflanzt einen Baum schlachtet einen Drachen das etwa wäre so das Äquivalent zu von Beginn an dabei gewesen zu sein also es ist nichts wirklich Schlimmes passiert das ist der Überblick wir haben zwei Teams Teams Eisdrache Team Teppich zwei wechselnde Teammitglieder an ihrer Seite das ist das letzte Drittel hier Punkte werden vergeben über eine Punkteliste hier im Mittagrund zu sehen Zuschauerquests andere Überraschungsquests und Dinge die wir uns so ausdenken wir gehen mal einmal die Karte durch es ist ein Fraktal Zufallskartenskript und hier vorne ist das Team Ägypten Ägypten ähm wird ähm wird ähm also die Cleopatra und ihrer ihrer Pharaonenbande dahinter steckt oh Gott ich hab's mir nicht notiert Matze du musst mir helfen ich hab's mir tatsächlich nicht aufgeschrieben wer ist der Ägypter es ist Black Panther ich schreib mir das nochmal auf red du mal weiter unauffällig Matze ist Black Panther und ja hat mit den Ägyptern hier einen sehr hohen Glaubens Output konnte schon verschiedene Städte gründen gute Startposition hier insgesamt auch äh kann sich gut ausbreiten bildert auch hat viele Wunder bereits gebaut mit seinen Zwingen dann um äh umsiedelt und äh ja kann ein bisschen unterstützen ähm bezüglich der kriegerischen Aktivitäten von seinem Teamkapitän von Eistracher ja Ranger Ranger fragt gerade ob auch ein Einhorn finden gilt für diese Liste gilt auch es ist auch okay viel Glück dabei bei dem Versuch einen Einhorn zu finden dein Optimismus zeigt mir dass du dich sehr gut mit unserer Welt auskennst und mit eben Naturwissenschaften und der Biologie schön zu sehen dass du kluge Leute äh komm wir reden einfach weiter glaub du an dein Einhorn ich dagegen glaube an an diese an diese an diese Weihnachts an diese kleinen Weihnachtswichtel die bei mir im Vorgarten leben das sind ein paar hundert die haben den Garten unterhöhlt die schlüpfen bisweilen in die Haut von den kleinen Keramik Weihnachtswichtel Männern die ich im Garten aufgestellt habe die bewegen manchmal ihre Händchen ich gehe da jeden Morgen spazieren und werfe Paletten über die und gucke ob es denen dann gut geht weil das mir Glück bringt und dann dadurch gewinne ich meine Subsexpartie so mache ich das das geht auch alles gleich realistisch etwa ich komme aus dem Konzept Mats mach mal weiter ja als nächstes in dem Team haben wir den Survenish das wäre dann das Team der Perser und Jens hatte oder der Kollege von Jens der ganz zu Beginn der Partie dabei war der hatte eine sehr schwierige Startposition hat das Beste draus gemacht war im Wüstenbereich unterwegs hat am Auge der Sahara dann entsprechend seine Stadt gegründet ich glaube du zeigst uns gerade die Sküten oder? nee ich zeig die Perser das Bild hängt bei dir noch achso ich bin schon bei einem Perser mittlerweile danke dir und ja hat das Beste wirklich aus der Situation gemacht sehr schwierige Startposition konnte jetzt die Wüste zu seinem eigenen Vorteil nutzen hat sich ein cooles Pantheon geholt hat eine heilige Stätte mit einem Mega Output und jetzt auch durch die weiteren Städte dann jetzt am Nachziehen was Stadtgröße angeht und den Ausbau der Städte und dann haben wir natürlich noch den Eisdrachen selbst wo wir gerade waren als Teamkapitän der ja rücksichtslos gegen die Sumera vorgegangen ist sich erstmal einen Stadtstaat geschnappt hat den wir als Ziel auserkoren hatten ganz zu Beginn der Partie und inzwischen auch noch eine weitere Stadt gegründet hat beziehungsweise erobert hat von unserem anderen Teamkapitän von Oliver und ja will sie es hier natürlich mit seiner Übermacht an Reitern militärisch die Nominanz aufrechterhalten muss jetzt eine ganze Armee gegen Norden schicken und wählt offensichtlich dabei den Weg übers Wasser was ich sehr interessant finde wodurch dort auch durchaus ein paar Schiffe durch die Gegend fahren nämlich vom Teppich Teppich spielt die Sumera das könnte allerdings schon den Hintergrund haben dass wir oben einen Pin gesetzt haben für eine Quest dort oben gibt es gar nicht 20 Siegpunkte für die Fraktion die am Ende der Partie dieses Geländefeld hier setzt Teppich schickt schon Schiffe rüber vermutlich wäre mein Tipp verhindern dass die Landtruppen der von Eistrache hier anlanden können für ihn vielleicht diese Quest die wir ihm gestellt haben die wir den beiden gestellt haben eine gute Gelegenheit die Landtruppen von Eistrache zu dezimieren falls Eistrache so offensiv spielt dass er wirklich die Truppen rüber schickt um dort oben den Punkt frühzeitig zu besetzen dann haben wir zwei weitere Fraktionen noch im Spiel das sind die Römer hier zu sehen romantische Weihnachten zum Beispiel das Cafilo wer ist denn das ist das Basti das ist unser Kunde Mitglied aus der Schweiz und er spielt die Römer hier vorne und die hatten einen eher schwierigen Start weil viele Barbaren daneben waren vier Städte mittlerweile insgesamt gegründet viele Ressourcen die wir sehen werden später aufgedeckt und er schickt ebenfalls Legionäre rüber und hilft hier vorne aus viele von ihnen sind allerdings nicht mehr da hilft hier Teppich hier vorne aus und dann die letzte Fraktion das ist Basti und Basti hat hier wenn ich das richtig sehe die die Araber genau das sind also ich habe ja einen kleinen Zeitverzug ich glaube du bist jetzt bei den Gelben schon rüber gefahren gehe ich aus die Gelben sind die Araber genau mittlerweile da auch Weltwunder eben standen dafür gab es Punkte in der recht große Stadt mit Otannenbaum diverse Truppen die allerdings hier ist ein Siedler unterwegs der hängt was meinst du denn wohin der Siedler ziehen könnte der gelbe Siedler bei Otannenbaum ja der gelbe Siedler bei Otannenbaum ich weiß gar nicht wo der überhaupt noch siedeln möchte es gibt nur einen grünen Punkt wo man siedeln kann der ist tatsächlich einen Schritt weiter westlich dort wo das Katapult gerade von Banda Brunei draufsteht da kann man noch ganz gut siedeln weil es dort Trinkwasser gibt er kann dann das Elfenbein anschließen und natürlich noch die coolen Dschungel Geländefelder sich holen aber danach wird es auch eng prima ja und ansonsten wir sind zwar alle sechs einmal durchgegangen müssen wir die eine oder andere Quest stellen genau und zwar an euch damit ihr hier wieder abstimmen könnt und nein guck mal hier unten Weltwunder gebaut Stern über Bullenheim bei den Persern aber gerade das Weltwunder ist das Gebel Barkal oder ist das Petra das wäre natürlich der Publikums Liebling schlechthin ich kann es gerade nicht genau erkennen ist das Gebel Barkal oder Petra ich denke mal dass es Petra ist die setzen doch wahrscheinlich drauf dass so eine verdeckte Zuschauer Quest haben wer baut als erstes Petra und dafür gibt es dann 100 Siegpunkte oder ja wahrscheinlich also dass ihr im Chat natürlich für Petra abstimmen werdet das ist ja so sicher wie Petra zu bauen bei einem Civ 6 Livestream bei unserem WB ja spannend zu viele Weltwunder schon gebaut das ist Petra hier also es gibt ja auch dafür diese Siegpunkte relativ günstig für die für die Weltwunder das können wir vielleicht euch auch nochmal ganz kurz sagen also wofür es am Ende diese Punkte gibt und zwar sind das zum einen die Ausrichtungen ja hier also die kulturellen Ausrichtungen wenn man dort mehr erforscht hat bekommt man Punkte dann die Reißausbreitung also wie viele Geländefelder gehören zu einem die großen Persönlichkeiten die man rekrutiert hat geben Punkte dann kann man für seine Religion Punkte bekommen zum Beispiel indem man die verbessert hat dass man überhaupt eine Religion gegründet hat dass man Städte bekehrt technologisch natürlich dann auch ähnlich wie bei den Ausrichtungen gibt ein bisschen weniger Punkte im Vergleich wenn man dort durch den WB Zeitalter Punkte die man sammeln kann die bringen auch noch einmal zusätzlich die Punkte für diese große Statistik wo ja jetzt hier die Leute im 200er oder 300er Bereich gerade liegen das ist die erste Zeile die ihr unter den Anführernamen seht ja gutes Stichwort vielen Dank für die Subs für die vielen Abos hier auf Twitch war mir eine große Freude vielen Dank dafür für die tolle Unterstützung ich glaube das ist das Wort nach dem Matsumain gerade gesucht hatte Petra ist noch gar nicht fertig also Petra das Weltwunder weißt du was wir haben mal Sightseeing wir gucken mal alle Weltwunder die Damen und Herren Spieler bzw. die Herren Spieler bislang gebaut haben die können wir hier der Bau von Angkor Watt bei Eisdrache bei den Sküten das bestätigt Matsumains Hypothese dass die jetzt auch Punkte spielen und dass sie sich denken Weltwunder auf Online Spielgeschwindigkeit schnell gebaut haben wir mal schnell gemacht kann uns keiner mehr wegnehmen nach dem Bau müssen nur die Städte behalten das machen wir mal schnell dann ein Weltwunder auch im Bau hier unten das ist Petra bei den Persern sprich in der anderen Fraktion bei Teppich und seinem Team dann ist hier vorne im Bau Tschütschen Itza das ist ein Weltwunder was Matsumains die Erträge auf Regenwaldfeldern extrem boostet auf jeden fall also da kann man dann zusätzlich Kultur und Produktion gewinnen für diese Regenwald Geländefelder und kann damit wenn man viel davon besitzt eine Stadt es gilt nur in der aktuellen Stadt dann möchte ich boosten wenn man es fertiggestellt hat also je mehr Regenwald man hat desto besser wird es dann noch ein Wunder das im Bau ist das ist der Tempel der Artemis gibt jede Menge Annehmlichkeiten für Geländeumfeld drumherum unter der Voraussetzung dass dort bestimmte Geländemodernisierungen stehen das ist auch bei den Persern dann wieder rauf Eisdrache baut das nächste Weltwunder das ist schon gebaut ist der Mabodji Tempel hier vorne errichtet sieht auch sehr hübsch aus wisst ihr was schaut euch mal alle Weltwunder an wir machen gleich ein Zuschauervoting das Zuschauervoting das Matsumen jetzt vorbereitet ist das Zuschauervoting das wird heißen welches Team hat die schönste Stadt das ist gleich ein Zuschauervoting Matsumen bereitet das schon mal vor wir machen jetzt ich zeige euch einmal die Weltwunder und dann gucken wir uns noch mal jede Stadt einzeln an könnt ihr darüber abstimmen und dafür gibt es fünf Siegpunkte welches Team hat die schönste Stadt gebaut hier vorne Terrakotta Armee ebenfalls schon errichtet von Eisdrache hier vorne schon gebaut im letzten Drittel der Partie Zeustatue von den Arabern also vom Team Teppich dann haben wir hier vorne die Pyramiden geben Vorteile bei Handwerkern Yalda Night Night City ebenfalls eine Stadt der Perser hier sind viele Weltwunder im Bau oder schon errichtet da sind wir Etemenanki eine Weltwunder was für Schwemmlandfelder und Sümpfe sehr cool ist errichtet in Utanbaum bei den Arabern mit anderen Worten im Team Teppich dann haben wir hier noch ein Weltwunder Orakel hier vorne steht es errichtet bei den Ägyptern also in dem Fall auch im Team Eisdrache hier vorne die hängenden Gärten errichtet bei den Römern zwischen diese beiden Städten die Römer gehören zum Team Teppich Scafilo ist derjenige der das Team im Augenblick steuert Stonehenge stand hier steht hier daneben da wurde einst eine Religion begründet wir sind wieder bei den Arbern und wieder beim Team Teppich noch ein Weltwunder hier vorne das große Bad wurde ganz ganz früh im Spiel gebaut bei den Ägyptern also jetzt beim Team Eisdrache im Augenblick regiert von Black Panther von Matze einem unserer Community-Moderatoren und jetzt beginnt es von vorne wieder und dazu kommen noch andere Weltwunder ich bin nur die Notifications durchgegangen die Meldung der jüngsten Weltwunder insgesamt sind im Spiel im Augenblick vorhanden entweder im Bau oder fertig ich wette jetzt gibt es eine astronomische Zahl 15 Weltwunder ok teilweise nebeneinander jetzt gehen wir alle Städte einmal durch Matze Meinungswitz kannst du allerdings auch schon mal deine Abstimmung starten ich würde vorschlagen mit 2 Minuten Timer 5 Zeitalter für Siegpunkte werden von euch vergeben an das Team das die schönste Stadt hat schaut sie mal euch alle an hier vorne Springerle Christbaum hier gelegen Christstollen Jerusalem Naturwunder sei es sei es wir sind hier unterwegs bei den Ägyptern im Team Eisdrache beim Black Panther Nächen dann rüber zum Teamkapitän von Eisdraches Teams der hört witzigerweise auch auf den Namen Eisdrachen Sachen gibt es das sind die Sküten hier vorne Funkeln ist Christkind Weltwunder errichtet mehrere hier geht es weiter hoch die Weihnachtspool Party steigt hier so locker WBs Weihnachtsbäckerei der Stadtstart der zu Beginn fiel Abstimmung läuft schon eben dann landen wir beim Team Teppich ihr seht selber die Städte hier wie die aussehen der unterfreuliche Kirchgang Teppich hat leider nur drei Städte die meisten hat er verloren dann sind wir bei den Römern auch Team Teppich Einweltwunder hier oben die hängen Garten fertiggestellt und dann sind wir bei den Arabern ebenfalls Team Teppich hier unten gelegen also geht nicht darum wer in Summe die schönsten Städte hat sondern welche Einzelstadt euch am schönsten gefallen hat zwölf Einwohner hier und diverse Weltwunder Glühweinstand und letztes Reich hier vorne das sind die Perser sprich das ist nochmal das Team Eisdrache Syrwennisch spielt das im Augenblick mit den drei mittlerweile vier Städtchen hier unten diese Stadt hier liegt an einem Naturwunder und hat zwei Weltwunder fertig Abstimmung läuft Abstimmung ist zu Ende und ganz knappes Ergebnis Matze Wow also auch ganz zum Ende hin haben hier Leute auch teilweise erst ihre Stimmen abgegeben Team Eisdrache gewinnt mit 63 zu 58 Stimmen ganz knappes Ergebnis und fünf Siegpunkte gehen raus in das Team Eisdrache sollen wir uns noch ein zweites Zuschauer Voting hinterherhängen Matze dann haben wir das hinter uns das können wir gerne machen was schlägst du vor ich kann noch mal bei den Vorschlägen gucken gehen ja ich trage das gerade mal in unsere Siegpunkteliste ein und ich habe dir da ein zwei Vorschläge ja schon gemacht beide finde ich gut lass uns die den vorletzten Spiegelstrich von dir nehmen aber in einem kurzeren Zeitraum wenn es dir recht ist ja auf jeden Fall gerne drei Minuten ja okay wir machen folgendes Leute nächste Zuschauerquest wir geben dir noch nicht die fünf Punkte bekannt das machen wir am Schluss am Ende von der Quest vorher die nächste Zuschauerquest über die ihr jetzt entscheiden könnt ist folgender wir gehen jetzt zweimal drei Minuten in jedes der beiden Teams rein hören nur zu machen keine großen Reden oder so vielleicht irgendwie so eine ganze allgemeine Frage dass die ins Reden kommen aber wir hören den im Prinzip nur zu oder wir sagen nur wir hören denen zu und ihr beurteilt dann bitte danach nachdem ihr beide Teams gehört habt welches Team nach eurer Meinung nach eurer oberflächlichen Eindruck den besseren Teamgeist hat ja alles klar nach euren persönlichen Kriterien ihr müsst da das können bei jedem andere Kriterien sein ob der viel diskutiert wird ob man sich blind versteht ob man sich eingespielte Maschinerie ist ob man sich Komplimente macht ob einer anderen davon erzählt er hat einen süßen kleinen Hundihund und streichelt den und der miaut dann oder irgendwas in der Art das ist euch überlassen jedem Einzelnen von euch alles klar so zuerst gehen wir einmal rüber zum Team Eisdrache dem Alphabet nach bitte einmal rüberbringen Matsumen danke an Herbert hallo zusammen ja morgen hallo wir wollten euch einfach mal drei Minuten zuhören der Chat wünscht einem einen Eindruck aus erster Hand aus erster Hand ja wir haben schon gesagt das wird für uns für das die Hauptaufgabe wird verdammt schwierig überhaupt hinzukriegen richtig weil Team 1 hat die komplette Wasserhoheit die auch nicht so schnell einzuholen ist vom Start aus es ist nur in einer Feldweg der an komplett der Hoheit von Team 1 entlang geht um überhaupt dort hinzukommen das wird sehr sehr schwierig werden auch wenn man schon mit Einheiten da ist aber es sind alles veraltete Einheiten da werden wir gucken wie wir es hingehen und wir haben leider festgestellt mit 20 Punkten heißt es wer die Aufgabe nicht hat verliert weil es muss ja nur eine andere Aufgabe nicht zugunsten des Teams ausgehen die ja dementsprechend ist das die Kernaufgabe mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen genau und einen kleinen Bug haben wir auch festgestellt dass wir leider die Suzeren-Statik die Suzeren-Gebiete der beiden Geldstadtstaaten Samarkand und Van der Boon eigentlich sehen natürlich auch schade genau wir haben keine Sichtbarkeit leider ah das ist bitter ja Suzeren-Statik extra übernommen um was zu sehen um vielleicht zu gucken wie es ausschaut aber ja leider sagt das Spiel nein aber wir nehmen es sportlich ja das ist kein Jammern auf hohem Niveau sondern wir nehmen es sportlich ja warum habt ihr denn gerade so viele Beforderungspunkte bekommen Terrakotta-Armee ne richtig unter anderem wir hören euch noch eine Minute zu tut einfach so als wären wir nicht dabei ja ja ich hab das andere dann auch noch angefangen ja ok so kannst du ruhig laut sagen weil die anderen machen dir einfach nichts achso naja man weiß ja nicht also ja Machu Picchu ist dann auch bald fertig der Tempel ist fertig und Petra wird dann auch bald fertig sein ja ich hab Angkor Wat gefangen dass wir das hinkriegen um zu gucken da Punkte zu machen zu der zu der Theorie mit der mit der Stadt oben ich hab einen Siedler fertig fast also in fünf Runden ne ich hab auch einen Siedler ich muss halt gucken ob ich mich da irgendwie durchsnacken kann an den Einheiten vorbei das wird zwar teuer aber wir müssen es machen um da irgendwie hinzukommen und ja von der Technologie elf Runden also ich könnte noch schnell eine Waffenkammer zwischenbauen könnte man vielleicht sogar schon upgraden irgendwie auf ähm Musketiere zwecks Kampfstärke oben dass du die Einheit da oben dann halten kannst da oben das Feld achso äh ich bin schon direkt dabei Richtung Metallgus zu machen dass ich vielleicht noch auf Bombarde upgraden kann ok lieber besser ne wenn das Ganze klappt aber äh äh statt nur was angegriffen muss ich mal gucken wie es jetzt weiter geht hier ähm die kann jetzt erstmal nicht verbessert werden da oben jetzt gerade mhm und dann einfach mal wie weiter es geht Salpeta haben wir zum Glück anschließen können da oben ja du hast auch gleich noch Salpeta dann mal wie es hier weiter geht halt doof dass da oben Wasser ist und ich komplett die Wasserseite jetzt vernachlässigt habe in der Forschung ähm weil es gebracht hat jetzt könnte sie wieder sinnvoll sein ich hab noch einen Handelsweg offen den ich gleich wieder neu verleben kann irgendwas Spezielles mach intern mach Hauptsache dass du Gold kriegst und dass der nicht abgebrochen wird mhm okay das ist das wichtigste hier ich hab in 12 von hab ich die Kartografie sehr gut dann guck dass äh dass wir gleich das Gold ansparen dass wir noch zwei drei Galeren bei dir plötzlich kaufen und dass wir dann mit dem Karawellen äh dann rüberkommen und dann beim Römer Stunk machen können ja alles was Küstenmitglieder angeht vielleicht schaffen wir das zeitlich vorher noch aber wird knapp sag ich mal wir lassen uns überall wir machen uns schon das Beste draus vielen Dank für eure Gastfreundschaft bis später und viel Glück weiterhin bis später bis später okay wollen wir direkt einfach ins zweite Team springen lieber Daniel ganz kommentiert hallo zusammen hallo wenn es euch nicht stört sind wir einfach nur einfach nur ein paar Minuten bei euch wir hören euch mal ein bisschen zu lasst euch nicht stören macht einfach weiter ah ja ja wir haben hier so einige Sachen oh die Barbaren machen uns die Arbeit in der Ecke das ist teilweise sehr erfreulich äh da oben im Norden da hat Eisdrache noch nicht so viel Truppen hingewegt oder ich sehe sie nicht und ja woran arbeitet ihr denn Jungs direkt vor ich ja eigentlich vor zu was mir kaputt geht leider versuche hier hinten mich ein bisschen aufzustellen dass falls jemand kommt da bereit sein kann was natürlich schon tragisch ist dass alle unsere schönen Stadtstaaten sich mittlerweile gegen uns stellen ja wie sieht es denn eigentlich aus wollen wir da nach Mexiko City noch weiter vorgehen oder dann lieber Brunei ne mach ruhig mal in Mexiko City noch wenn das dir gelingt da was zu ja ich versuche das neu aufzulegen würde ich jetzt so denken das ist die bessere das andere ist halt dann musst du alles wieder neu bewegen und ja ich weiß nicht das andere ist schon gut gut in der Ecke also ich habe noch einen kleinen Geheimtipp oder Geheimplan und zwar ich möchte da wo jetzt mein Speer steht das ist ja bei der Wäsch-Ess-Tour-Bucht da möchte ich eigentlich noch einen Siedler hinbringen der Stadtgründen und da versuchen das alles zu blockieren und ihn damit aufzuhalten ob mir sowas gelingen wird ist eine zweite Frage aber das wäre so ein ja so eine Sache weil man kann glaube ich die Ecke etwas besser verteidigen als da oben das Eisland und dann kann ich Truppen bringen das war jetzt so eine Idee brauchst du da was von mir ich hätte ein paar Pikeniere und Landsknechte ja wenn du Truppen bringen kannst ist gut du kannst sie jetzt auch sicherlich auf meinem Gelände aufrüsten ja was ja vorhin nicht so leicht ging exakt wo sollen Truppen hin weil die können vielleicht mit dem Reiter mit meinen Spezialreitern da hoch ja der kann immer heilen der ist natürlich immer top wenn der wenn da von einer sozusagen in der Ecke da ist das wäre was welche Ecke willst du ihn bitte wo wir hin müssen oder ja genau da oben hin ja ja klar da die Einheiten hinbringen die die Stadtstaateneinheiten behindern uns eigentlich und wenn wir natürlich eine Stadt in der Ecke haben dann ist natürlich gut weil wir können die dann in der Nähe dann auch auf 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 leveln ja also auf den neuesten Stand bringen ich meine meine werden nicht auf dem neuesten Stand sein aber eure schon ne 78 Forschung da ist Arabien natürlich top kommt so einiges nach vorne vielen Dank für eure Gastfreundschaft wir sind mal wieder weg weiterhin viel Glück und bis nachher dann tschüss ja spannend oder das war super spannend am Anfang an beide deshalb habe ich es auch so ein bisschen länger gemacht als angekündigt doch waren doch durch unsere Anwesenheit ein bisschen irritiert Matze fand ich später dann haben sie sich daran gewöhnt dann waren wir eher so dabei wie die sich wohl auch sonst unterhalten und das ist schon sehr das war übrigens auch inhaltlich interessant weil ihr habt ja gerade gehört Teppich will gerne hier in den Siedler hinschicken eine Stadt gründen die gleiche Idee hat Eisdrache die haben auch schon an den Siedler links unterwegs die wollen auch hier irgendwo eine Stadt gründen beide Städte nebeneinander neutralisieren sich quasi wechselseitig Eisdrache sagt um Gottes Willen durch die Schiffe kommen wir nicht durch dagegen macht sich Teppich halt Sorgen dass man hier oben dass hier so viele Truppen unterwegs sind also das war ja unser Plan als wir die Quest gemacht haben das ist für beide Seiten auf unterschiedenartige Wege schwer ist diese Quest ja zu erreichen fand ich sehr interessant und heftig finde ich das mit den Stadtstaaten dass hier beide Bandai Brunei und Samarkand das sind beide Stadtstaaten bei denen Eisdrache jeweils zu zerren ist das heißt die haben hier zwei Feinde die den Nachzug von römischen Truppen vom Osten in den Westen total ausbremsen deshalb steht Teppich ein bisschen Solo hier da und das ist der Grund dafür weil die Römer halt keinen Nachschub hinbringen können ein bisschen hatte ich den Eindruck dass die Ägypter hier unten pardon die Araber hier unten ein bisschen so ohne richtigen Kontakt zu denen da oben spielen können weil die einfach so ein bisschen vom Schuss weg sind und so versuchen einfach nur so wirtschaftliche Sachen umzusetzen und in ähnlicher Weise scheint es auch hier unten zu sein mit den Ägyptern also mit der Eisdrache im Südwesten so habe ich das wahrgenommen Matze Ich fand das auch vor allem spannend wie sie das mit den Stadtstaaten sich zurecht gepuzzelt haben also ich glaube die einen oder anderen versuchen vielleicht jetzt sogar hier noch den Stadtstaat einzunehmen gerade hier im Osten des Kontinents auf der anderen Seite finde ich das auch interessant von der Strategie her dass sie gesagt haben okay wir wollen von Sicht von Eisdrache-Team her die anderen ausbremsen übernehmen dort die wirtschaftlichen Stadtstaaten andererseits habe ich ja mit Granada einen Stadtstaat der direkt um die Ecke ist für Eisdrache der auch relativ viele Einheiten hat aber dort die Einheiten auszuheben hat noch keiner zumindest bisher gemacht und ich könnte dann auch viel zügiger meine Einheiten dort rüberziehen also Eichhagen hat ja ein bisschen davon gesprochen dass jetzt die Seehoheit halt nur bei Teppik ist dass er nur über ein Geländefeld halt herankommt aber mit diesem Stadtstaat in dem Gebiet mit Granada könnte man sich halt noch die ein oder andere Einheit zumindest die bereits schon dort existiert mit Zählen mit Verknüpfen und ja hätte sowieso noch ein paar mehr Einheiten auf seiner Seite die Einheiten bekämen auch relativ preiswert für 280 Gold Nachteil ist Black Panther der dort einen Gesandten hat mehr als Teppich wenn der sich halt wenn die halt so zerrennen würde für das ganze Team und dann die Einheiten ausheben dann müsste Teppich ja nur einen Gesandten raufschieben und schon wären die ganzen Einheiten wieder futsch und die 280 Gold werden versenkt trotzdem wäre das natürlich eine Option aber so wie du es aufgezeigt hast Eistrache denkt tatsächlich da so dass er die einfach nur ausbremsen will dass er im Hinterland halt Terror schafft quasi ne sehr interessant ganz spannend weil viele von uns würden wahrscheinlich eher so denken dass wir wir sind ja von Einzelspielerpartien eher so darauf gedrillt dass wir uns langsam und methodisch aufbauen dass wir konstruktiv spielen versuchen uns so einen Vorteil zu erbildern und aufzubauen und so eine Strategie wie die die Eistrache jetzt verkündet hat also etwas zu machen was ihm und seinem Team gar nichts bringt wie du es gerade so schön aufgezeigt hast die Stadtstarten zu erobern einfach nur um den Gegner zu schwächen das ist natürlich cool macht allerdings ergibt aber wahrscheinlich auch noch deshalb Sinn weil ja zwei Teams gegeneinander spielen wenn wir eine Solopartie hätten hätten wir 5-6 KI-Gegner gegen die wir antreten müssten und da ist es nicht so wichtig einen zu schwächen weil es ist nur einer unter vielen hier dagegen hat man nur einen Gegner und wenn den schwächt schwächt man quasi 100% aller Gegner die man hat genau ja also ich glaube dieser Kampf dort oben um diesen einen Punkt im Norden um dein Zuhause lieber WB der echt noch erbittert geführt werden bis zum Partieende hier und ist auch noch nicht für mich absehbar wer das machen wird weil natürlich Eistrache da es zuerst dort ist Teppich zieht aber hinterher mit seinen Einheiten und ja dann bin ich gespannt wer dort vielleicht die Geländemerkmale besser nutzen kann ob wir die Strategie wirklich noch sehen mit den Siedlern vor Ort kann auch interessant sein ein bisschen Gold ansparen für eine Stadt dort in der Nähe und dann dort ganz schnell Einheiten kaufen ist zum Beispiel jetzt die Strategie ja von Eistrache und jetzt muss Oliver sehen Teppich wie man da quasi dann gegen ankommt die besseren Truppen hat hier vorne der Teppich und seine Leute aber hier sind es eher mehr da ist die Landverbindung hier nur über Wasser wir haben eine Quest aufzudröseln eine Zuschauerabstimmung es geht darum welches Team gerade beim Zuhören den besten Teamgeist erwiesen hat ich gehe mal selber für mich persönlich in die letzte Mini-Pause zwei Minuten Pause des heutigen Abends für mich selber und blende euch mal Marcel dazu den Kundin-Moderatoren der winkt auch gerade und sagt es ist okay für mich ich bin in zwei Minuten wieder da und bleib mal hier mit dem Kameraausschnitt hier vorne und Matze macht mit euch jetzt diese Zuschauerquest und Marcel hilft ihm dabei bin gleich wieder da genau wir starten jetzt mal gleich die Abstimmung für euch die tippe ich jetzt einmal im Hintergrund rein während Marcel zu uns stößt hallo Marcel bist du schon da kannst du uns schon hören ihr müsst also du kannst uns ja permanent oder oh Gott sollt ihr mich ich hoffe schon sehr schön schön dass du da bist und wir müssen euch jetzt fragen welches Team von dem was ihr eben gehört habt hat den besseren Teamgeist bewiesen eine schwierige Frage ich tippe das mal eben ein ich schreibe das gerade rein falls du da gerade das auch machst Marcel achso und dann lasse ich dich das zu Ende nicht dass wir das beide machen und dann könnt ihr gleich abstimmen dann würde ich einfach während du das kurz tippst weil es geht ja auch noch weiter in den nächsten Tagen einfach mal das Programm der nächsten zwei drei Tage euch mal präsentieren morgen ist Montag da haben wir ausnahmsweise mal streamfrei liegt glaube ich ein bisschen an diesem langen Tag heute aber am Dienstag da geht es dann weiter mit Knights of Honor 2 auf dem Hauptkanal am Mittwoch Marvel's Midnight Suns mittlerweile der vierte Stream und am Donnerstag Civ 6 da kommt glaube ich der neue DLC für den den Letterpass raus ich weiß gar nicht mal ob wir dann ob wir dann neues Display anfangen oder wird das alte fortgesetzt hast du da Infos ich kann euch zumindest sagen dass natürlich wenn dieses Spiel rauskommt unser WB so ein kleines Special mit euch machen wird an diesem Abend um die Lieder vorzustellen möglicherweise stoße ich auch noch dazu ich habe vorher selbst eins der bekannten Coaching Sessions von unserem Bootcamp Civ Sefix Bootcamp wo wir das Finale in genau einer Woche haben werden an dem Tag werde ich Edope coachen das zweite Mal also quasi das Abschluss das Abschluss Coaching von mir das ist genau an dem Tag wo auch der Leaderpass rauskommt und möglicherweise wenn ich dann auch noch fit bin nach zwei Stunden Power Coaching und Transfer von allem was hier oben so drin ist und raus möchte dann komme ich auch gerne mit dazu und dann gucken wir uns natürlich mal die drei neuen ich glaube das waren generele oder große Militärstrategen nochmal genauer an dann haben wir am Samstag wie immer den Anno Samstag mit dem ja regelmäßigen Let's Play und am Montag auch ganz spannend haben wir wieder einen Stream bei WB's Junge Herde auf unserem Zweitkanal wo wir beide ja immer streamen da hat der Matsu mit Ozymandias Ozymandias genau oder ja wir setzen erstmal noch ganz schnell die Partie vom letzten Mal fort super cooles Runden Strategiespiel auch wo übrigens demnächst ein Season Pass für erscheinen wird und ja also dann könnt ihr dort nochmal zugucken wie wir uns gegen diese mächtige KI schlagen und die Abstimmung geht in die letzte Runde ich hoffe ihr habt das jetzt nicht vergessen nebenbei abzustimmen Leute ganz schnell noch ganz schnell das war aber wieder so ein knappes Ergebnis also also eben die Abstimmung die war die war super knapp die jetzt auch und nur wir haben mit 10 Leuten Vorsprung wir für Team Eistrache ich glaube ihr tut euch schwer da da wirklich klare Entscheidungen zu finden heute was einfach sehr ausgeglichen ist aber wieder ganz knapp abgestimmt dass ihr gesagt habt Team Eistrache hat den besseren Teamgeist gezeigt also das ist jetzt das war die erste Gruppe der wir zugehört haben und damit dann wieder 5 Punkte für Eistrache es ist noch nichts entschieden es gibt ja noch äh noch eine weitere Herausforderung die wir eine Überraschungsquest die wir noch stellen müssen aber aktuell führt auch Team Eistrache tatsächlich mit 40 zu 30 das ist der aktuelle Zwischenstand kann ich euch sagen dann kommt es ein bisschen darauf an wer den Ort im Norden halten wird und natürlich wer die nächsten beiden Challenges vielleicht für sich gewinnt ob die dann an Team Teppik gehen oder auch an Team Eistrache ja was meint ihr denn im Hintergrund seht ihr jetzt gerade wieder den Weltkongress den kann ich euch leider nicht nicht wegdrücken für unseren WB aber der sollte in so knapp 40 Sekunden eh abgeschlossen sein wir müssen mal so eine Remote Maus bei Dahlen aktivieren dass wir sowas machen können hatte ich ja ganz lange ich weiß nicht ob ihr das gemerkt habt bei der einen oder anderen Civ 6 Partie wo dann irgendwie BW von Geisterhand gespielt hat deutlich schneller als sonst oder ganz anders als ihr es gewohnt wart möglicherweise war da so eine kleine Remote Fernsteuerung dabei nicht dass ich hier Verschwörungstheorien in die Welt setzen möchte aber es könnte doch was dran sein an dieser Geschichte die ja immer mal wieder im Chat aufgebracht wird und dann ganz schnell wieder totgeschwiegen wird oder gelöscht wird von dem einen oder anderen Chatmod ich weiß gar nicht warum kann durchaus sein dass da mehr hinter steckt wirklich ganz ehrlich die beste Fernsteuerung ist ja die die Dahlen überhaupt nicht selber mitbekommt das machen wir ja das machen wir ja so perfide dass er das gar nicht erahnen kann ja was wie die WB spielt nicht selbst ja Inception zum Beispiel darüber geht das auch Ferngesteuerter WB jetzt jetzt habt ihr so langsam begriffen Leute jetzt kommt hier so langsam die Wahrheit raus aber Leute wir werden beobachtet ihr könnt hier nicht mit der Wahrheit ganz einfach so äh frei im Chat und seid vorsichtig was und wem ihr dann wann erzählt zu diesen Wahrheiten oder zu diesen alternativen Fakten ähm jeder darf ja das glauben was er möchte aber ja ich wäre da schon geneigt ein bisschen skeptisch zu sein das WB-Gate schreibt ihr im Chat gute Frage von einem Belegstuhl mit Schinken die finde ich herrlich genau also wer von uns ist das Engelchen und wer ist ja Teufelchen ich hab das variiert fast eine Abstimmung draus machen die darfst du aber machen lieber lieber Marcel wer von uns beiden Engelchen und wer Teufelchen ist jetzt kann ich ja schlecht beides in eine Umfrage packen ich mach einfach mal wer ist das Teufelchen da kannst du nicht achso ja kannst du auch Suche machen kannst auch sagen wer ist Engelchen also oder ist das Engelchen vielleicht in Wirklichkeit Teufelchen und andersherum mach mal eine Minute weil ich seh grad Daniel ist schon wieder da Mensch hättest du auch der Meinung es sind beide die Teufelchen beide ja es kann sein hab ich irgendwas verpasst ich weiß ja ganz klar wie ich persönlich abstimmen werde das ist ja klar nein du hast nichts Großes verpasst lieber Daniel ähm beziehungsweise doch natürlich du hast was Großes verpasst nämlich die Punktevergabe erzähl für das Team wo was dem besseren Team Teamgeist bewiesen hat als wir denen ein paar Minuten zugehört haben aha und das ist mit 54% zu 46% ausgegangen für das Team Eistrache das Team was wir zuerst besucht haben die bekommen nochmal 5 Punkte jetzt oben drauf haben also in diesem Spieleblog schon 10 Punkte für sich reklamieren können das Team Eistrache ich glaube eingetragen hast du die bei der besseren Teamgeist hast du bei Teppich eingetragen ach reich Gott wie peinlich natürlich Gott noch ein Skandal ich habe beides äh bei der falschen Seite eingetragen um Gottes Willen okay ich dachte schon gut dass du aufpasst man ja und entsprechend geht die Abstimmung auch aus dem Chat wer ist das Teufelchen auf WBs Schulter 83% meinen eindeutig es ist Matze so schnell kann das Leben Matze ja also das ist das finde ich interessant ich habe mir extra ich schreibe es im Chat ich habe mir extra diese tolle Mütze auf gesetzt muss ich mir beim nächsten Mal noch Engelchenflügel ankleben damit ihr glaubt dass ich in Wirklichkeit hier Engelchen bin und WB das Teufelchen ja oder auch Marcel oder beide vielleicht sogar Teufelchen ja aber guck mal der Chat geht ganz lieb mit einem Fehler um und schreibt zum Beispiel ich zitiere das Teufelski Schieber der Orkan Schiebung naja man kann das ist so wie bei echten Wahlen man kann ja aus Versehen irgendwie die Striche auf der falschen Liste gemacht haben dann muss man irgendwie neu auszählen Entschuldige Matze Diyuki ist der Meinung du würdest die Mütze nur tragen um deine Hörner zu verdecken ja ist das traust du dich die Mütze abzuziehen nein das will ich euch nicht zumuten also meine Hörnchen ich bekomme auch tatsächlich bisweilen Hörnchen wenn man mich zum Beispiel ganz abgrundtief provoziert ihr glaubt mir bestimmt dass es eigentlich nicht möglich ist aber bisweilen passiert es doch dann kann ich tatsächlich so kleine Hörnchen bekommen glaubt es mir die werden auch immer länger es ist nicht mal eine Nase die dann länger wird also nicht dass ihr das jetzt irgendwie verwechselt es ist nicht Pinocchio-like sondern sind hier an den Schläfen zwei Hörnchen die fangen dann an rauszukommen und dann die wieder wegzubekommen ist ist unschön ich erspare euch die Details aber ich musste mir schon die ein oder andere Schönheits-OP über mich ergehen lassen also immer wenn ich hier passieren hier passieren Dinge die will ich mir gar nicht vorstellen lass uns das Thema wechseln Thema wechseln auf geht's weiter rein ins Spiel also die Punkte wurden gerade vergeben für Eisdrache das Eisdraches Team liegt im Augenblick zehn Punkte vorne einzige Möglichkeit für Teppi wissen die schon das Ergebnis? nein die wissen noch nicht das Ergebnis haben wir noch nicht übertragen eine Überraschungs-Quest haben wir noch gar nicht gemacht oder haben wir beide die letzte Quest die müssen wir uns noch überlegen die wir denen auch ankündigen oh Gott wir müssen ganz schnell uns irgendwas überlegen Matze oder vielleicht hat der Chat ja Ideen eine weitere letzte Überraschungs-Quest für Eisdrache und Teppich Ideen noch ein Welthunerbau nee das ist zu einfach also Welthunerbauten können ja ähm wir könnten uns überlegen ob sie das Gold ansparen sollen bis zum Ende dann kann man nämlich auch keine Einheiten möglicherweise bauen und dann sagen ey welches Team ist reicher du weißt lieber WB ich komme aus meiner Rolle nicht raus dass ich immer gerne Geld sammle aber nur als Idee das ist eine coole Idee wer hat am meisten Stabskosten ja weil die werden am Ende wahrscheinlich das ist eine super Idee weil die am Ende natürlich versuchen werden die 20 Siegpunkte abzugreifen für das Halten von dem Ort hier vorne in der Kartenmitte und wie du so schön aufgezeigt hast wäre das kontraproduktiv aber die Frage ist lohnt sich das für die das wird sich da eigentlich das lohnt sich für keines der Teams weil die das hier vorne bekommt ich zeige es nochmal im Bild die 20 Siegpunkte bekommt man hier oben und die sind auf jeden 5 und 2x5 sind schon weg Eisdrache kann nicht gewinnen äh pardon das Team Teppich kann nicht gewinnen ohne diesen Ort auf der Karte zu haben und das Team Eisdrache hätte verloren wenn es den Ort auch nicht hält das ist nur so just for fun die Überraschungsquest das die ist sowieso nicht mehr spielentscheidend wir können uns irgendwas überlegen was wir wollen irgend so ein Joke weißt du was ich meine es sei denn die gewinnen beide kleinen Quests wenn entschuldigen weil Eisdrache haben beide das wolltest du gerade sagen okay ja wenn die beide jetzt gewinnen ähm dann ähm ja dann könnte es unentschieden stehen Vorschläge aus dem Chat Gleichstand geht noch genau Atombombe in dieser Spielphase träumt weiter Vorschläge aus dem Chat es kann doch irgendwas Irres sein oder wer einer von euch schreibt im Chat drin alles was ihr sagt ist ohnehin irre das wäre etwas langweilig nein im Ernst Leute was könnte es sein WBs Geldspeicher beste Umweltbilanz meint unsere Dana Mulilora das habe ich gelesen welches Team spendet mir an die Tafel das ist unfair das ist so nee sowas kann man nicht machen Städte verschenken an wen denn ja nur noch 8 Minuten es muss ganz schnell gehen wer als erster eine Stadt die Barbaren verliert die höchst aufgelevelte Einheit wer singt das schönste Weihnachtslied das ist grausam hat schon ein Team die Welt umrundung wird im Chat gefragt oder wir machen als Aufgabe folgendes lieber Daniel ja wir gehen holen uns einmal die Teamkapitäne zurück ja oder wir machen es auch können es auch ganz am Ende machen sagen denen ihr habt 30 Sekunden Zeit eine Motivationsrede so vorzubereiten machen wir und dann ist das zwar keine spielerische Herausforderung aber ja aber das müssen wir genau wir holen die Einzelnen nein da wird nichts vorbereitet da wird nichts vorbereitet genau das machen wir und dann also der Chat stimmt gleich darüber an wer hat die bessere Motivationsrede gehalten wir machen das ruckzuck wir machen das auf die einzig wahre Weise auf die grobe brutale und die wo man nicht auf Gefühle und Sentimalitäten Rücksicht nimmt holen wir mal kurz komm bring uns einfach jetzt rüber in das Team Teppich jetzt sofort ohne Vorankündigung zack rüber hallo Team Teppich hallo Teppich du hast jetzt ohne Vorankündigung jetzt sofort und augenblicklich 30 Sekunden Zeit ab jetzt eine coole Motivationsrede zu halten an dein Team die beste Rede gewinnt du oder Eisdrache ab jetzt 30 Sekunden go Oliver den wir mögen zwar ganz hinten liegen und auch vielleicht die Hauptstadt verlieren aber wir können sicher sein dass wir diejenigen das am meisten an diesem Abwehrkampf profitiert haben der Spaß für die gesamte Zeit hat uns äh gibt uns recht dass wir da weitermachen können und mit dem Abend auf jeden Fall äh fröhlich in die Weihnachtszeit weitergehen können danke schön jawohl ja sehr schön absolut vielen Dank bis später tschüss tschüss so und dann gehen wir mal gleich weiter zu dem Team Eisdrache würde ich sagen genau mach hallo 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 Eisdrache Pierre du hast jetzt kleine Überraschung 30 Sekunden Zeit um eine wunderschöne Motivationsrede an dein Team zu halten die Rede von Teppich haben wir schon gehört und gleich stimmt der Chat ab ab wer die beste bessere Rede gehalten hat ab jetzt die nächsten 30 Sekunden Motivationsrede gehören dir Pierre go ja Respekt für unsere Gegner wir haben gut gekämpft haben das aus ihren Möglichkeiten tatsächlich gemacht wir gucken jetzt dass wir die Nebenwertungen noch holen da haben wir noch Chancen das Ganze zu machen deswegen Endspurt die letzten Projekte für ein zwei Runden sind ja leider nur noch alles andere rauswerfen was wir in zwei Runden fertig machen können ist noch gut ähm Cleopatra Religion verbessern das gibt noch mal extra Punkte Hauptsache einsetzen dass wir sie verbessern mit allen Glaubenssätzen und ja dann gehen wir in den Endspurt rein sodass wir gehobenen Hauptsitz rausgehen und die Hauptstadt von Oliver wird noch fallen wunderbar vielen Dank euch weiterhin viel Glück und bis nachher ja zwei ganz spontan improvisierte Reden ja zwei sehr unterschiedliche auch das ist die Hauptstadt hier von Oliver und die wollen die tatsächlich nur einnehmen wir bleiben mal hier am Ball zeigen euch als wahre Schlachtenbummler das Hauen Bluten und Stechen hier auf diesem Teil der Karte aber jetzt kommt die Abstimmung ihr habt gleich sagen wir mal Abstimmung gebereitet mal zum Ende vor zwei Minuten würde ich vorschlagen oder einen mach mal selber ja ich würde zwei Minuten sagen die ersten die ihr gehört habt war das Team Teppik und die zweiten die ihr gehört habt war das Team Eisdrache und ich frage euch jetzt mal ja welche Motivationsrede an das Team fandet ihr die gelungenen welche Rede war die bessere wir beeinflussen euch nicht gleich kommt die Abstimmung ich frage mal kurz Marcel der auch mit ist und im Bild zu sehen ist ohne wir wollen das hier nicht beeinflussen wenn du selber eine Motivationsrede an dein Team gehalten hättest was hättest du in den Mittelpunkt gestellt ich hätt vielleicht ja wirklich gesagt wie ja wie gut das eigene das eigene Team gerade spielt ich wäre vielleicht ein bisschen euphorischer geworden als beide ich fand beide Reden interessant aber aber Motivation da da kommt für mich noch so ein bisschen mehr Stimme und ein bisschen mehr Krakeelen und yay und sowas und das hat noch ein bisschen gefehlt aber die waren ja beide nicht schlecht man muss vielleicht auch Marcel der Fan ist halber sagen die beiden die haben einen härteren Job als wir drei ich glaube die wirken auch schon ein bisschen abgekämpft definitiv die Hauptstadt ist gefallen tatsächlich Eisdrache hat die Hauptstadt der Sküten eingenommen der arme Teppich liegt blutend am Boden Eisdrache triumphiert breite Beine nicht über ihm guckt runter und sagt nimm das mein guter Freund furchtbar grausam hier so sind die Sküten erbarmungslos oh es sind weiter gekämpft der versucht die Stadt wieder einzunehmen die Stadt ist belagert wird gleich wieder zurückerobert vielleicht kann sein und jedes Mal sterben dort Menschen in der Stadt Stadtmauer ist nicht da kam zu spät der versucht die Stadt wieder einzunehmen größer Höhepunkt am Ende des Streams hier der angebrannte beraten wie wird die Stadt eventuell nach der wiederholten Einnahme unbenannt vielleicht in das verkohlte Stück Ars ich weiß es nicht ich glaube wenn Eistracht die Stadt hält nennt er die Stadt wahrscheinlich um in nimm das Teppich wenn Teppich die Stadt zurückerobert nennt er sie um in von wegen Pierre irgendwas in der Art es geht auch ein bisschen jetzt auch noch es geht ein bisschen um die Siegpunkte ja auch für die Leute wenn man jetzt die Hauptstadt verliert beziehungsweise dann natürlich noch eine Stadt mehr oder weniger hat kann das vielleicht für die letzte offene Aufgabe die wir gestellt haben neben WBs zu Hause durchaus auch noch einen Unterschied machen und insofern sind beide hochmotiviert jetzt diese Stadt möglicherweise zu halten danke für eure Teilnahme in der Abstimmung ein klares Ergebnis 82% aller Abstimmenden sind der Meinung das Team Teppich hat die bessere Motivationsgerede gehalten 5 Punkte gehen an Oliver das müssen wir gleich noch berichten und jetzt haben wir noch 2 Quests nur noch offen und das ist super wichtig was gerade passiert ist für die strategische Punkteverteilung Team Huber bitte beide Teamkapitäne zu uns hin ja zumal wir auch nur noch eine Minute zu spielen haben und wir dann gesagt haben nach einer Systemseite 22.15 ne dann können wir die ja aber die ach jetzt sind wir hin und her jetzt müssen wir das Punktergebnis zählen aber die brauchen auch nochmal ihre Leute können wir alle in eine Gruppe rein machen das ist doch so das ist doch sowieso kann ich machen jetzt ganz zum Schluss ja kann ich alle einmal rüberziehen so letzten Sekunden laufen ihr Lieben ja ok schade beide Teams in einem Audioraum zwischen dann gibt es es im Augenblick 40 zu 35 für das Team Eisdrache zwei Quests sind noch offen die Motivationsrede ging an Teppich die beiden Zuschauervotings ging an Eisdrache und sein Team die Hauptquest ist noch offen um 22.15 jetzt ist Ende Systemzeit bei mir im Twitch angezeigt aus aus es ist aus der Ball ist nicht im Tor aus aus die WM ist vorbei einmal Abpfiff es ist vorbei aus 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 lieben Dank lieben Dank an euch alle für das riesige Spektakel es gibt nur jede Menge Geschenke gleich noch einen Chat und an euch jetzt noch die jetzt die die Auswertung die finale Auswertung Matsumen verteilt die Punkte Schaf und Scharfrichter äh pardon Punkterichter Matsumen verkünden seine Opfer ja genau und zwar muss ich jetzt einmal zusammenrechnen von den Siegpunkten die ihr habt da hat ja Black Panther 393 Siegpunkte für das Team Eisdrache geholt Zürvenisch hat 305 Punkte geholt Eisdrache hat 446 Punkte geholt das macht in Summe 1144 Punkte für das Team Eisdrache und jetzt gehe ich mal rüber zum Team Teppik das Team Teppik beginnt mit der Basti mit 399 Siegpunkten 299 Siegpunkte gibt es für die Römer und 282 Siegpunkte gibt es für Teppiks höchstselbst das macht dann 980 Siegpunkte gegen 1144 damit bekommt das Team Eisdrache nochmal 5 Punkte oben drauf so das heißt das bedeutet dass es damit 45 zu 35 Punkten steht für das Team Eisdrache und wir jetzt nur noch gucken müssen welches Team hat denn jetzt die Quest erreicht wer ist bei dir zu Hause gerade vor der Tür lieber Daniel willst du mal nachgucken an deinem Zuhause wer wohnt wer ist da bei mir hier wohnt WB mal gucken ob der in der Einheit ist ich mach mal den Pin weg mach du mal den Pin weg ich kann gar nicht genau hingucken wie der ist mach mal den Pin weg ich mache also das ist enttäuscht mich sehr dass ich einen tollen Pin weg machen muss hier wohnt WB hier vorne ein Missionar ist da und ein Landsknecht ist da von Teppich Teppich und sein Team bekommen 20 weitere Siegpunkte überraschenderweise 20 Siegpunkte wir gehen an den Teppich und das bedeutet unfassbar das bedeutet ja boah was für ein knappes Ergebnis das ist echt knapp es steht dann damit 55 zu weil da habe ich mich verrechnet nein doch 45 45 steht es damit 45 nee Moment 45 zu 45 oder nein die oben hat er 20 gehabt jetzt kommen 25 dazu dann ist er doch bei 45 plus die 10 aus der ersten Runde ach die habe ich übersehen ich dachte die werden da schon eingerechnet alles klar okay dann sind es 55 Chat ist mein Zeuge Matsum Matsumans Rechenfähigkeiten ist das alles so richtig Teppich liegt 10 Punkte vorne mit seinem Team Glückwunsch an Oliver und ja also das muss man ehrlicherweise sagen irgendwie es gab ja so viel Zufallsfaktoren dabei bei den kleinen vielen Quests die wir hatten also Glückwunsch an Teppich ich will das auch nicht mindern aber ich will jetzt auch ehrlich und offen sein es fühlt sich an wie ein hochverdientes Unentschieden für beide ich will nicht dumm reden mal gucken knabber ohne Ende also das ja Respekt auf jeden Fall an euch alle insbesondere aber natürlich an euch Teppich und Eisdrache ihr habt jetzt über viele Stunden hinweg konzentriert mit verschiedensten Leuten im Team hier agiert und das kann ganz schön schlauchen und da jetzt so ein cooles Ergebnis gehabt zu haben jetzt am Ende wo das wirklich ja auf Augenhöhe war auch von den Punkten her wie WB schon gesagt hat also mit 5 Punkte Unterschied Respekt dass ihr das so cool durchgehalten habt und hat uns allen super viel Spaß gemacht weil es auch aus meiner Sicht zumindest spannend blieb bis zum Schluss danke dafür es war mega unterhaltsam was ihr gemacht habt also ihr habt euch so coole Taktiken überlegt und ja euch gegeneinander ausgespielt das war einfach ja echt schön zu beobachten und zuzuschauen und hat die Leute im Chat auch wirklich begeistert das habt ihr wahrscheinlich nur so halb mitbekommen wir hatten das ganze Event über ständig über 1000 ZIF-Fans hier dabei und unter anderem Bekloppte und ihr habt wirklich große Spektakel geliefert Chatwoord hat die ganze Zeit emsig diskutiert Sympathien flogen immer von der einen zur anderen Seite rüber und wir hatten alle es war vor allem so abwechslungsreich auch wir haben ein paar Elemente eingebaut die sind jetzt nicht so eSport mäßig diese vielen Challenges die wir hatten dadurch kam so ein gewisser Zufallsfaktor rein wir suchen immer Aufgaben zu finden wo wir gefühlt hatten wo wir immer im Vorfeld versucht haben so ein Gefühl dafür hinzubekommen dass das nicht einseitig ist sondern dass jede Seite so eine gleich große Chance hat das zu gewinnen aber das ist mal so ein bisschen gefühlsmäßig kann man auch beide daneben liegen und insofern war ein Riesenspektakel meine Riesenfreunde und bevor jetzt in den Verlosungsblock in den letzten reingehen kann ich schon mal sagen ich freue mich so sehr aufs nächste Mal und auf die nächste Weihnachtsfeier denn das Konzept hat sich echt sehr bewährt ein Riesendank an euch alle alle Beteiligten hier danke Dankeschön danke ja danke auch an meinen Widersacher wie vor vor einigen Jahren das ohne ohne den Gegenpart hätte es nicht so wäre es nicht so spannend geworden schreit das nach möglicherweise einer Revanche die dort gerade die Revanche steht glaube ich nächsten Freitag schon wieder an beim Civ-Stammtisch jeden Freitag hier auf unserem Community TeamSpeak Server wenn ihr Lust habt schaut gerne mal vorbei und lasst euch dann auch von Eistrache beziehungsweise von Oliver coachen für die Multiplayer Spiele die hier mal stattfinden mit Civ 6 die Hürde dafür dass ihr selber mit diesen erfahrenen und sympathischen Civ-Cracks Civ spielen könnt ist winzig klein jeden fast jeden Freitagabend Multiplayer Match Civilization Stammtisch bei uns im Community Forum auf Twitch gerne nochmal einen Link posten aufs Forum auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung steht es drin oder ihr tippt einfach in den Browser eurer Wahl rein civilization.writingbull.de dann landet ihr in der großen Civ-Sektion unseres Community Forums wir haben einen TeamSpeak Server den benutzen wir gerade auch Zugangsdaten darüber bekommt man sobald man im Forum beigetreten ist dann sieht man einen nicht öffentlichen Thread da steht die URL des Servers und das Passwort übernehmen den betreten kann viele Leute treffen sich da auch so um gemeinsam Zeit zu verbringen man kann spielen man kann auch nur quatschen gibt es viele viele Möglichkeiten danke an euch alle wir machen noch eine große Verlosung zum Schluss jetzt hier und an euch alle nochmal ein riesen Dankeschön fürs Spektakel an euch Spieler die Spieler der letzten Runde und auch die die vorher mit dabei waren und mitgemacht haben riesen Dankeschön an alle Beteiligten Dankeschön an Louis der in der ersten Runde dabei war und Kyros gespielt hat danke an Draco Mortem der Saladin in der ersten Runde angeführt hat liebe Grüße nochmal an Toffelking Grüße in die Schweiz riesen Dankeschön dafür dass du den Römern so einen guten ersten Schritt bereitet hast und danach Groff an Groff Gerek liebe Grüße nochmal ich glaube Kleopatra hat sich sehr wohl gefühlt in deiner Gesellschaft in der zweiten Runde waren dabei Cushino mit Trajan mit den Römern an der Seite von Teppich es war Fellanor mit dabei der Schwabe den es nach Hamburg verschlagen hat es war ebenfalls da mit dabei unser Community Moderator Widas Nidir der die Perser betreut hat und in der zweiten Runde pardon die Araber betreut hat und in der zweiten Runde war dabei Munilora Kai das war derjenige der sich um die Perser gekümmert hat und auf der richtigen Seite des Niederrheins wohnt in der dritten und letzten Runde habt ihr erlebt neben den Teamkapitänen Jens Svenisch auch ein ganz langjähriges Mitglied unserer Community schon mit den Persern Grüße Richtung Brandenburg an dich und an Black Panther Matthias Matze unser Kundin Moderator auch Richtung Brandenburg liebe Grüße der sich um Kleopatra und die Ägypter gekümmert hat im Ost Unterallgäu mit dabei war der Basti am Schluss mit Saladin und mit den Arabanen und der vierte und keineswegs letzte Mitspieler in unserer letzten Runde nochmal Grüße Richtung in die Schweiz Scafilum der sich um die Römer gekümmert hat und natürlich die beiden Teamkapitäne Teppich und Eisdrache großartige Arbeit auch in der Vorbereitung man merkt ihr seid ein gut eingespieltes Team und ihr leistet großartige Arbeit in der Community dickes Dankeschön an Marcel das ganze Event technisch gestemmt hat und natürlich an einen wunderbaren Mitmoderator an Matsumen der ganz viel Arbeit hinter den Kulissen gemacht hat dafür gesorgt hat dass ich nicht den roten Faden verloren habe wenn ich ihn verloren habe dann hat er sich gleich wieder gebückt und hat ihn für mich aufgehoben das fand ich sehr freundlich ich hoffe ihr hattet viel Spaß auf YouTube mache ich hier mal einen Cut auf Twitch machen wir noch eine Verlosung und den YouTube-Plotten sage ich am 18.12. gibt es wieder ein Multiplayer-Community-Match das ist das Finale des Bootcamps des Civilization-Bootcamps 2022 da werden Matsumen und ich gemeinsam ein Multiplayer-Match von vier Twitch-Streamern moderieren kommentieren wieder aus der beobachten Perspektive von Shuggles Edo P Marty und Tunny das läuft bei uns live auf Twitch am Sonntag den 18.12. von 16.00 bis 20.00 Uhr Aufzeichnung gibt es wie immer auch auf YouTube ich hoffe ihr seid ein bisschen angefixt mit Civ und es heißt nicht nur one more turn sondern auch sicher sehr bald schon one more stream hier mit Civ6